Vielen Dank an Michael Kellner für die Einstimmung auch in Richtung des Bundestagswahlkampfes. Ich habe es schon angesprochen, jetzt brauchen wir nur noch Kandidatinnen und Kandidaten aus Sachsen, um die Wünsche nach möglichst vielen Sächsinnen und Sachsen im Bundestag und einer gigantisch großen sächsischen Landesgruppe in der grünen Fraktion zu erfüllen. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo ich formal in die Aufstellungsversammlung übergehe und da jetzt mittlerweile auch der Saal recht voll ist, begrüße ich aber zunächst, dass wir auch heute viele wichtige Protagonistinnen und Protagonisten, viele Gäste unter uns haben, die diese Aufstellungsversammlung mit unterstützen und auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir geschlossen und gestärkt dann auch in einen Bundestagswahlkampf gehen. Ich begrüße auch heute ganz herzlich unsere Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Mit nicht minder großer Freude begrüße ich die anwesenden Mitglieder der Staatsregierung, heute unsere Justiz, Demokratie, Europa- und Gleichstellungsministerin Katja Mayer, sowie die Staatssekretärin Gesine Mertens und den Staatssekretär Matthias Weiland. Vielen Dank, dass ihr auch da seid. Und natürlich, auch wenn ich das erwarte, dass Sie anwesend sind als parlamentarische Geschäftsführer, begrüße ich ganz herzlich die Mitglieder der Bündnisgrünen Landtagsfraktion, allen voran unsere Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert. Und ich freue mich auch, dass es, naja, wie zu erwarten war, sobald es um Personenwahlen geht, sich auch im Vergleich zu gestern die Reihen in dem Blog von Rundfunk und Presse und Fernsehen etwas gefüllt haben. Herzlich willkommen daher auch den Journalistinnen und Journalisten bei dieser Aufstellungsversammlung und hoffentlich störungsfreien Ablauf. Vielen Dank. In diesem Sinne würde ich jetzt in die Aufstellungsversammlung gerne eintreten. Und diejenigen, die Aufstellungsversammlung schon mal mitgemacht haben, die wissen, dass bevor wir in irgendeine Wahl irgendeiner Kandidatin eintreten, wir jetzt erst mal eine Runde Trockenschwimmübungen im Bereich von wahlrechtlichen Formalia machen müssen. Das kann ich euch leider nicht ersparen. Es gibt böse Zungen, die behaupten, wir würden das Spaß machen. Das weise ich natürlich entschieden zurück und trete entsprechend darin ein. Zunächst der Hinweis. Wir treten jetzt in die Aufstellungsversammlung für die Wahl der Sächsischen Landesliste von Bündnis 90 Die Grünen für den 20. Deutschen Bundestag ein. Für diese sind nur jene Delegierten stimmberechtigt, die durch die Kreisverbände in entsprechender Wahl für eine Vertreterversammlung bestimmt wurden und die zum heutigen Tag das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag besitzen. Dies wurde durch die Mandatsprüfungskommission am Eingang mit der Aushändigung der Delegiertenunterlagen festgestellt. Nur Personen, die diese vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, dürfen in der Folge heute in dieser Versammlung und zwar sowohl wählend als auch abstimmend teilnehmen. Ich kann euch verkünden, dass die Beschlussfähigkeit erreicht wurde. Es sind genügend stimmberechtigte und wahlberechtigte Delegierte für die Vertreterinnenversammlung anwesend. Das heißt, wir können fortfahren. Zunächst müssen wir die Stimmberechtigung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer überprüfen. Ich bitte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre Stimmkarte mal kurz hochzuhalten. Und zwar wichtig, die dunkelgrüne Stimme. Die hellgrüne gilt jetzt nicht. So, die behaltet ihr jetzt mal kurz oben. Jetzt können sich mal alle so im Saal umdrehen und gucken, wer so Karten nach oben hält. Denn ich muss euch jetzt befragen, ob eine anwesende Person die Stimmberechtigung einer der anwesenden Personen, die gerade eine Karte hochhält, bezweifelt. Woran man das festmachen soll, weiß ich übrigens bis heute nicht so richtig. Aber vielleicht liegen euch Informationen vor, die der Mann-Latsprüfungskommission und dem Präsidium nicht vorliegen. Gut, ich nehme die Stimmkarte wieder runter. Ich frage, gibt es Einwände gegen die Stimmberechtigung einer der Personen, die eine Karte hochgehalten hat? Das vermag ich nicht zu erkennen. Das ist erfreulich. Damit sparen wir uns viel Aufwand hier vorne. So, dann müssen wir als nächstes ein Präsidium nochmal bestimmen. Und zwar würden wir euch aus pragmatischen Gründen vorschlagen, dass diejenigen, die gestern schon das Vertrauen der Landesversammlung bekommen haben, heute auch nochmal zum Präsidium für diese Aufstellungsversammlung vorgeschlagen werden. Das sind namentlich Gesa Busche, Petra Czajel-Sedi, Claudia Kreuzburg, Dr. Juliane Hundert, Britt Ionen, Anna Lanfermann, Valentin Lippmann, Dr. Gesine Mertens, Sophia Mielneck, Jennifer Petzl, Markus Scholz, Nicole Schreier, Dunja Schulze, Dr. Stefan Stach und Matthias Weiland. Gibt es dazu Änderungswünsche? Das vermag ich nicht zu erkennen. Dann bitte ich euch um das Kartenzeichen, wenn ihr damit einverstanden seid. Vielen Dank. Die Gegenprobe und die Enthaltungen. Damit ist das einstimmig. Jetzt bestehen einige wahlrechtliche Besonderheiten, die wir zu erfüllen haben. Zunächst bedarf es neben eines Präsidiums auch einer förmlichen Versammlungsleitung, also einer Versammlungsleiterin oder eines Versammlungsleiters. Der Landesvorstand schlägt vor, deswegen sitze ich jetzt hier gerade bei dem Formaljahr, dass ich die wahlrechtliche Versammlungsleitung für diese LDK, beziehungsweise für diese Vertreterinnenversammlung übernehme. Ich frage, ob es da andere Vorschläge gibt. Scheine nicht der Fall zu sein. Dann bitte ich euch, sofern ihr damit einverstanden seid, dass ich hier weitermache um euer Kartenzeichen. Dankeschön. Die Gegenprobe und die Enthaltungen. Das ist einstimmig. Dann dank das Präsidium und auch die Versammlungsleitung für das Vertrauen. Wir hoffen, dass wir das im Folgenden erfüllen können. Entsprechend des Bundeswahlgesetzes wird eine Schriftführerin und auch ein Schriftführer benötigt, die der anschließend die wahlrechtliche Niederschrift neben dem Versammlungsleiter bzw. der Versammlungsleiterin unterzeichnet. Hier würden wir euch aus pragmatischen Gründen vorschlagen, dass die Person, die das Protokoll führt, nämlich in der Gestalt von Jens Reichmann, auch die Schriftführerin-Position übernimmt. Ich frage auch da, ob es andere Vorschläge gibt. Das ist nicht der Fall. Dann stimme ich auch das ab. Wer dafür ist, dann bitte um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe, danke. Und die Stimmenthaltungen, auch das ist einstimmig. Jetzt kommen wir zu zwei etwas sensibleren Bereichen, nämlich zunächst bestellen wir Personen zur Versicherung an Eides statt. Neben dem Versammlungsleiter haben zwei Personen zur Versicherung an Eides statt. Gegenüber dem Landeswahlleiter Eides stattlich zu versichern, dass die Grundzüge des Landeswahlgesetzes eingehalten wurden, des Bundeswahlgesetzes in diesem Fall insbesondere, dass die Bewerberinnen ausreichend Gelegenheit hatten, sich und ihr Programm vorzustellen und dass die Wahlen geheim erfolgen und die Abgabe falscher eides stattlicher Versicherung ist ein Straftatbestand. Entsprechend ist das die einzige Position, die, wenn was schief geht, auch was auszuhalten hat. Von daher freue ich mich, dass sich Norman Volker und Lisa Stein bereit erklärt haben, sich dafür zur Verfügung zu stellen. Ich frage, ob es andere Wünsche dazu gibt. Ist nicht der Fall, dann stimme ich auch das ab. Wer damit einverstanden ist, dass Norman Volker und Lisa Stein Personen zur Versicherung an Eides statt sind, die bitte ich um das Kartenzeichen. Herzlichen Dank, die Gegenprobe. Danke und die Stimmenthaltungen, auch das einstimmig. Ja, und nun müssen wir noch eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson bestellen. Vertrauenspersonen sind diejenigen, die das nicht wissen, die so die Absprachen dann, wenn die Landesliste einmal eingereicht ist, mit dem Landeswahlleiter führen. Da geht es in der Regel um Beseitigung von kleineren Vormängeln, also eigentlich die Ansprechpartnerinnen darstellen. Sie haben allerdings ein Recht, auf das ich an dieser Stelle immer gerne hinweise. Durch gemeinschaftliche Erklärung der Vertrauenspersonen und der stellvertretenden Vertrauenspersonen kann ein kompletter Listenvorschlag unwiderruflich zurückgezogen werden. Und zwar ohne, dass wir darauf einen Einfluss haben. Deswegen heißen die auch Vertrauenspersonen. Wir sollten ihnen also vertrauen. Ich habe mir früher gesagt, wenn die sich dann irgendwann mal nach durchzechter Nacht kurz vor Einreichungsschluss in eine Kneipe setzen und der Überzeugung sind, am nächsten Tag zur Landeswahlleitung zu gehen und eine gemeinsame schriftliche Erklärung abzugeben, dass die Landesliste ihnen doch nicht gefällt, dann ist die weg und uns wird es schwerfallen, eine neue aufzustellen. Und ja, sowas hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Jetzt könnt ihr sagen, im Lockdown wird das schwierig, sich in einer Kneipe zu treffen und anschließend diese Entscheidung zu vollziehen. Dennoch weise ich darauf hin, dass dieses Recht besteht und dass ihr daher Personen vorgeschlagen sind, denen ihr hoffentlich auch vertraut, dass sie das nicht tun. Denn als Vertrauensperson sind vorgeschlagen Dr. Stefan Stach, unser Landesgeschäftsführer, das stellvertretende Vertrauensperson Anne Johannsen, Mitarbeiterin der Landesgeschäftsstelle. Ich frage, ob es dazu alternative Vorstellungen gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wenn ihr damit einverstanden seid, dass das die beiden Vertrauenspersonen bzw. Vertrauenspersonen die stellvertretende Vertrauenspersonen sind, dann bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe und die Enthaltungen. Dann habt ihr ein sehr großes Vertrauen als Vertrauensperson, nämlich ihr seid einstimmig. Dazu bestimmt. Herzlichen Glückwunsch. So, dann brauchen wir noch eine Wahlkommission. Wie schon gestern, diesmal etwas umfassender, weil wir dann zumindest bei der Schlussabstimmung auch schriftlich wählen werden und nicht mit den Abstimmungssystemen. Wir schlagen euch vor, dass die Wahlkommission aus folgenden Personen besteht. Diane Apitz, KV Landkreis Leipzig, Jens Bitzka, KV Bautzen, Anne Edelmann, KV Dresden, Anne Johannsen, KV Sächsische Schweiz-Oerst-Erzgebirge, Jens Reichmann, KV Landkreis Leipzig, Julian Dietze, KV Chemnitz, Stefanie Gruner, KV Leipzig, Karl-Niklas Lempert, KV Dresden, Andrea Pretretti, Landesgeschäftsstelle, Ulrike Preiß, KV Leipzig, Sidney Marek Schallis, KV Dresden, Clemens Schneider, KV Dresden, Dr. Stefan Stach, KV Leipzig, Teresa Weigl, KV Dresden, sowie ergänzend zum Vorschlag F1 noch Sascha Tümmler, KV Chemnitz. Gibt es weitere Wünsche zur Wahlkommission? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich euch um das Kartenzeichen, wenn ihr damit einverstanden seid. Vielen Dank, die Gegenprobe und die Stimmenthaltungen ist auch das einstimmig. Dann brauchen wir noch eine Wahlordnung für diese Aufstellungsversammlung. Hierzu liegt euch der entsprechende Antrag zur Wahlordnung vor. Die Wahlordnung regelt das komplette Präzedere der heutigen Aufstellungsversammlung. Für euch nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Sie sieht vor, eine Einzelwahl bis Listenplatz 9 vorzunehmen, ab Listenplatz 10 in ein Sammelwahlverfahren von je drei folgenden geraden oder ungeraden Listenplätzen überzugehen. Die Landesliste ist insgesamt auf maximal 15 Personen durch die Wahlordnung begrenzt. Die Redezeit pro Bewerberin, unser Bewerber hier vorne beträgt sieben Minuten beim erstmaligen Antritt. Unmittelbar nach der Vorstellung gibt es die Möglichkeit, für die Delegierten zur Aufstellungsversammlung Fragen hier vorne schriftlich einzuwerfen. Das Präsidium wird dann vier Fragen auslosen und diese verlesen. Anschließend erhalten die Bewerberinnen und Bewerber die Möglichkeit, in bis zu drei Minuten auf diese Fragen zu antworten. Sind keine Fragen eingeworfen, können diese drei Minuten auch nochmal zur freien Verfügung genutzt werden. Das ist grob skizziert die Wahlordnung. Es gab zwei Änderungsanträge zu dieser Wahlordnung. Der eine ist vom Landesvorstand selbst gestellt worden. Damit wird das elektronische Aufstellungsverfahren nochmal zur Sicherheit in die Wahlordnung eingefügt. Der ist übernommen worden, logischerweise durch den Landesvorstand. Und es gab einen Änderungsantrag von Sandro Zimmermann, der ist modifiziert übernommen worden. Und zwar wird in der Wahlordnung im entsprechenden Passus, der die schlechtliche Quotierung regelt, der Satz angefügt, auch für die geraden Plätze ist die Bewerbung von Frauen ausdrücklich erwünscht. Das sind die beiden Änderungen, die es zur Wahlordnung gibt. Die sind übernommen worden. Ich frage, ob es weitere Änderungswünsche und Änderungsanträge zu dieser Wahlordnung gibt und weise darauf hin. Mit Blick auch auf Entscheidungen der Verfassungsgerichtsbarkeit und des Wahlprüfungsausschusses des Sächsischen Landtages. Eine einmal beschlossene Wahlordnung wird während einer Versammlung nicht mehr geändert. Deswegen gilt jetzt entweder aufstehen oder für den Rest der Versammlung schweigen. Also zumindest zur Wahlordnung. Ich sehe keinen Änderungsbedarf und bitte daher um das Kartenzeichen, so wie der Wahlordnung zustimmt in der geänderten Fassung. Vielen Dank, die Gegenprobe. Und die Stimmenthaltungen. Bei einer Stimmenthaltung ist damit die Wahlordnung ohne Gegenstimmen bei überwiegender Zahl von Ja-Stimmen angenommen. Damit können wir nun fortfahren. Die Wahlordnung sieht, wie ich bereits erläutert habe, die Variante der Verwendung des elektronischen Abstimmungssystems. Das war übrigens erstmals bei einer Listenaufstellung für den Deutschen Bundestag hier. Die letzte haben wir 2017 noch im Hygienemuseum in Dresden mit Stimmzetteln gemanagt. Das war herausfordernd, vor allem als der Drucker für die Schlussabstimmung nicht funktionierte. Und es gibt noch diese schönen Bilder, wie ich mit so einer A0-Pappe hier vorne euch aufmale, was ihr auf ein A4-Blatt aufzuzeichnen habt. Wir drücken die Daumen, dass heute der Drucker funktioniert. So, dennoch, bis dahin werden wir mit dem elektronischen Abstimmungssystem vorgehen und dazu werden wir jetzt erneut eine Testabstimmung vorsehen, weil vielleicht der ein oder andere Person gestern nicht an der Versammlung teilgenommen hat, wo wir die Testabstimmung schon mal hatten. Und entsprechend bitte ich jetzt erst mal zunächst um die Einblendung, wie das Gerät funktioniert. Das werden wir jetzt nämlich noch mal kurz erläutern. Also ihr habt, sofern ihr euch das jetzt alle geholt habt, dieses Gerät hier bekommen. Es ist das Modell etwas unhandlichere Fernbedienung, wie ich es immer nenne, aber es funktioniert sehr gut. Grundsätzlich gilt, ihr müsst die Karte, die ihr ebenfalls dazu bekommen habt, in das Gerät in den seitlichen Schlitz einführen, damit das Gerät betriebsbereit gemacht wird. Danach, das werden wir jetzt gleich bei der Testabstimmung sehen, wird eine grüne LED dauerhaft leuchten, dann ist das System A freigeschaltet und B euer Gerät funktioniert. Wenn das System freigeschaltet ist, also Wahlgang eröffnet ist und ihr seht keine grüne LED, ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass irgendwas technisch nicht funktioniert. Wenn technisch irgendwas nicht funktioniert, meldet ihr euch bitte dadurch, dass ihr das Gerät hoch zeigt während des Wahlgangs. Dann wissen die Techniker hier, dass es ein Problem gibt, kommen zu euch und gegebenenfalls wird das geguckt, woran es liegt, beziehungsweise die Techniker werden euch ein neues Gerät dann zur Verfügung stellen. Anschließend, wenn der Wahlgang eröffnet ist, wählt ihr dadurch, dass ihr die entsprechenden Nummerntaste wählt. Ihr seht das dann immer hinten auf der Leinwand, also von euch aus gesehen vorne, was welche Nummer heißt. Es ist aber standardmäßig so, dass die 1 bei uns immer die Enthaltung ist und die 2 Nein und dann folgen in der Regel in alphabetischer Reihenfolge die antretenden Kandidatinnen. Ihr gebt ein, indem ihr die Zahl der Kandidatinnen drückt, die ihr haben wollt und dies anschließend mit der Enter-Taste, also auf der linken Seite bestätigt. Und dann kommt es jetzt darauf an, wenn nur eine Kandidate, also eine Einbewerberin oder Einbewerber gewählt werden kann, also bis zu den ersten neuen Listenplätzen, dann wird automatisch das oben rot, weil dann ist das System quasi gesagt, ihr habt keine Stimmen mehr abzugeben. Ihr könnt also auch nicht mehr Stimmen abgeben, als in dem Wahlgang zur Verfügung steht. Wenn später bis zu drei Personen im Sammelwahlverfahren gewählt werden können, dann könnt ihr dreimal diesen Vorgang hintereinander, also Taste drücken, bestätigen, nächsten Kandidatinnen und nächste Kandidaten drücken, bestätigen, nächste Kandidatinnen und Kandidaten drücken, nochmal bestätigen, dann läuft es erst rot. Gut, wenn ihr weniger Stimmen abgeben wollt, als Plätze zur Verfügung steht, dann lasst ihr das nach ein oder nach zwei Eingaben und dann empfehle ich euch aber, das Gerät verdeckt vor euch hinzulegen, sonst sieht eure Nachbarin oder euer Nachbar, dass ihr nicht alle Stimmen abgegeben habt. Das muss jetzt nicht schlimm sein, aber das ist natürlich aus Sicht des Wahlgeheimnisses etwas, was es gilt zu vermeiden, dass vielleicht jemand weiß, dass jemand nicht alle Stimmen abgegeben hat. Das nur als freundlich gemeinter Hinweis. Was nicht funktioniert ist, wenn ihr euch einmal für Nein oder einmal für Enthaltung entschieden habt und das Ganze eingegeben habt durch Enter, dann könnt ihr keine weiteren Kandidatinnen und Kandidaten mehr wählen. Also das System ermöglicht euch eigentlich faktisch nicht ungültige Eingaben, wie bei Stimmzetteln, wo man aus Versehen mal mehr Kreuze abgegeben hat, als zulässig waren. Ihr könnt, sofern ihr die Zahl eingegeben habt und sie noch nicht mit der Enter-Taste bestätigt habt, weil ihr euch geirrt habt, dass ihr jederzeit mit der Taste C revidieren und für den Fall, dass wir später mehr als, muss ich jetzt rechnen, mehr als acht, sieben Kandidatinnen haben, dann ist auch die Situation, dass, nee, wir haben die zehn, also mehr als acht Kandidatinnen haben, dann ist die Situation, dass man dies dann durch Eingabe von mehreren Zahlen, die entsprechende Zahl, die man wählen will, also durch zwei Einsen eine Elf eingibt und dann das Enter drückt. Das werden wir aber dann nochmal erläutern, sollte dieser Fall eintreten. Das ist, wie gesagt, so das Grundsätzliche, noch den Hinweis auf mögliche Fehlermeldungen, die ihr unten seht, wenn die rote LED blinkt, dann habt ihr die Chipkarte falschrum reingesteckt und wenn die grüne LED blinkt, die befindet sich die Chipkarte zwar drin, aber nicht korrekt im Abstimmungsgerät. Wie gesagt, wenn ihr irgendwo das Gefühl habt von technischen Problemen, dann meldet euch einfach, dann wird euch hoffentlich entsprechend dann geholfen werden. Ich frage, ob es erstmal zum grundsätzlichen Verfahren dieser elektronischen Abstimmung Fragen gibt, bevor wir in die Testabstimmung eintreten. Das sehe ich nicht. Dann würden wir jetzt auch in die Testabstimmung eintreten. Und zwar, ihr erinnert euch, beim letzten Mal, bei der letzten Aufstellungsversammlung haben wir euch gefragt, welche Farbe Dinos hatten. Jetzt fragen wir euch, mit welcher Farbe ihr euch am meisten identifiziert. Es sind alles Farben aus dem momentanen CI der Grünen. Also, mit welcher Farbe identifizierst du dich am meisten? Ist die Testabstimmung mit der 1 könnt ihr euch enthalten. Mit der 2 könnt ihr sagen, was soll die Frage? Nichts. Mit der 3 grün, mit der 4 gelb und mit der 5 magenta. Ja, das ist immer das Schöne, die Farbe gelb ist grün unterlegt und die Farbe magenta ist auch grün unterlegt, aber es geht darum, was dort steht. Also, mit welcher Farbe identifiziert ihr euch am meisten? Das ist jetzt die Testabstimmungsfrage. Und wenn es dazu keine Fragen gibt, würde ich jetzt den Wahlgang eröffnen. Dann frage ich mal, ob es technische Probleme irgendwo gibt. Hat jemand im Saal die Stimme noch nicht abgegeben? Scheint nicht der Fall zu sein, dann schließe ich den Wahlgang. Jetzt warten wir hier vorne auf das Ergebnis. Während das Ergebnis ausgeworfen wird, noch eine Erläuterung. Wir haben natürlich auch eine Mandatsprüfungskommission, weil die Frage vor uns kam. Das ist die Mandatsprüfungskommission, die euch im Antrag entsprechend auch formal ja Antrag benannt ist. Ich würde sie jetzt nochmal, weil sie ja auch geprüft hat, ob ihr entsprechend die Voraussetzungen nach dem Wahlgesetz erfüllt, um hier teilzunehmen, auch nochmal verlesen. Die Mandatsprüfungskommission besteht aus Anne Edelmann, KV Dresden, Julian Dietze, KV Chemnitz, Anne Johannsen, KV Sächsische Schweiz Ostärzgebirge und Andrea Petretti Landesgeschäftsstelle. Auch hier frage ich, ob es da Einwände gibt, beziehungsweise andere Vorstellungen. Und würde euch bei eurer Einverständnis nochmal mal ein Kartenzeichen bitten. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Danke und die Enthaltung. Danke, das ist auch einstimmig die Mandatsprüfungskommission bestätigt. Und wir warten. Dauert dann immer. Ach ja, das ist schon da. So, mit welcher Farbe identifizierst du dich am meisten? Interessant. Es haben sich fünf Personen enthalten. Es wurden 108 Stimmen abgegeben. Es gibt jetzt in dem Sinne ja kein Quorum. Fünf Stimmen haben sich enthalten. Fünf Personen, es gab 15 Nein-Stimmen. 51 sind der Meinung, mit Grün identifizieren sie sich am meisten. 13 meinen Gelb ist eine schöne Farbe. Und 24 finden Magenta ganz hübsch. So, wird das auch eingeblendet. Ihr seht das hier hinter mir. Und so wird das jetzt bei jedem Wahlgang ungefähr funktionieren. Ich frage jetzt nochmal, da das heute so ziemlich das ist, was wir am häufigsten tun werden, abstimmen, neben Reden zuhören und Fragen stellen, ob es dazu jetzt noch irgendwelche Fragen gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir jetzt erfolgreich alle Fragen miteinander erörtert, die hier erörterungsnotwendig waren und alle formal ja geklärt. Und können jetzt in die Landesliste eintreten und dazu übergebe ich für den Listenplatz 1 an Nicole. Vielen Dank. Damit rufe ich Listenplatz 1 zur Besetzung aus. Der Versammlungsleitung liegen für diesen Listenplatz 1 aktuell folgende Bewerbung vor, die von Dr. Paula Pechotter. Gibt es weitere Bewerbungen oder Vorschläge für diesen Listenplatz 1? Das kann ich nicht erkennen. Damit gibt es für den Listenplatz 1 eine Bewerbung von Paula Pechotter. Damit übergebe ich auch Paula das Wort. Paula, du hast jetzt sieben Minuten Zeit, dich vorzustellen. Im Anschluss gibt es direkt die Möglichkeit, vier quotierte Fragen an Paula zu stellen. Werft diese Fragen bitte schriftlich gut lesbar in die vorgesehenen Redeboxen ein. Danach wird Paula innerhalb von drei Minuten darauf eingehen. Paula, du hast damit das Wort. Guten Morgen in die Runde. Was für eine Woche. Es ist jetzt schon sechs Tage her, dass wir gesagt haben als Grüne, wir gehen mit Annalena in der Spitze in diesen Wahlkampf und die Euphorie ist trotzdem immer noch da. Und ich habe mir noch mal angeschaut, letzten Montag, viele von euch haben ja Bilder mit Annalena gepostet. Und diese Bilder, die waren fast alle aus unserem Landtagswahlkampf hier von vor knapp zwei Jahren in Sachsen. Und diese Bilder gab es überhaupt nur so, weil in diesem Landtagswahlkampf Robert und Annalena wirklich durch ganz Sachsen getourt sind. Von Plauen bis Zittau. Und die haben das gemacht für uns, weil sie gemerkt haben, hier geht es um etwas ganz Existenzielles. Und deswegen haben wir ja auch so einen krassen Wahlkampf gemacht. Und diesen Sommer geht es wieder um etwas ganz Existenzielles. Die Zukunft der Ökosysteme, die Rettung des Klimas. Ob wir diese Demokratie stabil kriegen im 21. Jahrhundert und diese Pandemie endlich beendet. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz spannend zu schauen, dass wir von all diesen großen Themen, die dieses Jahr verhandelt werden, in Sachsen meistens ganz besonders stark betroffen waren. Wenn wir uns die Veränderungen des Klimas anschauen. Sachsen ist mit am stärksten von allen Bundesländern betroffen, wenn es darum geht, wie stark war die Dürre. Bei uns sind nicht nur Unmengen von Bäumen gestorben. Wir hatten auch Dürfe in Sachsen, wo die Brunnen trocken gefallen sind, wo Wasser von woanders rangekarrt werden musste. Und auch Corona, auch da sind wir eine der am stärksten betroffenen Bundesländer. Und das sehe ich ja nicht nur bei mir in der Klinik, das ist ja trivial jetzt zu sagen, das sieht ja jeder Einzelne von uns jeden Tag. Jedes Mal, wenn du die Wohnung nicht verlassen kannst. Jedes Mal, wenn du nicht weißt, ob Montag die Schule offen ist oder zu, brennt sich ja ein, wie wichtig Politik ist. Und dass sie bis ins Privateste hinein einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, das ist nicht trivial, das hier nochmal so aufzuzählen. Weil Menschen sind ja so gestrickt, dass sie vor allen Dingen dann erst handeln, wenn sie fühlen. Und die großen Fragen unserer Zeit, die sind in Sachsen sehr spürbar. Und bei uns Grünen kommt dazu, wir waren ja vorher schon Menschen, die Sachen ändern wollten, weil wir wussten, dass sich was ändern muss. Jetzt kommt noch dazu, dass wir das alle auch noch am eigenen Leib erleben und zusammen fühlen und wissen. Führt dazu, dass wir maximal stärker motiviert sind, als jemals zuvor, dieses Land jetzt mal wirklich zu verändern. Und deswegen sind wir bis in die Haarspitzen motiviert und deswegen stehen wir so stark zusammen. Und dieses stark zusammenstehen, ich glaube, das liegt nicht nur daran, wie jetzt immer alle schreiben, dass wir so toll intern kommunizieren. Das liegt ja vor allen Dingen auch daran, dass du, egal ob du eine Grüne im tiefsten Erzgebirge bist oder in Leipzig, dass du weißt, wir müssen dieses Mal liefern. Weil uns bei der Klimakrise auch gar nicht mehr die Zeit bleibt. Und das schweißt uns zusammen und das schweißt uns übrigens auch zusammen mit vielen Bewegungen in dieser Gesellschaft weit über unsere Parteigrenzen hinaus. Denn wir alle wissen ja, Corona ist krass, aber diese Klimakrise wird krasser, wenn wir nicht endlich handeln. Und deswegen gehen wir in diesen Sommer und gehen wir in diesen Herbst mit einem ganz klaren klimapolitischen Kompass. Und es bedeutet nicht nur hier auf Deutschland zu schauen und hier die Emissionsreduktion einzuhalten, sondern das bedeutet eine starke globale Klima-Außenpolitik. Und das bedeutet dann sofort auch, dass du nicht zusammenarbeiten kannst mit einem Putin, der eine Pipeline baut gegen die Klimarettung und nicht zusammenarbeiten kannst mit einem Bolsonaro, der den Amazonas so abholst, dass es für uns als Weltgemeinschaft noch schwieriger wird, diese Weltproblemlage zu lösen. Und deswegen, lieber Ministerpräsident Kretschmer, stehen wir übrigens auch ganz eindeutig an der Seite aller Bürgerbewegungen, egal ob in Hongkong oder in Myanmar oder in Belarus, ich kann leider nicht alle aufzählen. Und neben diesen ganzen Großthemen hat ja jede und jeder Einzelne von uns auch noch so diese ein, zwei Herzensthemen, für die er in diesem Sommer kämpft. Und bei mir ist das ja definitiv Gesundheitspolitik. Allein schon, weil ich in den letzten Jahren dieses Gesundheitssystem von innen durchlebt habe. Und wenn du da wieder einen Dienst hattest, wo einfach viel zu viel zu tun ist und deine Kollegin am Ende dieses Dienstes einfach ganz spontan in Tränen ausbricht, weil sie einfach völlig fertig ist, dann kannst du gar nicht anders, als dieses Gesundheitssystem besser machen zu wollen. Und da gehört für uns dazu im Osten, gerade auch im ländlichen Raum, da wo die Dörfer besonders überaltert sind, da wo die Fahrtwege besonders lang sind, dass wir auch da die medizinische Versorgung aufrechterhalten, auch in 10 oder 20 Jahren. Da gehört dazu, dass wir ein Gesundheitssystem haben, was nicht mehr nur nach Menge bezahlt, sondern auch schaut, welche Qualität der Behandlung wird hier eigentlich geliefert. Und es ist auch ein Gesundheitssystem, was seinen Beschäftigten endlich Arbeitsbedingungen bietet, dass die, die andere gesund machen sollen, nicht mehr länger krank von ihrem eigenen Job werden. Jetzt habe ich so ein bisschen aufgezählt, was die Aufgaben und großen Fragen in diesem Jahr sind und man könnte so ein bisschen einknicken, weil man sagt, das ist ein riesen, riesen, riesen Projekt und es wird ein Kraftakt sondergleichen. Ich sehe aber ehrlich gesagt nicht, dass es irgendeine andere Partei gäbe, die das so leisten könnte. Egal, ob wir links von uns schauen oder rechts von uns schauen, sie sind ja wirklich alle mit sich selber beschäftigt. Alle. Die fallen ein Stück weit auch aus. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist es ja auch so, dass in den letzten Jahren uns viele Gewissheiten verlassen haben. Auch wir Grüne dachten ja, so eine Europäische Union, die bleibt vielleicht so groß oder sie wird noch größer, aber kleiner wird sie nicht. Natürlich war falsch. Auch wir Grüne dachten, ja gut, die Unionsparteien sind eigen, aber sie sind schon ein gewisser Stabilitätsanker für dieses politische System in diesem Land. Das würde nach den letzten Wochen auch niemand mehr so unterschreiben. Und wenn wir Grünen vielleicht auch was geglaubt haben über dieses Land, dass in diesem Land Logistik und Verwaltung funktionieren, und auch das ist so nicht mehr eindeutig wahr. Und deswegen vor diesem Hintergrund mit anderen Parteien, die ausfallen, mit vielen Gewissheiten, die wegfallen, eine nach der anderen, ist in diesem Sommer so besonders viel möglich für uns. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, diesen Sommer dafür zu nutzen, dass aus dieser einmaligen Möglichkeit auch handfeste Tatsachen wären. Handfeste Tatsache wäre zum Beispiel ein klimaneutrales Deutschland in der stärkeren Europäischen Union. Das können wir einlösen, wenn wir gut in diesem Sommer kämpfen und zusammenstehen mit Robert, mit Annalena, mit euch, mit den Sächsinnen und Sachsen. Und dann gibt es vielleicht auch bald mal wieder die Situation, wo jeder Einzelne von uns einfach mal wieder in den Tag hineinleben kann, ohne sich groß Sorgen zu machen, um das große Ganze, weil man weiß, Politik hat die Probleme unserer Zeit auf dem Schirm und kümmert sich. Und ich kann hier mein Leben leben. Das wäre es doch. Vielen Dank, Paula. Ich sehe schon, die Fragen werden schon gelost. Bisher gibt es drei Fragen. Gut, ich lese jetzt alle drei vorliegenden Fragen vor, dann hast du drei Minuten Zeit zu antworten. Frage Nummer eins, wie willst du die parteilichen Strukturen in den ländlichen Räumen stärken? Frage zwei, wie willst du die Parteistrukturen in den ländlichen Räumen stärken als Mitglied des Bundestages? Und die Frage drei, welche Maßnahmen siehst du, um die Berufe in der Pflege zu stärken und die Berufe attraktiver zu machen? Paula, du hast das Wort. Okay, ich fange mal mit der Pflege an, weil das, glaube ich, für mich die naheliegendere Frage ist. Pflege bedeutet, wir müssen den Pflegenden mehr Kompetenzen geben, weil nur wenn die Pflege ein Beruf wird, wo du auch aufsteigen kannst, wo du dich besser als heute weiterentwickeln kannst, wird der Beruf auch über die Dauer eines ganzen Arbeitslebens attraktiver. Wir müssen dafür sorgen, dass die Pflege besser für sich selber kämpfen kann in den verschiedenen politischen Ebenen. Da gehört sowas dazu eigentlich wie die Pflegekammer, die ja leider nicht sehr leicht umzusetzen ist. Aber dass die Pflege auch in den politischen Prozessen eine eigene Stimme bekommt, ist super wichtig. Und dann geht es natürlich um bessere Tarifverträge. Wir standen kurz davor, jetzt in der Corona-Krise einen unglaublich verbesserten Altenpflegetarifvertrag zu bekommen. Der ist leider an der Caritas gescheitert. Und das sind die drei wichtigsten Punkte aus meiner Sicht zusammen mit interprofessionellen Teams, die besser zusammenarbeiten, um die Pflege zu stärken und diesen Beruf attraktiver zu machen. Und ja, wenn dann auch noch die Arbeitszeiten pro Woche sich verkürzen, wie wir das im Bundestagswahlprogramm wollen, dann hilft es sicherlich auch. Aber die meisten sagen dir, es liegt wirklich an diesen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und an der Qualität des Alltags, auch Stationen oder im Altenheim. Und jetzt zu den Parteistrukturen im ländlichen Raum. Ich habe immer gesagt, wir Grüne tun, glaube ich, gut daran, organisch zu wachsen und wir wachsen organisch. Und dass ihr jetzt auch so viel mehr im ländlichen Raum seid, das ist ja nicht, weil wir irgendein Programm beschlossen haben und dann haben wir irgendwo Büros hingesetzt und dann ist das quasi ganz automatisch gekommen. Strukturen sind nur nachhaltig, wenn sie organisch wachsen. Und deswegen müssen wir dahin schauen, wo wir heute schon im ländlichen Raum stark sind. Und in jedem Dorf, wo es eine große Schweinemastanlage gibt oder wo der Flughafen daneben ist und viel leer macht, da sind wir ja heute schon stark. Und wir müssen unsere Themen im ländlichen Raum einfach noch viel besser und spürbarer kommunizieren. Und dann werden wir da wachsen. Und natürlich werden wir dafür sorgen, dass es auch eine persönliche Bürostruktur in den ländlichen Räumen gibt. Und mit mehr Abgeordneten wird es dafür auch mehr Möglichkeiten geben. Das ist ganz klar. Und der Rest ist, glaube ich, in den guten, verantwortungsvollen Händen unseres Landesvorstands, weil es gibt ja immer noch eine sehr starke Trennung zwischen dem, was so eine Partei finanziert und dem, was man mit Fraktionsmitteln machen darf. Und ich glaube, da tun wir gut daran, das beizubehalten. Wenn ich jetzt noch ganz kurz Zeit habe, würde ich einfach noch mal kurz Monika danken wollen. Ich habe immer viel über Monika gehört und dann habe ich sie irgendwann beim Stammtisch Süd in Leipzig kennengelernt. Und ich glaube, das ist eine der uneitelsten Menschen in der Politik, die ich da jemals erlebt habe. Und super ehrlich und super geradlinig. Und ich weiß, dass nicht alle von euch wahrscheinlich sagen, Monika war immer toll. Aber ich kann euch nur sagen, Monika ist eine unglaublich aufrichtige, ehrliche Person, die mir in den letzten Wochen auch viel geholfen hat. Und vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank auch an Stefan. Vielen Dank auch an Wolfgang. Vielen Dank. Gut, damit treten wir in das Wahlverfahren ein und starten mit dem ersten Wahlgang. Dafür nutzt ihr eure Abstimmungsgeräte und ihr habt drei Möglichkeiten, wie ihr abstimmen könnt. Die sind hier auch noch mal für alle sichtbar. Mit der 1 enthaltet ihr euch, mit der 2 stimmt ihr mit Nein und mit der 3 stimmt ihr für Paula. Um gewählt zu werden, benötigt Paula mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Sollte das nicht der Fall sein, würden wir dann gegebenenfalls in einen zweiten Wahlgang starten. Wenn es Probleme bei der Abstimmung gibt, macht euch sichtbar, damit unsere Techniker euch helfen können. Ich kann nicht erkennen, dass es Probleme gibt, hat jemand noch nicht abgestimmt und benötigt noch etwas Zeit. Auch das kann ich nicht erkennen, damit würde ich diesen Wahlgang schließen. Und wir warten kurz auf das Ergebnis. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. für die Zukunft. Das ist die Hauptsache Ihres Kongress. Das ist die Hauptsache, die Ihre Ambition auf sehr hohe Ziel in der Bundestag. Die Ambition der Verantwortung für die Regierung auf der FED. Ich bin überzeugt, dass mit Ihrem Entwizidem und Motivation zu arbeiten, diese Teile und Ambitionen haben wir, dass Sie einen Erfolg haben. Das ist nicht nur ein Erfolg von saksoischen oder niemieckischen Zielen, sondern ein Erfolg unserer zielonej europäischen Familie. Ihr Erfolg in den wählen und in den Rheinland-Federn sind eine neue Zielone-Falte in der ganzen Europa. Zieloną Falę, tak potrzebną dzisiaj w Czechach, Norwegii, Francji czy w Polsce. Trzymam zatem mocno kciuki za Wasze zwycięstwo w nadchodzących wyborach oraz życzę Wam udanej dyskusji. Jesteśmy z Wami. Dla Europy, dla przyszłości. Powodzenia. So, uns liegt ein Ergebnis vor. Es wurden 110 Stimmen abgegeben. Das Forum liegt bei 56 damit. Es gab 3 Enthaltungen, 16 Nein-Stimmen und 91 Ja-Stimmen. Damit wurde Paula Pechotta mit 82% gewählt. Liebe Paula, nimmst du die Wahl an? Applaus Damit kommen wir zum nächsten Listenplatz und ich übergebe wieder an Valentin. Vielen Dank, liebe Freunde und Freunde. Noch ein Hinweis, zwei kleinere Hinweise. Das war das mit den Gratulationen etwas gedämpfter als sonst üblich aus den pandemischen Gründen. Das bitten wir auch beizubehalten. Also größere Gratulationstrauben oder Ähnliches ist leider heute nicht möglich. Ihr werdet sicherlich im Laufe der Versammlung die Möglichkeit haben, auch beispielsweise in den vorderen Räumlichkeiten zumindest an gewissen Abstand den Gewählten dann zu gratulieren, aber die üblichen, wie heute Morgen das so schön Gesine formuliert an der Präsidiumsvorbesprechung, in entsprechend protokollarischer Mächtigkeit absteigender Zeremonien von Gratulierenden bitten wir heute möglichst zu unterlassen. Des Weiteren möchte ich nochmal auf die Redezeitanlage hinweisen, bevor wir jetzt in den zweiten Listenplatz kommen, weil ihr seht immer, wie viel Redezeit ihr noch habt in diejenigen, die hier vorne reden. In diesem Redepult ist eine Uhr, die runter zählt, wie viel Redezeit ihr habt. Wir können das von hier steuern. Diese Uhr hat die entsprechenden sieben Minuten oder dann drei Minuten bei der Beantwortung der Frage, die wir euch da drauf auch drauflegen. Und sie beginnt ab eine Minute vor Ende wird die Uhr selber gelb, also die Ziffern auf der Uhr, dann wisst ihr, dass ihr noch eine Minute habt. Euch wird aber dauerhaft angezeigt, wie viel Redezeit ihr noch zur Verfügung habt. Deswegen nochmal der Hinweis, wir werden das sehr, sehr stringent hier durchhalten und auch relativ stringent dann dafür sorgen, dass ein Redebeitrag nach sieben Minuten zum Ende kommt. Das haben wir ja gestern Abend schon alles erläutert. Wir würden es an der Stelle, ohne dass es dafür jetzt Anlass gab, sondern nur, wo wir es nochmal klargestellt haben, hier deutlich auch und stringent handhaben. Nicht nur aus Gründen des Infektionsschutzes, sondern natürlich auch aus Gründen der Gleichbehandlung der Kandidatinnen und Kandidaten. So, liebe Freundinnen und Freunde, ich rufe damit Listenplatz 2 zur Besetzung auf. Der Versammlungsleitung sind für diesen Listenplatz derzeit die folgenden Bewerbungen bekannt. Bernhard Herrmann, Anette Jaguila, Dennis Korn, Enrico Kunze und Matthias Vialon. Ich frage, ob es weitere Bewerbungen gibt. Das ist eine Meldung. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Dennis Korn zieht seine Bewerbung zurück für das Protokoll. Entsprechend frage ich es, ob es weitere Bewerbungen gibt. Damit schließe ich die Bewerbungsliste und stelle fest, dass sich Bernhard Herrmann, Anette Jaguila, Enrico Kunze und Matthias Vialon auf den Listenplatz 2 bewerben. Wir treten damit in die alphabetische Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten ein. Ihr habt wieder die Möglichkeit, unmittelbar nach der Vorstellung einer jeden Person hier Fragen zu stellen beziehungsweise auch bereits während des Redebeitrags die Fragen hier einzuwerfen. Wir werden dann bis zu vier Fragen ziehen und dann gibt es die drei Minuten zur Beantwortung und dann erfolgt die Vorstellung des nächsten Bewerbers oder der nächsten Bewerberin. Und somit rufe ich jetzt Bernhard Herrmann auf. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, wir werden auch aus Sachsen viel stärker in den neuen Bundestag einziehen. Und ich bin überzeugt, das werden wir in großer Vielfalt tun. In der Vielfalt der Themen ebenso wie in der Vielfalt der Personen, die diese in jeweils eigener Art und Weise verkörpern. Und es braucht auch die Vielfalt der Regionen, die wir kennen und vertreten. Schnell vor Ort werden wir sein müssen, wenn wir gefragt und gefordert sind. Und das wird so sein, wenn wir uns anschicken, dieses Land in Richtung Zukunft, in Richtung wirklichen Klimaschutz zu verändern. Ich möchte gern Teil dieser Vielfalt sein und bewerbe mich mit Voten von vier Kreisverbänden und der LAG Klima und Energie. Ich möchte heute mit euch die politische Reise dafür durch Sachsen beginnen und starte 20 Kilometer südlich von Leipzig. Vor etwas mehr als vier Jahren hatte die Umweltbewegung zusammen mit uns Grünen zu einer symbolstarken Pflanzaktion in den Kirchgarten von Pödelwitz geladen. So haben wir dort Osterglocken gepflanzt, ein Beet als Andreas Kreuz, als Zeichen des Widerstandes gegen das Abwagern von Pödelwitz, als Zeichen für Klimaschutz. Es war schönes Wetter, die Stimmung war gut, auch die Medien waren da und trotzdem schien das alles irgendwie hoffnungslos. Die MIBRAG zerstörte die Häuser, die Kohlebagger rückten an den Ort und gruben ihm das Wasser ab. Die MIBRAG war entschlossen, nun auch noch dieses Dorf der Braunkohle zu opfern, entgegen jeder energiewirtschaftlichen Notwendigkeit. Doch was dann geschah, das war richtiger Aufbruch. 2018 war ich in Klimacamps im Rheinland, aber auch im Hambi und auch in Pödelwitz. 2019 dann unser grüner Wahlerfolg mit Katja und Wolfram und die Koalitionsgesprächen, mit denen wir Grüne es schwarz auf weiß hatten, Pödelwitz bleibt. Auch ich war Teil des Verhandlungserfolgs. Das, was ich jetzt kurz vor Ostern, als ich wieder im Pödelwitz war, spürte, war im Frühling 2021 wirklich wie Aufbruch zu neuem Leben. Mein Dank gilt an der Stelle zuallererst dem Bleibewilligen im Ort um Jens Hausner, der immer so viel Zuversicht und Mut ausstrahlt. Dank aber auch an die große, lautstarke, junge Klimabewegung. Ohne euch wäre das nie möglich gewesen. Und liebe Freundinnen und Freunde, auch wir Grüne dürfen stolz sein auf diesen Etappensieg, den wir im Schulterschluss mit der Klimabewegung erreicht haben. Aber der Kohleausstieg ist erst geschafft, wenn wir mehr Sonne und Wind ernten können und für dreckigen Kohlestrom kein Dorf mehr weichen muss und kein großer Tagebau mehr aufgemacht werden soll wie jetzt in Turo. Ganz konkret für den Ausbau der Erneuerbaren möchte ich mich einbringen. Denn es ist nötig, zur Einhaltung des 1,5 Grad Klimapfades von Paris die Kohlekraftwerke viel schneller abzuschalten bis spätestens 2030. Zu sehen, was an Fortschritt in Sachsen schon passiert, setzen wir die Reise fort. Mit Bus und Bahn nach Südwest-Sachsen unterwegs stellen wir schnell fest, wie wichtig besserer Nah- und Fernverkehr sind. Von Pötelwitz bis Zwickau 70 Kilometer zwei Stunden Fahrzeit zweimal umsteigen ist einfach nicht hinnehmbar. Und das beschreibt die Situation in viel zu vielen Teilen Sachsens, gerade im ländlichen Raum. Schüler machen mit dem Bus halbe Weltreisen bis zur nächsten Schule. Alte Menschen müssen das Taxi nehmen, um zum Arzt zu kommen. Das muss anders werden. Und es darf nicht so bleiben, dass in Südwest- und Ostsachsen jahrzehntelang kein Fernzug zu sehen ist. Auch wir sind hier gefordert als Grüne. Liebe Freunde und liebe Freunde, angefangen in Südwestsachsen in dem handwerklich mittelständisch industriell geprägten Raum finden wir kräftigen technologischen Aufbruch. Innerhalb weniger Jahre wurde die Autoproduktion in Zwickau komplett auf Elektromobilität umgestellt. Im Jahr 2020 wurden 60 Prozent aller in Deutschland produzierten Elektromobile in Zwickau, Leipzig oder Dresden gebaut. Genauso beachte ich auch die Akkuproduktion in Karmens mit jährlich 1,5 Millionen Einheiten. Und das ist Zukunft für Menschen im Land, für Familien, für Jung und Alt. Nein, liebe Freundinnen, elektrische Autos sind nicht die Lösung für unsere Verkehrsprobleme. Aber wohl ein Baustein dazu. Denn sie können mit Effizienz Chancen fürs Carsharing und bewussterem Nutzungsverhalten zum Gelingen der Verkehrs- und Energiewende beitragen. Auf jeden Fall ist es aber ein Zeichen, dass Veränderung gelingt. Ein wichtiges Zeichen für alle, die noch zögerlich sind. Und ein wichtiges Zeichen gegen Antidemokraten, die mit Veränderungsangst Menschen für ihre kruden Ziele missbrauchen. Und auch da weiß ich von Plauen über Schneeberg bis Chemnitz und Leisnig sehr wohl, wovon ich rede. Aber zurück zur Innovation. Denn hoffnungsvoll ist auch die in Dresden, Hohenstein, Ernstthal und Chemnitz Fahrt aufnehmende zweite Solarrevolution. Wenn in Dresden und Chemnitz noch zwei der wenigen deutschen Solarmodulhersteller überlebten, dann haben sie jetzt auch weiter Zukunft. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die hier hergestellten Anlagen auch wieder viel mehr bei uns zum Einsatz kommen. Wir werden gegen die Klimakrise aktiv angehen. Dazu gehört der engagierte Zubau bei Sonnen- und Windenergie. Auf jedes neue Dach gehört ganz selbstverständlich eine Solaranlage. Aber auch auf den Bestand. Dazu passt, dass der Solarmaschinenbauer aus Hohenstein gerade die Solarfabrik in Freiberg wiederbelebt. An solche Zeichen der Veränderung können wir anknüpfen. Und genau deshalb wird es uns Bündnisgrün gelingen, den Aufbruch positiv zu besetzen. Ein weiteres meiner Ziele aber ist auch der Stopp der massiven Flächenversiegelung, des Flächenfraßes, der Natur und Landwirtschaft so viel wertvolles Grün entzieht. Dass es besser geht, das zeigen doch erfolgreich belebte Brachen, wie beispielsweise das tolle Klinkerbauwerk des Wasserbaus in Flöhr. Aber wir haben hier in allen Kommunen noch so große Potenziale der Innenentwicklung, die es zu nutzen gilt, und erreichen damit zwei Ziele. Zum einen gelingende Stadt- und Ortsentwicklung und auf der anderen Seite den Schutz der Natur. Wir müssen dazu finanzielle Fehlanreize und Zwänge beseitigen. Und genau das möchte ich auch im Bund aus bewegen für unsere Region. Zudem sollten wir als Grüne Vorbild sein. Wir denken Stadt und Land als Region gemeinsam. Denn nicht im Gegensatz von Stadt und Land, sondern im Miteinander werden wir uns zukunftsfähig aufstellen. Mit Sachkunde und gelingender Kommunikation erreicht man Köpfe und Herzen. Und ich finde Bereitschaft zur Veränderung immer dann, wenn die Notwendigkeit verstanden oder der Wandel als Gewinn erfahrbar wird. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, nach 16 nahen politischen Stagnationen unter der CDU braucht es jetzt Aufbruch und Veränderung kein weiter so. Dabei nehmen wir die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit mit, Wandel mit menschlichem Maß, sozial gerecht, vielfältig, mit echten Klimaschutz. Dann werden wir die Grundfesten der Demokratie wieder stärken. Unsere kleine Reise hat jetzt knapp sieben Minuten gedauert. Der viel größere Teil liegt noch vor uns. Angekommen sind wir nicht. Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit euch und mit Annalena als Kanzlerkandidatin die Aufgaben anzupacken. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, ja, die Farbe der nächsten Jahre ist grün. Verschieden schattiert und vielfältig in den Tönen, aber deutlich grün. Bitte kommen wir zum Schluss. Vielen Dank. Vielen Dank, Bernhard. Wir losen jetzt vier Fragen. Das ist soll. Da wird tatsache jetzt mehr Fragen haben, als zur Verfügung stehen. Lose ich hier vorne mal schnell. Wie immer. So, Bernhard, es liegen folgende Fragen vor. Lydia Engelmann aus dem schweizosterzgebirge. Wie willst du den Kampf gegen rechts im ländlichen Raum stärken? Jens Bitzka, KV Bautzen. Welche Perspektive siehst du für Beschäftigte in der Kohleverstromung bei einem schnellen Ausstieg aus der Braunkohlenutzung? Und wie willst du diese mitnehmen? Karl Niklas Lempert, Kreisverband Dresden. Wie willst du die grüne Jugend in deine Arbeit als Bundestagsabgeordneter einbeziehen? Und die vierte Frage ist von Nino Haustein, Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Wie willst du LGBTQIA im ländlichen Raum stärken? Gut, dann würde ich mit der letzten Frage beginnen. Das Aussprechen, LSBTIQ ist bei uns im Wahlprogramm als Begriff dazu hinterlegt. Wichtig dafür ist, und gerade für den ländlichen Raum ist es ganz essentiell, dass wir in die Breite gehen. Beratungsstellen gibt es dafür in den großen Städten und im ländlichen Raum noch gar nicht. Das müssen wir stärken oder aber die Anbindung und das Hinkommen in die Städte an die Beratungsstellen verbessern und ermöglichen. Ansonsten ist in unserem Wahlprogramm schön beschrieben, worum es dabei geht. Den Menschen gegenüber Selbstbestimmung, Teilhabe und Gerechtigkeit zukommen lassen. Das muss Grundlage sein. Und da gibt es so viele Dinge, die haarstäubend sind heutzutage. Wenn ich sehe, dass zum Beispiel immer noch ein Blutspendeverbot für homosexuelle Männer besteht, ich jedes Mal, wenn ich Blutspenden gehe, diesen Bogen ausfülle und das feststellen muss. Wir wollen deswegen ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen, das zum Beispiel auch das unsägliche Transsexuellengesetz ablöst. Es muss aufhören, dass Behandlungen und nicht medizinisch notwendige Operationen an intergeschlechtlichen Kindern stattfinden. Das ist eigentlich ein Unding im jetzigen Jahrhundert. Selbstbestimmungsstärken gehört dazu. Das ist zu dem Themenfeld vielleicht mal kurz angerissen. Ansonsten haben wir Experten im Bundesrat wie Sven Lehmann im Bundestag, die diese Themen sehr viel stärker noch vertiefen können gegenüber mir. Der ländliche Raum oder besser gesagt der Kohleausstieg von Jens Pitzker, die Frage. Wir haben dort, auch als wir in Pödelwitz waren, intensiv als LHG, wir waren als LHG dort gewesen vor Ort, das Gespräch gesucht mit den Gewerkschaftern, die genau diese Frage an uns immer wieder stellten. Sie haben verstanden, dass die Kohle enden wird. Die wussten viel besser, als die Politik das verstanden hat, dass es zu Ende geht. Auch die Herren der IG BCE, die dort an dem Pult mitstanden. Sie wollen von uns trotzdem eine Antwort haben, was wird darauf werden. Und das zu Recht. Und ich habe mich sehr gefreut. Es war hinterher gelungen, als wir sie in ihrer Lebens- und Arbeitswirklichkeit abholten. Als sie sie dort abholten, wo sie selbst merkten, okay, auch die neue Energiezeit kann spannende Aufgaben für mich geben. Und das war es gewesen. Und das, denke ich, ist wirklich naheliegend. Warum soll man dort nicht eine Energieregion machen, die naturverträglich, wie es seit Jahrhunderten im Erzgebirge ist, dass Natur und Kulturlandschaft noch gut zusammenpassen? Das ist doch kein Widerspruch. Auch ein großer Solarpark kann auf Kippenflächen beides verbinden. Der kann wertvolle Naturflächen und gleichzeitig Energieerzeugung verbinden als einen Punkt. Ansonsten aufhören, blödsinnige Autobahnen zu bauen und wirklich das den Menschen vor Ort bringen, was man mit den Konversionsgeldern anstellen kann an Positiven. Ich habe keinen Stift bei. Könnt ihr mir bitte die Frage ganz kurz andeuten nochmal, die anderen zwei? Sorry. Die grüne Jugend und... Grüne Jugend, ja. Grüne Jugend. Sie haben wunderbare Gespräche. Und gerade zu dem Thema, wo ich jetzt die erste Antwort gebracht habe, bin ich sowas von geprieft worden von euch jungen Leuten. Und da danke ich mich ganz, ganz herzlich dafür. Ich habe selbst Kinder zwischen 20 und 30 Jahre, die in der Dresdner Neustadt wohnen. Der eine macht Jugendhilfe, der 20-Jährige zurzeit. Bitte kommen wir zum Schluss. Und Einladung, ich bin sehr offen für die Themen, die ihr an mich herantragt. Dankeschön. Tut mir leid für eine. Vielen Dank, Bernhard. Kleiner Hinweis, nehmt einen Stift mit nach oben, wenn ihr hier steht. Ich leg meinen her am besten, ich leg meinen hin. Damit kommen wir in den nächsten Teil der Vorstellung. Und das Wort erhält Annett Jagieler. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, wir alle hier und viele Menschen da draußen wissen, dass es in den nächsten Jahren viele Veränderungen geben wird. Ein Strukturwandel, der mehr bedeutet als der Kohleausstieg im mitteldeutschen Revier oder in der Lausitz. Ein Strukturwandel, der alle Unternehmen, das Handwerk, Vereine, Verbände, Kommune, unser aller Lebensbereiche und Arbeitsbereiche betreffen wird, hin zu mehr Klimaneutralität, Nachhaltigkeit. Am Montag haben wir Annalena Baerbock zu unserer ersten bündnisgrünen Kanzlerkandidatin gewählt. Und mit den Reaktionen ist mir klar geworden, es geht überhaupt nicht mehr um das Ob, es geht nur noch um das Wie. Wie schaffen wir das mit der Energiewende, der Agrarwende, der Verkehrswende, wie schaffen wir mehr Gleichberechtigung in den Parlamenten und in den Vorständen, mehr Solidarität und mehr Zusammenhalt? Wie schaffen wir diese Übergänge? Wie kriegen wir das hin? Das ist die Frage, die uns momentan beschäftigt. Meine Antwort darauf, und deswegen kandidiere ich heute hier für Platz 2, ist folgende. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir neue Bündnisse brauchen, neue Bündnisse suchen und aufbauen müssen. Im ländlichen Raum, mit den Menschen im ländlichen Raum, mit den Kommunen, mit den Handwerkerinnen und Handwerkern, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern dort. Denn auf die wird es ankommen. Vieles von dem, was wir umsetzen wollen, findet genau dort statt. Dort wächst das Biogemüse, was wir brauchen. Dort werden noch mehr Solaranlagen und Windkrafträder stehen, für die Energiewende, für mehr grünen Strom. Dort sitzen die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Handwerker, die oft über Funklöcher und lahmes Internet fluchen und nicht arbeiten können. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe heute hier und bewerbe mich um Platz 2, um mit euch Klinkenputzen zu gehen. Dort, wo wir Menschen noch nicht erreicht haben. Bisher. Und ich weiß, dass das klappen wird. Nicht nur, weil wir jede Menge Ideen und Vorschläge in unserem Wahlprogramm haben. Die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Ideen, Liegenschaften des Bundes den Kommunen zu übergeben, damit wieder Orte des Zusammenlebens entstehen können. Den Fernverkehr besser anbinden. Wir haben viele Ideen. Ich weiß auch, dass wir erfolgreich sein werden, weil ich es schon einmal erlebt habe, wie es richtig gut gehen kann. Und zwar bei der Oberbürgermeisterinwahl in Görlitz, wo wir 28 Prozent geholt haben. 28 Prozent, weil wir uns aufgemacht haben, zugehört haben, extreme ausgehalten haben, den Dialog gesucht haben, die Lebens- und Arbeitserfahrung der Menschen ernst genommen haben, ihre Ideen mitgenommen haben, neue Ideen entwickelt haben und Lust gemacht haben, Politik zu gestalten. Wir können das. Wir haben es gezeigt. Und ich weiß, wir werden erfolgreich sein. Nicht nur in Ostsachsen, nicht nur in Görlitz. Ich stehe heute hier, weil ich Politik in den ländlichen Räumen in ganz Sachsen machen möchte. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stamme aus einer Familie, die mit Politik nicht viel am Hut hatte. In unserem Bücherregal standen keine Bücher von wichtigen Politikern oder vom Bundestag, aber ein Buch über die Vögel der Oberlausitz. Ich stamme aus einer Landwirtschafts- und Arbeiterfamilie. Mein Vater hat mir viel über die Landwirtschaft und über die Natur beigebracht. Mit meiner Mutter habe ich zwei Restaurants und eine Pension aufgebaut. Mitdenken war der Anfang jeder jagilischen Belehrung. Mitdenken, was das, was ich tue und mache, für Auswirkungen hat auf andere und anderes. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen gerne in unseren Dienst stellen. Ich bin Übersetzerin, ich bin Netzwerkerin und ich bin eine Mutmacherin. Ich habe viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Ich komme nicht nur aus einem Familienunternehmen. Ich war auch Solo-Selbstständig und ich habe viele Jahre für einen internationalen Konzern gearbeitet. Hier in Deutschland, in den USA, im Iran. Ich kenne die Sprache der Wirtschaft. Ich weiß um ihren Wert. Ich weiß, wie wichtig die Wirtschaft ist in den nächsten Jahren und wie wichtig es ist für uns, an unseren Zielen festzuhalten und einzufordern, was jetzt dran ist. Als KV-Sprecherin in Görlitz suche ich regelmäßig den Austausch mit dem Handwerk. Als Mitglied des Landesvorstands unterstütze ich aus tiefstem Herzen, dass wir endlich einen Wirtschaftsbeirat hier in Sachsen gründen, um diesen Austausch regelmäßig durchzuführen. Liebe Freundinnen und Freunde, Netzwerken klingt so neudeutsch, klingt so hip, ist das, was wirklich gerade im ländlichen Raum wichtig ist. Die Menschen zusammenzubringen, die richtigen Leute zusammenzubringen, die Ideen zu verknüpfen und zu verbinden. Damit was wachsen kann, sich was verwurzeln kann, über die Projektförderung hinaus, damit was stark werden kann, das ist das, was wir dort brauchen. In Zeiten, wo die SPD abzieht, die Linke auch und die CDU ihr Vertrauen verspielt hat. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein und die Menschen verbinden mit unseren Ideen und mit dem, wie wir helfen können. Ich habe das im Rahmen meiner Landesvorstandsarbeit versucht, hier im Landesverband, Frauennetzwerk, Mentoringprogramm, Kommunalinetzwerk mit initiiert und auf die Schiene gebracht, weil ich weiß, auch wir können viel voneinander lernen. Wir müssen das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Wir können uns so gut unterstützen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß, der Politikbetrieb ist vielseitig. Ich habe im Bundestag gearbeitet für eine Landtagsabgeordnete. Ich weiß, wie Kommunalpolitik geht. Ich weiß, das ist manchmal verwirrend. Aber ich werde nicht müde, diese verschiedenen politischen Ebenen zu erklären und Mut zu machen, sich trotzdem einzubringen. Fragen zu stellen im Kreistag, im Gemeinderat. Das ist mühsam, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Aber ich werde das nicht aufgeben. Ich stelle meine Erfahrung, meine Kraft und meine Leidenschaft gerne in unseren Dienst. Vielen Dank. Vielen Dank, Annett. Es gibt jetzt hier noch einen kleinen Andrang an der Fragebox. Wir würden da ja noch mal 20 Sekunden warten, um allen die Chance zu geben, Ihre Frage zumindest einzuwerfen. Gut, dann werden wir jetzt die Fragen ziehen. Es sind vier Fragen noch genau eingeworfen worden. Frage 1 von Henriette Mehn, KV Dresden. Was wird dein spezifischer Beitrag als Bundestagsabgeordnete zur Vernetzung vor Ort in den ländlichen Räumen sein? Frage 2 von Dunja Schulze, Kreisverband Erzgebirge. Was hat dich dazu bewegt, den ungewöhnlichen Weg zu gehen, dich auf Platz 2 zu bewerben und nicht auf Platz 1 oder 3? Frage 3 von Katja Meier, KV Meissen. Mit welchen Ideen und Maßnahmen willst du es schaffen, dass Frauen wieder zurück in die ländlichen Regionen kommen bzw. diese Regionen nicht verlassen? Und Frage 4 von Nino Haustein, Sächsische Schweiz, Ost-Erzgebirge. Wie willst du den Kampf gegen rechts auf dem Land stärken? Janett, du hast drei Minuten zur Beantwortung dieser Fragen. Ja, vielen Dank für diese schönen Fragen und diese sehr wichtigen Fragen. Wie will ich den Kampf gegen rechts im ländlichen Raum stärken? Das tue ich bereits. Das tue ich, indem ich zum Beispiel das Ostritzer Friedensfestival unterstütze. Da sein, Gesicht zeigen, Flagge zeigen, unterstützen, wenn es Fragen gibt, vernetzen, suchen, wie man mit Ressourcen oder mit Ideen auch so ein Festival unterstützen kann, es sichtbar machen. Es sichtbar machen in dieser Republik. Nein, in Ostsachsen gibt es nicht nur Rechte. Es gibt Leute, die sich jeden Tag auf die Straße stellen und dafür kämpfen, dass auch dort Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Vielfalt ist. Und wisst ihr, wie verdammt schwer das ist? Verdammt schwer. Mir fällt noch was ein, Nino, was auch wichtig ist und wahnsinnig viel Arsch in der Hose verlangt. Die dummen Witze kontern, die kommen. Die Altherrenwitze. Na ja, der Neger, der kam von dort und dort. Ach na ja und so weiter. Das ist alles noch gang und gäbe im ländlichen Raum zum Teil. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Nicht alles ist romantisch schön. Nicht alles erfährt man bei einem Weihnachtsbesuch zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber dann aufzustehen und zu sagen, das ist nicht witzig. Es geht hier um Menschen. Das ist das, was Rückgrat ist, was wichtig ist. Wie will ich beitragen, dass Frauen nicht weggehen oder zurückkommen? Vorbild sein. Vorbild sein und zeigen, dass wir Frauen da sind. Deshalb unterstütze ich das Lausitzer Frauennetzwerk. Deshalb unterstütze ich das neue Queernetzwerk, was sich im Landkreis Görlitz gerade zusammentut. Anlaufpunkt, ansprechbar sein. Und immer wieder die Stimme erheben. Es ist schon ziemlich komisch, im Kreistag oder im Kreisentwicklungsausschuss manchmal die einzige Frau zu sein, die sich in der ganzen Sitzung meldet und eine Frage stellt und auf Diskussion drängt. Dann kommen andere Frauen und die sagen, hey, danke, dass du das gemacht hast. Das nächste Mal werde ich es auch probieren. Richtig so. Dunja, du hast gefragt, warum ich mich auf Platz 2 bewerbe. Weil ich es kann. Henriette, mein spezieller Beitrag zur Vernetzung im ländlichen Raum. Ich habe schon einiges angesprochen mit dem Queernetzwerk in Görlitz. Menschen zusammenzubringen, die schon mal ein CSD gemacht haben. Markus, Pirna, du hast mir da weitergeholfen. Auf die Kraft und das Wissen unserer LRGs Vertrauen ist abholen. Dann die Leute sozusagen vernetzen mit dem CSD in Pirna oder Leipzig oder Dresden. Wie habt ihr angefangen? Was können wir machen? Ich muss das Rad nicht nochmal neu erfinden. Firmen miteinander zusammenzubringen. Auch aus anderen Landkreisen, um voneinander zu lernen. Der ländliche Raum braucht eine enorme Vernetzungsinitiative. Die IHK hat mir übrigens vor zwei Tagen bestätigt. Nicht nur der ländliche Raum, auch die Stadt. Wissenschaftler, Wirtschaftler, Zivilgesellschaft zusammenbringen, um Ideen zu generieren. Annett, deine Redezeit ist du. Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Annett. Damit fahren wir in alphabetischer Vorstellung in der Reihenfolge fort. Und es erhält, nachdem das Pult desinfiziert wurde, Enrico Kunze die Möglichkeit, sich vorzustellen. Liebe Freundinnen, die Menschen verbinden mit uns eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf eine Zukunft, bei der Macht als Dienst einer Gesellschaft verstanden wird. Eine Hoffnung auf eine Zukunft, die jeder und jedem eine echte Chance bietet. Eine Hoffnung auf eine Zukunft, bei der mit dem Gegensatz von Wirtschaften und mit endlich Schluss gemacht wird. Oder einfach gesagt, eine Hoffnung auf eine Zukunft, in der gesellschaftlicher Wohlstand breiter definiert wird und alle einschließt. Seit Jahren darf ich mit euch für diese Zukunft streiten. Egal ob im Kommunal-, Landtags- oder Europawahlkampf. Und wie auch viele von euch im Ehrenamt. Bei mir als Stadtrat in meiner Heimatstadt. Doch in diesem Jahr wollen wir, nein, müssen wir ernst machen. Wir müssen das beste Bündnisgrüne Ergebnis erzielen, was wir jemals erreicht haben. Nur mit starken Grünen in einer zukünftigen Regierung. Oder besser noch im Kanzlerinnenamt mit einer Annalena. Oder könnt ihr euch einen Kanzler vorstellen? Schwierig. Wird es möglich sein, den Schwung aufzunehmen, welchen wir brauchen, um Deutschland durch das 21. Jahrhundert zu geleiten? Ein Deutschland, welches sich als Deutschland in Europa versteht. Denn nur ein Deutschland in Europa wird die Herausforderungen, die vor uns stehen, meistern können. Heute gibt es in Europa nur noch zwei Arten von Ländern. Die einen, die klein sind und die anderen, die einfach noch nicht verstanden haben, dass sie klein sind. Wer bin ich? Ich bin 1984 geboren und wuchs in Eilenburg auf. Es war eine faszinierende Zeit. Eine Zeit des Umbruchs. Es waren die Wiedervereinigungsjahre. Alles um einen herum veränderte sich, sodass man als kleiner Junge teils nur staunend zuschaute. Ja, auch meine Familie erlebte den Verlust des Arbeitsplatzes. Aber es waren auch die Chancen, die sich beachten, dass das Leben nicht bestimmt wurde, sondern dass sie es als Selbstermächtigung begreifen konnten. Auch heute können wir nicht allen garantieren, dass der Arbeitsplatz in der anstehenden Transformation hin zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft immer der gleiche bleiben wird. Die Corona-Pandemie hat unsere Schwächen nur zu schonungslos zu Tage gelegt. Doch wir können Rückhalt bieten, eine Sicherheit im Wandel. Wir können dafür arbeiten, dass neue, dass bessere Arbeitsplätze entstehen und allen die Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Qualifikation zu erreichen, die sie benötigen. Doch diese Sicherheit muss mehr einschließen als Arbeitsplätze. Wenn heute, wie in meinen Jugendjahren, wieder Nazis durch die Straße ziehen, damals wie heute auf der Suche nach Schwächeren und unsere Demokratie verächtlich machen, brauchen wir einen effektiven Staat, welcher das Gewaltmonopol genauso verteidigt wie die Pressefreiheit und die Menschen schützt. Ein effektiver Staat, der die Freiheiten für alle Beorten ausbaut, unsere Grundrechte achtet, den Menschen den Freiraum gibt, die sie brauchen und da eingreift und unterstützt, wo es nötig ist. Für mich war schon immer klar, die Lebensrealität vieler Menschen ist bunt und vielfältig und die Gesellschaft in ihrer Breite schon viel weiter. Und genau das sollen sie und dürfen sie auch sein. Familie kann heute mehr sein als Vater, Mutter, Kind. Es kann genauso Mann, Mann, Frau, Frau, Nonbinär, mit oder ohne Kind, Patchwork, mit oder ohne Trauschal und viele Konstellationen mehr sein. Jeder sollte die Freiheit haben, sein Lebens- und Familienmodell selbst zu wählen. Dabei sind staatliche Diskriminierungen zu beenden und sicherzustellen, dass alle Formen rechtlich und sozial abgesichert sind. Die Welt öffnete sich für mich durch das Internet. Es war kaum zu glauben, dass sie in einem Augenblick die Informationen aus New York und den nächsten aus Brüssel bekommen konnte. Dass Frau und natürlich auch Mann sich vernetzen konnte. Menschen finden konnte, die das gleiche Thema interessierte und es dabei egal war, ob die Person nun aus Thurgau oder aus Berlin kam. Das Wissen der Welt stand und steht einem offen. Obwohl wir mitten in der digitalen Revolution stehen. Die erste Programmiererin der Welt. Ja, es war kein Programmierer. Ada Lovelands aus Europa kam. Alan Turing mit der Turing-Maschine die Grundlage für den heutigen PC legte. Und Conrad Suse, den ersten programmiergesteuerten Rechner baute. Klingt Glasphase für alle, egal ob auf dem Dorf oder in der Stadt, immer noch wie eine Utopie in einer fernen Zukunft. Das müssen wir ändern. Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir wirtschaften, leben und kommunizieren. Wir müssen endlich Schluss machen mit der Präsigkeit einer Regierung und Verstaubtheit einer Bürokratie des 19. Jahrhunderts, welche uns nur zu gerne im Wege steht. Viel zu oft muss heute attestiert werden. Zu zaghaft, zu wenig, zu langsam. Der Wettlauf mit den Autokraten des digitalen 21. Jahrhunderts hat längst begonnen. Dabei können wir uns jedoch auf unsere Stärken besinnen, unser kreatives menschliches Kapital, den Vorrat an Ideen, welcher an allen Menschen schlummert und zur Blüte kommen kann, indem wir das Beste, das Stärkste und das Mutigste in den Menschen wecken. Dort, wo die Vielfalt in all ihren Forumen aufeinandertrifft und dieses Potenzial nicht durch Kontrollapparate erstickt wird, dort ist es möglich, Innovationen freizusetzen, die wir brauchen, um in dieser Welt Menschenrechte zu schützen und die Klimakrise zu meistern. Ja, die Klimakrise, sie ist nichts mehr in ferner Zukunft. Der trockenste Punkt in Deutschland liegt in Sachsen. Felder haben nicht genug Wasser, unsere Wälder vertrocknen und Wetterextreme nehmen zu. Es ist für jeden sichtbar. Doch die gute Nachricht ist, wir haben die Technologien, die wir brauchen. Ein beherzter Aufbau der erneuerbaren Energien, die effiziente Nutzung dieser und nicht zuletzt der schnellere Kohleauspieg, muss die Priorität jeder neuen Regierung werden. Nichts ist notwendiger, als sektorübergreifend auf den anderthalb Grad Pfad zu kommen. Wer heute vorausschauend denkt, dem muss jetzt schon klar sein, dass wir ohne Klimaschutz kein Wirtschaftswachstum mehr haben werden können. Dass wir, wenn wir Industrieland bleiben wollen und uns die Zukunftsmärkte erschließen müssen. Also lasst uns den anstehenden Umbruch nutzen und die Hoffnung der Menschen erfüllen. Lasst uns die Ärmel hochkrempeln und anpacken, sodass wir heute die Welt von morgen schaffen. Lasst uns die Wirtschaft so umbauen, dass wir einen Klimawohlstand schaffen und wir weiter wachsen können. Sodass auch wir der nächsten Generation eine Welt hinterlassen, in der sie sich entfalten kann. Damit auch diese Generation nicht durch äußere Zwänge fremdbestimmt wird und es auch für sie noch die Möglichkeit gibt, ihre eigene Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Dazu bin ich gern bereit und möchte mit euch, Bündnisgrünen, im Wahlkampf zeigen, wie wir der nächsten Regierung eine ökologische, solidarische und freiheitliche Zukunft den Weg bereiten. In diesem Sinne, die besten Zeiten kommen erst noch, denn wir gestalten sie. Ein Stift habe ich. Vielen Dank, Enrico. Wir gucken mal, es ist eine Frage, eingeworfen worden. Die Frage stammt von Barbara Scheller aus dem Kreis Hermann-Nordsachsen. Wird dein Bundestagswahlkampf so locker wie der letzte Landtagswahlkampf? Du hast drei Minuten. Ich glaube, wir haben im letzten Landtagswahlkampf einen genialen Wahlkampf gemacht. Wir haben diesen Wahlkampf landesweit gerockt. Wir haben das beste Landtagswahlkampfergebnis erzielt, was wir jemals erzielt haben. Ich glaube, der Bundeswahlkampf wird sogar noch besser werden als der Landtagswahlkampf. Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende deiner Vorstellung. Und ich rufe zur Vorstellung hier vorne Matthias Bialong auf. Ja. Liebe Grüne Freundinnen und Freunde, liebe Gleichabstimmende, alles ist drin. Auch auf dem Land. Diese Frage ist für diesen Bundestagswahlkampf extrem wichtig. Schaut euch die Liste der Kandidatinnen an. Von 16 kommen 10 aus den großen Städten. Also mehr als die Hälfte. Ja, die Bewegung der Grünen in den Städten ist stärker. Und das muss auch abgebildet werden. Aber in den ländlichen Wahlkreisen ist es auch wichtig, wenn nicht noch wichtiger, präsent zu sein und Überzeugungsarbeit zu leisten. Für all die heftigen Veränderungen, die für die größte Herausforderung der Menschheit, nämlich den Klimawandel notwendig sind. Der demografische Wandel ist nach wie vor dynamisch. Der Zuzugsdruck auf die Städte ist enorm und die Dörfer abseits der S-Bahnen verfallen. Hier können wir viel lebenswertes Potenzial heben, wenn Anreize gesetzt werden und damit Verbesserungen für ein Leben auf dem Land möglich gemacht werden. Attraktiver ÖPNV muss den Individualverkehr zumindest zum großen Teil ersetzen können. Auf dem Land sind die Flächen für regenerative Energiegewinnung, auch für die Städte. Hier werden die Lebensmittel angebaut, deren Art und Weise des Anbaus dringend verändert werden müssen. Für all diese anstehenden Veränderungen müssen wir werben auf dem Land und dafür sorgen, dass es frühzeitige, ehrliche Bürgerbeteiligung durch Politik und Verwaltung geben wird. Denn nur dann werden wir es schaffen, dass die Veränderungen in Form von tragfähigen Kompromissen akzeptiert werden und das notwendige Tempo trotzdem erreicht werden kann. Aus all diesen Gründen ist es so immens wichtig, dass wir Grüne in den Dörfern noch sichtbarer wären. Wir müssen dort zuhören, reden, erklären, Empathie zeigen und anpacken. Und die Bauern, Handwerker, mittelständische Firmen, Vereine, Bürgerinitiativen, die schon sehr gute Ideen haben für den ökologisch-sozialen Umbau, müssen wir unterstützen und ihnen Mut machen, damit der nötige Pragmatismus der Umsetzung nicht in der noch zu komplexen Bürokratie stecken bleibt. Anpacken muss sich lohnen und Spaß machen. Die Strukturfördergelder müssen auch dort ankommen, damit die Wertschöpfung im ländlichen Raum Entwicklungen für lebenswerte Dörfer möglich macht. Dann haben diese immensen Summen, die da kommen, doppelten Nutzen. Den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft, der Landwirtschaft, des Wohnungsbaus, der Mobilität und die Strukturverbesserung der ländlichen Räume. Vor zehn Jahren bin ich mit meiner Frau ganz bewund aufs Dorf gezogen. In ein altes, kleines Häuschen. Ohne Garten, denn der See ist ja so nah. Wir haben die ersten vier Jahre umgebaut, mit Handwerkern von nebenan. Eins nach dem anderen optimiert und verhübscht. Es macht Spaß, so viel Know-how nebenan zu haben. Vor fünf Jahren habe ich dann angefangen, mich für dieses Dorf und seine Umgebung politisch zu engagieren. Weil es mir am Herzen liegt, was da passiert und mich die Menschen darum gebeten haben. Ja, das ist eine weit kürzere Zeitspanne als viele der hier heute antretenden Kandidatinnen vorweisen können. Aber ich bringe viel Lebenserfahrung aus leitenden Funktionen in der Wirtschaft mit, die immer geprägt waren von ständiger Veränderung und pragmatischem Handeln. Und ich habe Kampfgeist. Ich gehöre zu der Generation, die einen großen Teil der Bevölkerung ausmacht und die ein großes Potenzial an Wählern hat. Die gewonnen werden wollen und müssen und dann in Berlin vertreten werden sollen mit unseren grünen Zielen. Kurz, vom Land, lebenserfahren, grün, zukunftsorientiert. Das bin ich für die Grünen auf dem Land und für die Generation meiner Enkelin. Deshalb trete ich hier an für Platz zwei auf der Sächsischen Landesliste und brauche und erbitte eure Stimme. Und egal, wie es für mich heute hier ausgeht, ich werde meine ganze Kraft in diesem Sommer für unsere Ziele mit euch einsetzen. Vielen Dank, Matthias, für die Vorstellungsrede. Wir haben eine Frage hier vorne eingeworfen bekommen von Mario Hertig aus dem KV Görlitz. Warum braucht es mehr Frauen in der Politik? Was ist deine Meinung? Du hast drei Minuten. Wir brauchen mehr Frauen in der Politik, weil grundsätzlich, wenn Frauen dabei sind, und zwar paritätisch, möglichst 50-50, wenn vielleicht nicht sogar mehr, meine Erfahrung ist, dass dann Kommunikationsrunden sehr viel konstruktiver und produktiver werden. Das ist meine Erfahrung aus den letzten 30 Jahren. Dass das viel zu wenig ist, ist mehr als schade. Es ist einfach daneben. In der Wirtschaft wird das noch viel zu wenig berücksichtigt, aber meine Erfahrung ist, dass Führungskräfte weiblicher Couleur auch deutlich empathischer und effektiver funktionieren. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage und damit sind wir auch am Ende der Vorstellung angekommen. Wir würden damit in den ersten Wahlgang eintreten. Zur Wahl stehen, wie ihr gleich sehen werdet, Bernhard Herrmann, Annette Jaguila, Enrico Kunze und Matthias Vialong. Ihr habt die Möglichkeit, euch in Bezug auf alle Kandidaten und Kandidaten zu enthalten, mit der 1 gegen alle Kandidaten und Kandidaten mit der 2 zu stimmen. Mit der 3 stimmt ihr für Bernhard Herrmann, mit der 4 für Annette Jaguila, mit der 5 für Enrico Kunze und mit der 6 für Matthias Vialong. Im ersten Wahlgang habt ihr eine Stimme und es ist notwendig, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen zu erreichen, um gewählt zu sein. Wenn es dazu jetzt keine Fragen gibt, dann eröffne ich den Wahlgang. Gibt es irgendwo technische Probleme? Das kann ich nicht erkennen. Gibt es Personen? Gibt es Personen? Doch, da winkt jemand wegen technischen Problemen. Dann warten wir, bis die geklärt sind. Techniker ist auf dem Weg. 1 9 9 9 10 10 11 11 11 15 Vielen Dank. Okay, dann frage ich es nochmal. Gibt es Personen, die noch nicht abgestimmt haben? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Wahlgang. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, das, was ihr vorhin schon gesehen habt. Wir haben in einigen Wahlgängen zur Überbrückung kleine Grußworte, die als Video eingespielt werden. Und jetzt kommt ein Grußwort der tschechischen Grünen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die europäische Grünen-Familie zu sehen, dass die europäische Grünen-Familie wichtig ist. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass die europäische Grünen-Familie wichtig ist. Wir würden also like to thank you for all your help, support and cooperation on municipal level, on issues like the Tour of Main, or on campaigning. Es ist ein großer Freude für uns, zu haben, suche gute Nachrichten und Freunde zu haben. Natürlich schauen wir uns an, damit die Situation uns wieder in person zu treffen kann. Wir hoffen, dass es bald sein wird. Und wir hoffen, dass es die Situation sein wird, wenn du ein Gewerkspartei in Deutschland sein soll. So, Fingers crossed. Auf Matthias Vialong empfiehlen fünf Stimmen. Auf Annette Aguila empfiehlen 27 Stimmen. Auf Bernhard Herrmann empfiehlen 77 Stimmen. Ich stelle damit fest, dass Bernhard Herrmann das Quorum erreicht hat. Und ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch. Damit ist Bernhard Herrmann auf Listenplatz 2 entsprechend gesetzt und wir werden jetzt... Geschäftsordnungsantrag? Ja. Moment. So. Ah, okay. Jetzt bin ich zu hören. Ja, ich wollte... Das ist in dem Sinne kein Geschäftsordnungsantrag. Ich wollte nur feststellen, bei der letzten oder im letzten Wahlgang im Rahmen der Bewerbung wurde als Zitat gekennzeichnet das N-Wort benutzt. Und ich möchte in diesem Zusammenhang feststellen, dass es nicht okay ist, weil es einfach ein zutiefst rassistischer Begriff ist. Und ja, vielen Dank. Die Versammlung nimmt das zur Kenntnis. Ich bitte das allerdings darum, dass in der Aufstellungsversammlung die Abgabe persönlicher Erklärung eigentlich nicht vorgesehen ist. Wir machen daher weiter mit einem Präsidiumswechsel und dem Listenplatz dann fortsetzend 3. ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Deswegen haben wir die Bewerbung von Merle und Annette vorliegen und ich darf gleich Merle nach vorne bitten, sich vorzustellen, wenn ihr Fragen an Merle habt. Dann dürft ihr die sehr gerne schon während Merle redet einwerfen. Wir werden wieder vier Fragen ziehen und Merle hat anschließend Zeit, die zu beantworten. Merle, da drüben ist sie. Du hast sieben Minuten Zeit. Liebe Freundinnen. Heute, vor genau acht Jahren, stürzte in Bangladesch die achtstöckige Textilfabrik Rana Plaza ein. Sie begrub tausende Menschen unter sich. Die Folgen? Mehr als 1000 Tote, 2000 Verletzte. Existenznöte für abertausende Familien. Politische Konsequenzen? Bis heute Fehlanzeige. Statt einem radikalen Umdenken in der Textilbranche nähen auch heute Tausende von Menschen in Bangladesch, aber auch in Osteuropa für einen Armutslohn. Unsere Hosen. Und die Textilindustrie hat nicht nur ein Problem mit der Einhaltung von Menschen und Arbeitsrechten, sondern auch mit Nachhaltigkeit. Schon 1972 warnte der Club of Rome vor den Folgen der Umweltverschmutzung, des ständigen Wachstums der Industrie und des Verbrauchs an Rohstoffen. Fast ein Vierteljahrhundert, bevor ich überhaupt geboren wurde. Ich habe mich schon früh gesellschaftlich und irgendwie politisch engagiert, in der evangelischen Jugendarbeit mitgearbeitet oder um die Finanzierung unserer Musikschule und unserer Sportplänze in meiner Heimatstadt gekämpft. Aber die Auseinandersetzung mit den Geschehnissen rund um Rana Plaza hat mich noch einmal ganz anders politisiert und den Fokus meines Engagements auf die globale Ebene verschoben. So, dass ich heute auf der Straße und am Laptop für Klimagerechtigkeit, für Feminismus und Menschenrechte kämpfe. Und gerade der Kampf ums Klima vereint so viele Menschen. Denn wir sehen der Krise heute ins Gesicht. Die Klimakrise ist kein Zukunftsmonster mehr, sondern schon heute bittere Realität. Riesige Waldbrände, Wetterextreme und das Artensterben. Es reicht nicht, wenn wir alle Mehrwegbecher für unseren Kaffee benutzen oder auf recyceltem Papier drühen. Die Art, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander leben, Politik betreiben und wirtschaften, muss sich grundlegend ändern. Und wie wir miteinander leben, wird maßgeblich durch unsere Wirtschaften beeinflusst. Momentan führt das zu absolut unverhältnismäßigen Vermögensanhäufigungen auf der einen und Armut auf der anderen Seite. Es führt zur Ausbeutung des globalen Südens, zur Unterdrückung von Frauen, zu maroden Gesundheitssystemen und eben zu der Zerstörung unserer Umwelt. Wir müssen weg von einem Kapitalismus, der sich mehr um Profite als um Menschen schert, hin zu einem Wirtschaftssystem, das sich an sozialer und globaler Gerechtigkeit, an planetaren Grenzen und dem 1,5-Grad-Ziel orientiert. Damit einher geht die Abkehr von Wirtschaftswachstum um jeden Preis. Statt einer Leistungsgesellschaft nachzurennen, die auf vermeintlicher Chancengleichheit beruht, müssen wir anerkennen, dass die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern immer noch existiert. Dass Frauen immer noch den Großteil der Sorgearbeit machen und überproportional in der Niedriglohnbranche engagiert sind. Sorgearbeit ist Arbeit und eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich mehr als eine Utopie. Und ob Unternehmen sich an Menschenrechte und an Arbeitsnormen halten oder diese mit den Füßen treten, ob Umweltschutz geachtet wird oder man an den Farben der Flüsse die Farben der Saison erkennt, das sollte nicht nur in der Verantwortung von KonsumentInnen liegen. Nicht zuletzt Rana Plaza hat uns gezeigt, dass wir ein Lieferkettengesetz brauchen. Und zwar eins, das auch auf indirekte Zulieferer Anwendung findet, eine zivilrechtliche Haftung beinhaltet und nicht nur für große Konzerne gilt. Der Kampf für Menschenrechte, für Frauenrechte ist nicht nur in der Wirtschaftspolitik relevant, sondern noch mehr in der Außenpolitik. Und eine starke Außenpolitik ist feministisch. Um neokoloniale und patriarchale Strukturen zu durchbrechen, um globale Gerechtigkeit und eine internationale Gemeinschaft auf Augenhöhe zu erreichen, müssen wir Sicherheit menschlich denken und aus der Perspektive der Verletzlichsten unserer Gesellschaften, nicht nur militärisch. Dabei geht es um Ressourcen, um Repräsentation und um Rechte. Ich setze mich für Friedensverhandlungen ein, bei denen nicht nur Frauen gleichberechtigt am Tisch setzen, sondern auch Frauen auf Color, queere Menschen, Indigene. Für eine enge Zusammenarbeit mit feministischen AkteurInnen der Zivilgesellschaft, für ihre nachhaltige politische und finanzielle Unterstützung. Ich kämpfe dafür, dass Menschenrechte tatsächlich für alle gelten. Konkret bedeutet das beispielsweise, den Anti-Flüchtlings-Deal mit der Türkei endlich zu beenden. Für uns muss klar sein, Deals wie Irini machen wir nicht mit. Statt immer wieder Missionen zu verlängern, die Flüchtende im Mittelmeer ertrinken lassen, stehen wir ein für eine humane und vorausschauende Geflüchtetenpolitik. Denn die Klimakrise führt dazu, dass schon heute Tausende von Menschen fliehen müssen. Anstatt für Klimaziele in weiter Ferne, klempfen wir für Klimagerechtigkeit heute. Her mit dem Klimapass und einer Außenpolitik, die sich konsequent an Menschenrechten und dem 1,5-Grad-Ziel orientiert. Und noch einmal ganz kurz zurück zum Feminismus. Heute sitzen im Deutschen Bundestag 31,4 Prozent Frauen. Und in unserer bündnisgrünen Fraktion ist nicht eine Person jünger als 35. Auch um das zu ändern, trete ich an. Die Politik von heute gestaltet meine Welt von morgen. Ich will als junge Frau mit euch und für euch für eine Politik kämpfen, die ein tatsächliches Abbild unserer Gesellschaft ist. Und für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte als Dresdner Kandidatin und Votenträgerin der grünen Jugend meine Perspektive, meine Erfahrungen im Parlament einbringen, um echte Veränderungen zu bewirken. Ich kämpfe für eine lebenswerte Zukunft, in der jeder und jede Gerechtigkeit und Freiheit erfährt. Und damit bewerbe ich mich für die Landesliste der Bündnisgrünen in Sachsen und bitte um eure Unterstützung. So, jetzt scheint dann doch eine ganze Menge Fragen eingegangen zu sein. Wir losen jetzt vier Fragen aus. Kleinen Moment. Oder sind es nur vier? Ach, es sind vier. Gut, hervorragend. Anna Russek aus dem Kreisverband Dresden fragt, wie willst du in deiner Position als Bundestagsabgeordnete die Klimagerechtigkeitsbewegung einbinden bzw. unterstützen und als Grüne ihr Vertrauen zurückgewinnen? Außerdem fragt Claire Karlsson vom Kreisverband Leipzig, was kritisierst du an der EU und was sind deine Visionen für Europa? So, ebenfalls aus dem Kreisverband Dresden fragt Karl-Niklas Lempert, wie sollte deiner Meinung nach eine Reform der Europäischen Union aussehen? Welche Rolle sollte beispielsweise der Rat der Europäischen Union in Zukunft spielen? Die vierte Frage. Coretta Storz vom KV Chemnitz fragt, wie willst du dich für ein Europa des Friedens, für Europa als Friedensmacht einsetzen? Du hast drei Minuten Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Okay, dann fange ich mit der ersten an. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die Klimagerechtigkeitsbewegung auch in Person im Parlament sitzen haben. Deswegen bin ich super froh, dass auch in anderen Landesverbänden Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung für uns kandidieren. Und das heißt, das ist der erste Schritt. Und der andere Schritt ist, immer im Dialog zu sein und auch die Forderung einfach umzusetzen. Und also natürlich nicht alle, aber eben im Dialog. Und zur EU, der Europäischen Union. Ich glaube, es gibt einiges, was wir kritisieren können an der Europäischen Union. Sei es die Situation an den Außengrenzen oder andere verschiedene Dinge. Aber wichtig ist und bleibt, dass die Europäische Union für Frieden steht und dafür gesorgt hat, dass wir seit 70 Jahren zumindest im Zentraleuropa keinen Krieg mehr hatten. Zu meiner Vision, ich stehe absolut dafür, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa haben und die Nationalstaaten, wie wir sie jetzt haben, mittelfristig nicht mehr brauchen. Zur Rolle des Rates der EU fange ich bei den anderen Institutionen an. Für mich ist klar, dass wir das Parlament stärken müssen. Wir brauchen ein Initiativrecht für das Europäische Parlament, damit dort die Macht liegt und nicht bei den Nationalstaaten. Und zu dem Punkt, die Europäische Union als Friedensmacht, das habe ich ja bei der grünen Bühne schon ausgeführt. Und in der jetzigen Form ist sie das nicht, eben aufgrund der Scheinheiligkeit unseres Agierens an den Außengrenzen. Aber ich glaube fest daran, dass wir, wenn wir weiter dafür streiten, dass die Europäische Union nicht nach außen, sondern auch nach innen die Werte vertritt, für die sie steht, dass wir das schaffen, dass sie dann tatsächlich wirklich eine Friedensmacht sein kann. Genau, dann wäre ich auch fertig. Danke, Merle. Gut, dann treten wir jetzt ins Wahlverfahren ein. Das bedeutet, wir kommen zum ersten Wahlgang. Ihr habt folgende Möglichkeiten. Ihr zückt wieder euer elektronisches Abstimmungsgerät. Und wenn ihr da die 1 drückt, könnt ihr euch enthalten. Wenn ihr mit Nein stimmen wollt, dann drückt ihr auf die Nummer 2. Mit der 3 könnt ihr an Nett wählen. Und mit der 4 Merle. Gibt es denn dazu erstmal Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann eröffne ich den Wahlgang. Gibt es irgendwo technische Probleme? Konnte jemand seine Stimme noch nicht abgeben? Braucht noch mal kurz. Nein, das ist auch nicht der Fall. Sehr gut. Dann schließe ich den Wahlgang. Und wir warten auf ein Ergebnis. Hi, mein Name ist Greta. Ich bin Klimaaktivistin und komme aus der Nähe von Alex. Hallo, ich bin Alex. Ich organisiere seit 2 Jahren Aktionen von Fridays for Future in der Oberlausitz. Wir wenden uns heute im Namen von FFF Sachsen an euch. Liebe Grünen, mit eurem Grundsatzprogramm habt ihr die Utopie einer klimagerechten Welt beschrieben. Eure Vision ist die Zukunft, für die wir alle gemeinsam kämpfen. Für die Umsetzung dieser Vision werdet ihr den Rückhalt einer gesellschaftlichen Mehrheit bekommen, die ihren Kindern und Enkelkindern eine lebenswertige Welt hinterlassen wird. Im Gegenzug fordern wir konsequentes Handeln. 1,5 Grad werden wir nicht mit Kompromissen zugunsten sterbender Industrien erreichen. Zu viel hat sich die bestehende Regierung geleistet, als dass wir einer schwarz-grünen Koalition vertrauen könnten. Wir wünschen uns keinen grünen Anstrich der Politik. Wir bestehen auf die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Das hier ist unser Hilferuf, weil wir die Hoffnung haben, dass die Utopie einer klimagerechten Welt nach Richtigkeit werden kann. Also überhört sie nicht. So, wir haben ein Ergebnis. Es wurden insgesamt 112 Stimmen abgegeben. Damit liegt das Quorum bei 57. Es haben sich fünf Delegierte enthalten. 11 haben mit Nein gestimmt. Annett hat 39 Stimmen erhalten. Und Merle 57. Und damit das Quorum von 57 erreicht. Ich darf dich fragen, Merle, nimmst du die Wahl an? Ja, Merle nimmt die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch dazu, Merle. Und ich glaube, wir dürfen die erst drei Platzierten, die wir ja jetzt gewählt haben, nach vorne bitten. Also, wen haben wir? Merle, Bernhard, Paula, seid ihr im Saal? Kommt doch noch mal kurz vor. Das wussten Sie anscheinend nicht. Das wusste ich nicht. Liebe Paula, lieber Bernhard, liebe Merle, bis hierhin habt ihr alle mit euren MitbewerberInnen schon eine ganze Strecke zurückgelegt. Da waren die Nominierungsveranstaltungen in den Kreisverbänden, die grüne Bühne und jetzt noch mal etliche Runden in den Kreisverbänden zur Vorstellung. Und jetzt haben wir den Meilenstein erreicht. Wir haben unser Spitzentrio für die Bundestagswahl für unsere sächsischen Bundestagsabgeordneten hier auf unserer Bühne. Wir haben sie gewählt und ich möchte euch im Namen des Landesvorstands herzlich gratulieren und alles Gute wünschen für die weiteren Schritte. Das ist ein Meilenstein, aber ihr wisst auch, das ist erst der Anfang. Es geht jetzt los. Ab jetzt heißt es mit Paula, mit Bernhard, mit Merle für die Zukunft. Wir werden einen starken Wahlkampf gemeinsam hinlegen. Wir wollen euch ein kleines Pflänzchen mitgeben. Zuerst einmal kriegt ihr Blumen. Wir wollen euch außerdem ein kleines Pflänzchen mitgeben, was ihr zu Hause hegen und pflegen könnt. Und was mit euch, mit uns in diesem Wahlkampf weiter wächst und gedeiht. Und dann haben wir ein klares Ziel vor Augen mit euch in dem Bundestag, einem starken Wahlkampf. Ich danke euch. Ich danke auch Enrico, Matthias, Annett für euer starkes Angebot, das ihr uns als Landesverband macht und für den fairen Wettbewerb. Alles Gute und Let's Go und allen weiteren BewerberInnen für Erfolg. Ich danke euch. Liebe Freundinnen und Freunde, ich rufe nun den Listenplatz 4 auf und wollte erst mal fragen. Uns liegen die Bewerbungen von Kasim Tal Salifo und von Nomen Volker. Ich frage, gibt es weitere Bewerbungsanzeigen? Das kann ich nicht sehen. Dann schließen wir eben die Bewerbungsliste und wir kommen in das Vorstellungsverfahren. Auch das wird in alphabetischer Reihenfolge vorgenommen. Dazu erhält als erster Kasim das Wort. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit schon für Fragen bereithalten. Kasim, du hast sieben Minuten Zeit für deine Bewerbung und danach noch mal drei Minuten zur Beantwortung der Fragen. Bitte schön. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Klimakrise, die Corona-Pandemie, die Asylpolitik, die Rassismusdebatte und der zunehmende Rechtsdruck sind wichtige Themen, die wir angehen müssen. Seit Jahren haben Menschenrechtsverletzungen an den europäischen Außengrenzensystemen. Menschenleben sind betroffen. Obwohl gewalttätige Pushbacks einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind, gibt es keine Konsequenzen. Weder für die TäterInnen noch für die Regierungen, die die Gewalttaten zulassen. Jedoch was passiert, wenn Geflüchtete Deutschland erreicht haben? Die Asylverfahren dauern immer noch zu lange. Die Geflüchteten brauchen faire und nachvollziehbare Asylverfahren. Die bestehenden humanitären Bleiberechtsregelungen im Aufenthaltsrecht müssen so geändert und angewendet werden, dass sie endlich ihren Zweck erfüllen und langjährige Kettenduldungen in Zukunft verhindert werden müssen. Das ist, meine Freundinnen und Freunde, das ist im Interesse unserer gesamten Gesellschaft. Die Menschen brauchen den Kontakt zu Sprache und Kultur, dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Sprache ist Macht und schafft Zugang zu Arbeit, Kultur, soziale Teilhabung und Bildung. Wir brauchen dafür natürlich Geduld und finanzielle Mittel. Integrationskurse müssen zum Tag eins beginnen, unabhängig vom Herkunftsland, der Bleibeperspektive und dem Aufenthaltsstatus. Politische Erfahrung bedeutet für mich, zu wissen, wie es sich anfühlt, keinen gesicherten Aufenthaltsstatus zu haben und alle rächtlichen Mittel zu nutzen, damit meine Familie doch bleiben kann. Politische Erfahrung bedeutet für mich, zu wissen, wie es sich anfühlt, im Asylheim zu wohnen und trotz der Barrieren unserer städtischen Gemeinschaft zu werden. Politische Erfahrung bedeutet für mich, zu wissen, wie es ist, als POC in Plauen aufzuwachsen und im Alltag antirassistische Arbeit zu leisten. Ich selbst bin 2003 als Geflüchteter nach Deutschland gekommen, habe drei Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz verbracht und danach mehrere Jahre im Asylheim gelebt. Ich habe es persönlich erlebt. Seit meiner Schulzeit bin ich ehrenamtlich für Geflüchtete aktiv, sei es als Dolmetscher beim Sächsischen Flüchtlingsrat, in Behörden, bei Arztbesuchungen oder auch als Nachhilfelehrer. Liebe Freundinnen und Freunde, im 20. Deutschen Bundestag möchte ich mich für sichere und faire Asylverfahren, für legale Fluchtrouten und für eine gesamteuropäische Lösung einsetzen. Zudem werde ich mich wie ein besseres Bleiberecht und das Recht auf Familiennachzug kämpfen. Familien gehören zusammen, meine Freundinnen und Freunde. Meine ersten Anlaufstationen sind Sportvereine. Mir persönlich hat der Fußball extrem geholfen, mich in Sachsen zu Hause zu fühlen. Ich will dafür kämpfen, dass noch viel mehr Menschen in Sachsen ihr Zuhause finden, dass Integration dadurch gelingt, dass es nicht ein Wir und ein Die gibt, sondern nur eine Gemeinschaft auf dem Platz und im Leben. Ebenfalls werde ich im Bundestag eine ganz klare Grenze ziehen und die richtet sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Während meine Kindheit im Vogelchen klauen, habe ich erfahren, dass dagegen nur Aufklärungsarbeit hilft. Meine Freundinnen und Freunde, Politik ist leider in Deutschland meist großstädig geprägt. Denn in ländlichen Regionen wird zwar ein Sonntagsreden, aber nicht in der praktischen Politik entsprochen. Ländliche Regionen sind nicht nur Ackerbau- oder Tourismusgebiete. In ihnen leben Menschen mit Bedürfnissen und Wünschen. Sie haben den gleichen Anspruch auf Lebensqualität und Infrastruktur wie Menschen in Berlin, München oder in Dresden. Deshalb setze ich für eine Verzeihung. Unsere Kanzlerkandidatin sagte am vergangenen Montag, Zukunft ist nichts, was einfach so passiert. Ich will mich dem anschließen. Ich stehe für Erneuerung, eine monatliche Politik und für eine sozial gerechte grüne Zukunft. Ich will eines der vielen Gesichter sein, dass diese Zukunft gemeinsam mit euch in Sachsen und Europa bestreiten und gestalten wird. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte als erste Person mit Fluchterfahrung aus Sachsen für euch in den Bundestag einziehen. Mit mir bekommt ihr erstens einen leidenschaftlichen Kämpfer für eine starke Zivilgesellschaft. Zweitens ein junges, motivierendes Gesicht, das sich für ein buntes und diverses Sachsen einsetzt. Und drittens einen grünen Bauingenieur, der sich für ein nachhaltiges und klimafreundliches Bauen und Wohnen einsetzt. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Kassem Tahir Saleh, ich bin 27 Jahre alt. Ich weiß, was es heißt, für etwas entschlossen einzutreten. Bei dieser Bundestagswahl möchte ich ein Beispiel dafür sein, dass Zuversicht und Menschlichkeit stärker sind als Hass und Hetze. Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank, Kassem. Wir schauen nach den Fragen und haben vier gezogen. Die erste ist von Jennifer Petzl aus dem KV Chemnitz. Welche gesellschaftlichen Gruppen kannst du abholen, die wir als Weiße-Grüne sonst nicht so erreichen? Die zweite Frage ist von Robert Kempe, ebenfalls Chemnitz. Was willst du konkret im Bereich Bau im Bundestag in den nächsten vier Jahren angehen? Dann haben wir die Frage von Gabi Weiß, KV Vogtland. Was kannst du tun, um die Zivilgesellschaft im Vogtland zu stärken oder in der Landeshauptstadt? Und die dritte Frage ist von Nino Hausstein, KV Sächsische Schweiz aus Erzgebirge. Wie willst du den antifaschistischen Kampf gegen rechts in den ländlichen Räumen angehen? Du hast jetzt drei Minuten Zeit, auf die Fragen zu antworten. Vielen Dank erstmal für die Fragen. Als Diplombauingenieur setze ich mich für ein nachhaltiges und klimafreundliches Bauen und Wohnen ein. Der weltweiten Baubranche wird nämlich das größte und wirtschaftlich erschwinglichste Potenzial zugeschrieben, Treibhausemissionen zu mindern. Rund 14 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus dem Gebäudesektor. Ich möchte mich für eine stärkere steuerliche Gebäudesanierung einsetzen. Die Klimakrise, meine Freundinnen und Freunde, müssen wir multidimensional lösen. Mit meinem Know-how werde ich für eine nachhaltige Zukunft kämpfen. Zu der zweiten Frage von Jennifer, wie es gesellschaftliche Gruppen anspricht, die wir als Grüne aktuell nicht ansprechen. Ich glaube, es brauchen Vorbilder. Vorbilder nicht nur auf den Straßen, sondern auch Vorbilder in Parteistrukturen und in den Parlamenten. Eines der Vorbilder möchte ich sein. Die ErstwählerInnen sind meine Fokusgruppe. Zudem sind wir in Sachsen schon vielfältig und bunt. Und ich möchte genau diese Gruppe ansprechen, denn wie wir hier auch sehen, sind wir noch keine Partei. Ich glaube aber, strukturell haben wir letztes Jahr eine gute Basis dafür gelegt mit dem Vielfaltstatut. Da können wir ran und dies müssen wir jetzt umsetzen. Dem Antifaschismus in den ländlichen Regionen. Als Plauner und Vogtländer habe ich selbst erfahren, wie es ist, raschistisch und rechtsextremistisch beleidigt zu werden. Zudem haben meine Eltern im Plauner einen Laden, der vom dritten Weg im Plauner angegriffen wurde. Es braucht dafür politische Bildungsarbeit, meine Freundinnen und Freunde. Und da sehe ich darum, dass wir dies sportlich lösen müssen. Denn durch den Sport können wir erreichen, dass wir politische Bildungsarbeit in den Köpfen von den Kindern und der nächsten Generation schaffen. Und daher vielen Dank und ich möchte mich nochmal bedanken für extrem viele Menschen, die mich in den letzten Wochen und Monaten unterstützt haben. Also nochmal vielen, vielen Dank und ja, ich freue mich einfach nur auf den Bundestagswahl und auf den Wahlkampf mit euch allen gemeinsam. Vielen Dank, Kassem. Wir kommen nun zur Vorstellung des nächsten Bewerbers auf dem Listenplatz 4 und dazu kommt Norman nach vorn. Norman, auch du hast sieben Minuten zeitig vorzustellen. Und da ist das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, als ich gestern und heute früh in die Halle kam, wurde mir bewusst, wie sehr wir uns als sächsische Bündnisgrüne in den vergangenen Jahren verändert haben. Ich freue mich, viele neue Gesichter in den Reihen zu sehen und vermisse die vielen alten Weggefährtinnen. Es ist aber kein Wunder, denn wir sind in den letzten Jahren so gewachsen und seit letzter Woche 3000 Grüne in Sachsen und können deswegen eben auch heute so viele neue Delegierte begrüßen. Daher gestattet mir ein paar Worte über mich für die, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen. Ich bin schon seit 2002 bei den Grünen. Ich war sieben Jahre Kreisgeschäftsführer, bin dann 2009 Stadtrat geworden, war bis 2019 Fraktionsvorsitzender und bin aktuell euer Landessprecher in Sachsen. Seit ich denken kann, bin ich Bündnisgrün und komme aus einem Familienumfeld, das in der Bürgerbewegung der Friedlichen Revolution in Leipzig aktiv war. Das hat mich geprägt und ich lernte früh, was es bedeutet, Unrecht und Gerechtigkeit gegeneinander abzuwägen und dass eben das nicht selbstverständlich ist. Und das treibt mich an, eine Gesellschaft zu gestalten, in der die, welche die Interessen aller, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze, gegeneinander gerecht abwägt, zu einer bestmöglichen Lösung kommt und unseren Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Zukunft hinterlässt. Aber das ist nicht so einfach, liebe Freundinnen und Freunde. Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff und sie überdeckt alle anderen Probleme, die es für die Zukunft der Zeit zu lösen gilt. Jedoch, die Zeit steht nicht still. Klimakrise, Artensterben, Angriffe auf unsere Demokratie, strukturelle Probleme unserer Wirtschaft, schwindender Zusammenhalt und wachsende Ungleichheit haben nicht pausiert, sondern sie schreiten voran. Und mal ehrlich, die letzten 16 Jahre waren auf Bundesebene verlorene Jahre für den Klimaschutz und die sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft. Und genau deshalb hat Annalena vollkommen recht, als sie am Montag sagte, die Politik muss über sich hinauswachsen. Und gerade deswegen legen jetzt so viele Menschen ihre Hoffnung in unsere Hände und wollen uns wählen. Und sie vertrauen darauf, dass wir als Bündnisgrüne die Lösung für die Herausforderung unserer Zeit haben, dass wir eine andere, eine konsequente Klimapolitik machen und dass wir als Grüne die Fahne der Demokratie und der Mitmenschlichkeit hochhalten. Diese Hoffnung auf eine bessere Welt dürfen wir nicht enttäuschen. Wir als Grüne haben die Verantwortung, unser Land nach der Bundestagswahl in eine andere Richtung zu führen. Und das mit Annalena Baerbock als Kanzlerin. Mit diesem Ziel, liebe Freundinnen und Freunde, stehen wir aber zum Glück nicht allein. Der Enthusiasmus und die Radikalität der Straße pusht uns. Umweltverbände, Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften, Sozialverbände, Kämpfer an unserer Seite. Und selbst einige Vertreterinnen der Industrie und des Handels haben begriffen, dass wir so nicht weitermachen können. Es ist unsere gemeinsame grüne Aufgabe, mit ihnen Bündnisse zu schmieden. Denn gemeinsam mit euch, den vielen engagierten Mitgliedern und den Verbänden und dem Druck der Straße für eine andere Klimapolitik, die konsequente Verfolgung des 1,5-Grad-Ziels, können wir es schaffen, der Politik in diesem Land den entscheidenden Richtungswechsel zu geben. Und dazu möchte ich im Bundestag für euch meinen Beitrag leisten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe über Jahre bewiesen, dass ich für unsere Inhalte und nun als bündnisgrüne Partei streite und mit meiner Erfahrung Politik auch umsetzen kann. Auf kommunaler Ebene habe ich in zwölf Jahren Stadtrat Erfahrungen der Umwelt, Ordnung, Sozial- und Finanz- und Sportpolitik gesammelt, die Fraktion als Fraktionsvorsitzender sieben Jahre erfolgreich geführt und als Landesvorsitzender diverse Landesarbeitsgemeinschaften betreut und gegründet und einen erfolgreichen Landtagswahlkampf geführt und die erste grüne Regierungsbeteiligung in Sachsen mitverhandelt. Wenn wir im Bund erfolgreich regieren wollen, kann uns meine Erfahrung im parlamentarischen Prozess von Nutzen sein. Denn wir haben keine Zeit, in der Opposition zu üben, sondern wir müssen sofort effektiv funktionieren. Die Koalitionsverhandlungen beginnen gleich nach der Wahl und nicht alle Bündnisgrünen im Bundestag bearbeiten Klima- oder Migrationspolitik. Nicht immer wird das eigene Herzensanliegen, auch das zu bearbeitende Politik fällt. Wenn, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mich gern der Sportpolitik im Bundestag widmen. Wohl wissend als Mitglied der BAG Sport, dass auch hier viele grüne Ansprüche anmelden. Die Sportpolitik, und ich höre das Gelächter, ist gemeinhin ein unterschätztes und meist belächeltes Feld. Aber gerade hier sind so viele unserer grünen Kernanliegen so präsent und es gibt so viel zu tun. Energieeffizienz bei Sportbauten, Nachhaltigkeit und Antikorruption bei Großsportveranstaltungen, aber auch die vielen gesellschaftspolitischen Themen in der meist rückständigen Sportpolitik kommen zu kurz. Gleichstellung, Diversität, Antidiskriminierung, Antirassionismus und nicht zuletzt Gewaltprävention, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, müssen wir viel stärker voranbringen. Doch vielleicht hat diese Rückständigkeit auch damit zu tun, dass Sportpolitik fast immer im Innenministerium gemacht wird und es Zeit für die erste grüne Innenministerin wäre. Denn das, wissen wir in Sachsen sehr genau, würde nicht nur der Sportpolitik guttun, sondern dem ganzen Land. Die von euch, die mit mir den langen politischen Weg in den letzten 20 Jahren gegangen sind, kennen mich als jemand, der eine klare Haltung hat und keinen Konflikt aus dem Weg geht, aber immer im besten Interesse aller handelt. Verantwortung beweist sich, indem man bereit ist, über die eigenen unmittelbaren Interessen hinaus zu handeln. Daher will ich im Bundestag auch der Vertreter aller sächsischen Bündnisgrünen und unserer Wählerinnen sein. Für die Jungen und die Alten. Für die Lausitz und das Vogtland. Genauso wie für Connewitz, die Dresdner Neustadt oder den Kassberg. Für gebürtige Sächsinnen, Westdeutsche oder Migranten. Für Frau, Mann oder divers. Und für all eure Themen und Anliegen, aus welchem Politikfeld sie auch immer kommen. Liebe Freundinnen und Freunde, unseren aufstrebenden Grünweg in den letzten 20 Jahren zu begleiten, war mir immer ein Herzensanliegen. Aber der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Es gibt noch so viel zu tun. Eure starke grüne Stimme in Berlin zu sein, um den bitter benötigten Wandel hin zu einer sozial-ökologischen Gesellschaft zu gestalten, wäre mir eine Ehre. Jede Zeit hat ihre Farbe. Mit euch gemeinsam möchte ich es dieses Jahrzehnt zu unserer Zeit machen. Und 2021 fangen wir gemeinsam damit an. Denn alles ist drin. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen. Auf dem Punkt. Vielen Dank, Nomen. Wir haben auch hier vier Fragen ausgelost. Und ich fange an mit Susanne Kolber, KV Bautzen. Wie kann es gelingen, in Sachsen die ländlichen KVen und Städte vertrauensvoll in gemeinsamer Arbeit zusammenzubringen? Die erste Frage. Die zweite Frage von Mario Kattig, KV Bautzen. RB, Lok oder Dynamo? Was? Hast du dich recht? Sehr schöne Frage. Die dritte Frage von Stefanie Kruner, KV Leipzig. Die von dir im Stadtrat von Leipzig vorrangig und wirklich leidenschaftlich bearbeiteten Themen. Fallen alle in den Bereich der Innenpolitik. Welche Maßnahmen würdest du in diesem Bereich im Bundestag angehen? Und die vierte Frage von André Müller, KV Chemnitz. Welche Ideen hast du, den Klimaschutz sozial gerecht zu gestalten und besonders sozial benachteiligte Menschen teilhaben zu lassen? Dann hast du jetzt drei Minuten Zeit. Okay, mal gucken, ob ich das schaffe. Liebe Susanne, so wie ich das richtig verstanden habe, geht es darum, wie wir das Vertrauen zwischen Stadt und Land stärken als Grüne in den Kreisverbänden. Das funktioniert natürlich nur, indem einerseits die Städte auch nicht, vielleicht passiert das ja auch manchmal herablassend über den ländlichen Raum gucken und sagen, pass mal auf, wir sind hier viel stärker. Das ist wichtig, das eben auch anzuerkennen, diese Position. Und zweitens, ich glaube, wir haben als Landesvorstand und auch ich in den letzten Jahren viel dafür getan, die ländlichen Kreisverbände zu stärken, indem wir sie, ihr wisst das, mit Geschäftsstellen versuchen auszustatten, die Strukturen vor Ort zu stärken, vor Ort zu kommen, mit euch zusammenzuarbeiten in den Landesarbeitsgemeinschaften. Ihr habt es geschafft, selber Landesarbeitsgemeinschaften zu diesem Thema zu gründen. Und da vertrauensvoll miteinander zu arbeiten, das ist, glaube ich, wichtig für uns und das sollten wir alle tun. Die hebe ich mir auf. Ja, was die Themen, die ich im Stadtrat im Bereich der Innenpolitik quasi behandle, was ich da angehen würde. Aus kommunaler Sicht wäre da zuerst mal die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten zu nennen. Wir waren da in Leipzig Vorreiter, aber wir biegen uns die Gesetze da immer noch ein bisschen zurecht. Und dass die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten eben nicht nur geduldet wird, sondern auch Vorrang erhält. Das wäre ein Anliegen, wo wir in der Kommunalpolitik was im Innenpolitikbereich erreichen können. Und das steht ja auch bei uns im Bundestagswahlprogramm. Dann fällt mir da noch die Kennzeichnungspflicht ein bei der Bundespolizei. Wir haben im Landtagswahlkampf durchgesetzt, dass die sächsische Polizei eine Kennzeichnungspflicht bekommt und wir sind da auf einem guten Weg. Gleichzeitig ist es ja so, dass in vielen sächsischen Kommunen, zumindest auch bei uns hier in Leipzig, die Polizei arg ausgedünnt ist und die Bundespolizei bei der Unterstützung der Streifen und Tätigkeit hilft. Und da wäre es natürlich ziemlich blöd, wenn die einen gekennzeichnet sind, die anderen nicht. Und da das Grundsatzbeschluss bei uns ist und auch im Bundestagswahlprogramm steht, glaube ich, wäre das auch noch ein Punkt. Und dann fällt mir da eben noch ein, dass wir in Leipzig Vorreiterin in Sachsen sind bei der Frage der freiwilligen kommunalen Aufnahme von Asylsuchenden. Und wir haben eben als einzige Stadt auch auf unseren grünen Druck hin uns da Initiative Sichere Häfen angeschlossen. Denn wir haben den Platz für die Aufnahme, wir können das leisten als starke Kommune, aber der Bundestag blockiert das immer noch. Und da etwas zu tun, das wäre, ja, das wäre mir ein Herzensanliegen. Und zu der schönen Frage, Entschuldigung, die letzte schaffe ich da nicht mehr, RB Lock oder Dynamo kann ich ganz klar sagen, Green Bay Packers, das einzige amerikanische Football-Team, das immer noch eine Vereinsstruktur hat und den Bürgern der Stadt gehört. Und nicht einem Großkonzern. Vielen Dank, Norman. So, dann können wir nun in das Wahlverfahren eintreten. Dazu seht ihr auch wieder die Möglichkeiten, wie ihr abstimmen könnt. Mit der 1 könnt ihr euch enthalten, mit der 2 könnt ihr mit Nein stimmen, mit der 3 könnt ihr Kasse wählen und mit der 4 Normen. Auch hier nochmal der Hinweis, gewählt ist im ersten Wahlgang, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Dann eröffne ich den Wahlgang. Auch hier nochmal die Frage, funktioniert das mit dem Abstimmen? Eure Geräte? Ich sehe jetzt keine Probleme, hat jemand seine Stimme noch nicht abgegeben? Nein? Alle dabei? Stopp. Okay, dann warten wir noch kurz. Die Probleme behoben? Sehr gut. Dann denke ich, können wir den Wahlgang schließen. Und wir warten auf das Ergebnis. Liebe Bündnisgrüne und liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier ist Jan Otto, der erste Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IG Metall Ostsachsen und Berlin. Und ich freue mich sehr, euch heute herzliche Grüße von uns Metallern überbringen zu dürfen. Das Motto der Landesdelegiertenkonferenz und des Parteitages mit uns für die Zukunft ist natürlich auch unser Motto. Die Bündnisarbeit hat sich stark verändert in den letzten Jahren. Und so ist es jetzt auch an mir, mich als Mitglied der Bündnisgrünen in Sachsen bezeichnen zu dürfen. Und ich bin über diese Entscheidung verdammt froh, weil wir in den vergangenen Wochen und Monaten viele spannende Diskussionen und Debatten hatten. Das Motto mit uns für die Zukunft ist auch unser Motto. Die Transformation der Industrie muss jetzt vorangetrieben werden. Sie muss gelingen. Die Energiewende muss herbeigeführt werden und der Klimawandel muss gestoppt werden. Deswegen wünsche ich euch heute eine gute Listenaufstellung, gute Beratung. Und ich wünsche mir, dass wir in den nächsten Jahren die Zusammenarbeit zwischen IG Metall und den Grünen ausbauen. Dafür stehe ich persönlich bereit. Und jetzt erstmal alles Gute. Lasst es uns gemeinsam angehen. Lasst uns diese Wahl gewinnen. So, uns liegt nun ein Ergebnis vor. Es wurden 112 Stimmen abgegeben. Das Quorum lag damit bei 57 Stimmen. Es hat sich eine Person enthalten. Vier Stimmen wurden auf Nein gegeben. Auf Kassem fielen 63 Stimmen und auf Normen 44 Stimmen. Damit stelle ich fest, dass Kassem auf dem Listenplatz 4 gewählt worden ist. Und ich frage Kassem, nimmst du die Wahl an? Vielen Dank. Hervorragend. Damit haben wir unser Spitzenquattro. Wir gehen weiter zum Listenplatz Nummer 5. Da liegen uns bisher folgende Bewerbungen vor. Von Karin Bese, von Karina Flores und von Carola Köpfer. Gibt es noch weitere Bewerbungen für den Listenplatz Nummer 5? Annett bewirbt sich noch. Noch weitere Bewerbungen? Das ist nicht der Fall. Das heißt, genau, Karin Bese, Karina Flores, Carola Köpfe und Annett Jaguila. Damit schließe ich die Bewerbungsliste. Die drei Kandidatinnen, die sich noch nicht vorstellen konnten, dürfen sich jetzt vorstellen in alphabetischer Reihenfolge. Ihr habt wie immer die Möglichkeit, Fragen einzuwerfen, von denen wir vier dann losen werden. Und die drei Kandidatinnen bekommen wieder, wie alle anderen auch, alle sieben Minuten Vorstellungszeit. Damit fangen wir an mit Karin Bese. Da kommt sie schon. Karin Bese, die nächsten sieben Minuten sind deine. Liebe Freundinnen und Freunde, Klimaschutz, Vielfalt und globale Gerechtigkeit. Dafür stehen wir Bündnis 90 Die Grünen und dafür stehe ich. Mein Name ist Karin Bese. Ich bin 1981 geboren in Meißen und aufgewachsen in Nossen, in Alzella. Begleitet von den aufregenden Wendejahren, der Aufbruchsstimmung und den folgenden Ernüchterungen für unsere Elterngeneration, verbrachte ich eine Kindheit, umgeben von Natur. Und ich konnte mir nicht vorstellen, jemals irgendwo anders als auf dem Land zu wohnen. Aber es kam dann doch ganz anders. Inzwischen arbeite ich seit 15 Jahren in den Bereichen Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit. Erst vor kurzem sind mein Mann, unsere drei Töchter und ich von meinem letzten Projekt in Benin in Westafrika zurückgekommen. Meine älteste Tochter ist jetzt elf. Vor zwei Jahren war sie die Erste in ihrer Klasse, die bei den Fridays for Future Demos mitgelaufen ist. Zwei Wochen später waren es schon drei. Zwei weitere Wochen später die ganze Klasse. Wenn diese Klasse in sieben Jahren ihren Schulabschluss machen wird, werden wir bei einem Weiter-so-wie-bisher so viel CO2 in die Luft geblasen haben, dass wir eine Erderwärmung von 1,5 Grad nicht mehr aufhalten können. Politik muss handeln, und zwar jetzt. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Projektmanagerin, habe an der TU Dresden studiert. Schon vor über zehn Jahren sensibilisierte ich politische EntscheidungsträgerInnen in Deutschland für Klimawandel. Damals verwendeten viele das Bild des Eisbärs auf der Eisscholle, um den Klimawandel zu symbolisieren. Aber ganz ehrlich, das war ein Fehler. Dieses Bild vermittelte den Eindruck, dass Klimawandel irgendwo weit weg passiert. Aber Klimawandel passiert hier und passiert jetzt. Wir wollen Menschen dort abholen, wo sie sind. Die Bäuerinnen und Bauern bei der Verbesserung regionaler Absatzmöglichkeiten. Unternehmen bei Energieeffizienz, die Kosten spart und neuen Aufträgen bei der Anwendung regenerativer Energien. Menschen auf dem Land bei Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs. In der Stadt mit sauberer Luft. Eltern und Großeltern bei der Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder. Wir haben mit dem Pariser Klimaabkommen einen internationalen politischen Rahmen für Klimaschutz geschaffen. Aber die Umsetzung findet vor Ort statt. Gute Ansätze für konkrete und sozial gerechte Maßnahmen gibt es. Viele davon in Sachsen. Ich wollte sie alle aufzählen. Ich habe eine Liste begonnen und ich wusste genau, ich werde das nicht schaffen. Aber ihr kennt sie. Und im Bundestag will ich dafür eintreten, dass gute Beispiele endlich zum Standard werden. Manche Menschen glauben, dass wir die Zeit zurückdrehen können, indem wir unsere Grenzen schließen. Aber Grenzen halten Krisen nicht auf. Deshalb sind grüne Lösungen global. Ich habe meine berufliche Laufbahn beim UN-Welternährungsprogramm begonnen. Dass immer noch 800 Millionen Menschen auf der Welt an Hunger leiden, ist eine Katastrophe, die durch den Klimawandel noch verschärft wird. Im Rahmen der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit in Kamerun vor fast 15 Jahren erkannte ich schnell, hier läuft etwas schief. Wie können wir durch unsere Wirtschaft in Europa, unseren Konsum und unseren Müll, Märkte und Ökosysteme in anderen Ländern zerstören und dann denken, wir brächten Entwicklung. Es ist Zeit, endlich Verantwortung zu übernehmen für die negativen Auswirkungen unseres Handelns und verbindliche Regeln für eine nachhaltige Produktion und fairen Handel zu setzen. Wir müssen für unsere eigenen Haustür anfangen. Und Ungerechtigkeit finden wir auch hier in Deutschland. Es kann doch nicht sein, dass die Bildungschancen von Kindern immer noch hauptsächlich von der Bildung der Eltern abhängen. Dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer. Dass Vermögen von Geburt an so ungleich verteilt ist, dass ein Leben nicht reicht, um aufzuholen. Politik kann und muss das ändern. Die AfD wirbt mit dem Spruch Deutschland aber normal. Welches Normal sie damit meint, will ich mir gar nicht ausmalen. Wir dürfen nicht andere bestimmen lassen, was normal ist. Vielfalt ist normal. Und wir alle sind ein Teil davon. Ich bin eine weiße Frau und ich bin mir der Privilegien bewusst, die ich dadurch habe. Ich habe es aber auch am eigenen Leib erlebt, welchen Vorurteilen und Angriffen man ausgesetzt ist, wenn man in einer binationalen oder Patchwork-Familie lebt. Wenn man sich permanent fragen muss, zum Beispiel in der Bahn, wo kann ich mich hinsetzen? Wer hilft mir im Zweifelsfall, wenn ich angegriffen werde? Ich habe auch erlebt, wie es ist, alleinerziehend zu sein und sich alleine durchschlagen zu müssen und an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Aber Vielfalt macht uns stärker. 2013 habe ich angefangen, Kinderbücher zu schreiben, die Vielfalt als Normalität in Deutschland zeigen. Kinderbücher tragen ganz entscheidend dazu bei, wie Kinder die Welt erfahren. Sie helfen, Empathie zu erlernen und sich als Teil unserer Gesellschaft zu fühlen und Vorbilder zu finden. Kinderbücher sind ein Anfang. Aber sie reichen nicht. Wir alle müssen zu Allies, zu Verbündeten werden. Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen. Auch das ist normal. Wenn meine Töchter Angst haben, dann sage ich, Angst ist etwas Gutes. Angst macht uns aufmerksam und Angst bringt uns dazu, zu lernen. Auch ich habe Angst. Ich hatte Angst, meine Heimat zu verlassen und ich hatte auch Angst, zurückzukommen. Und ehrlich gesagt, schlottern mir gerade auch ziemlich die Knie. Aber Angst darf uns nicht lähmen. Wir müssen nach vorn schauen und wir müssen verändern. Zukunft wird aus Mut gemacht. Für uns, unsere Kinder und die Generation nach uns möchte ich mutig sein. Ich möchte weiter lernen und ich schaue nach vorn und ich möchte verändern. Und zusammen mit euch grüne Politik gestalten. Für Menschen in Sachsen, in Deutschland und weltweit. Vielen Dank, Karin. Du bekommst auch gleich Fragen. Vorher möchte ich noch mal daran erinnern, dass dieser Parteitag nur in Präsenz stattfinden kann unter einem strengen Hygienekonzept. Und wir sind alle dafür verantwortlich, dass das eingehalten wird. Deswegen möchte ich euch bitten, an euren Plätzen zu bleiben und auf dieses Traubenbilden. Ich weiß, das tut total weh. Ich würde auch sehr gerne sehr viele hier bequatschen und umarmen. Aber dass wir in unseren Plätzen bleiben, dass wir uns nicht in Trauben sammeln und dass wir auch vor allem darauf verzichten, durch den Saal zu gehen, insbesondere, wenn sich jemand hier vorstellt. Ja, das ist auch eine Frage des Respekts. Gut, jetzt kommt aber die Frage an Karin. Hier liegt uns eine Frage vor von Sid Marek Schaller aus dem Kreisverband Dresden. Du kommst aus dem ländlichen Raum und bist in die Großstadt und die Welt gegangen. Jetzt trittst du wieder im ländlichen Raum an. Warum? Und du hast drei Minuten Zeit, um diese Frage zu beantworten. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, als ich klein war, war ich im ländlichen Raum. Das hat mich sehr geprägt und ich war aber gleichzeitig auch neugierig. Ich wollte natürlich sehen, wie ist es in anderen Teilen der Welt. Ich wollte das selber kennenlernen und es hat mich sehr geprägt. Es hat meine Sicht auf die Welt verändert und es hat sie reicher gemacht. Und ich habe in dieser ganzen Zeit aber immer gedacht, ich möchte gern zurück in meine Heimat. Meine Eltern leben in Nossen. Mein Vater ist fast 80 und es war nicht so, dass ich die letzten Jahre einfach nur weg war. Ich war immer hier, nicht nur zu Ostern oder zu Weihnachten. Ich habe Wochenenden und auch meine Familie, wir haben Wochenenden hier verbracht, wir haben die Ferien hier verbracht. Und es war mir immer wichtig, einfach da zu sein für meine Familie und mit meiner Familie. Und ich habe die ganze Zeit verfolgt, was hier auch passiert. Und ich habe mich engagiert, auch in meiner Heimatstadt Nossen und in Sachsen. Meine Bücher zum Beispiel habe ich in Leipzig gelesen, habe ich in Dresden gelesen. Ich habe in jeder einzelnen Schulklasse in meiner Schule in Nossen meine Bücher vorgelesen. Wenn man eine diverse Familie hat, einen diversen Hintergrund, ist es in der Großstadt heute leider immer noch einfacher zu leben und akzeptiert zu werden. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir ländliche Räume stärken, damit wir eben allen Menschen ermöglichen, dort zu leben und dort gut zu leben. In Berlin gibt es so viele Menschen, die sagen, wir wollen gern aufs Land, aber dort fehlt die Infrastruktur, dort fehlt das Internet, dort gibt es weniger Jobmöglichkeiten. Und ich möchte mich eben genau dafür einsetzen, dass sich das verändert, dass Menschen wie ich wieder zurückkommen können und dass junge Menschen natürlich ihre Erfahrungen woanders machen, aber eben auch, wenn sie die Entscheidung treffen, stolz sein können und sagen können, nein, ich lebe hier und ich will hier bleiben. Und dafür finde ich Austausch ganz wichtig. Ich finde es wichtig, dass Menschen aus anderen Teilen der Welt zu uns kommen, sei es als Besuch, sei es dauerhaft. Ich finde es wichtig, dass Menschen aus Sachsen woanders hinkommen und zurückkommen. Und genau, ich finde es einfach wichtig, dass sich alle engagieren, egal wo man war, von wo man kommt und ich bin ein Teil davon. Dankeschön, Karin. Vielen Dank. Wir gehen damit in die Bewerbung von Karina weiter. Karina, du hast auch sieben Minuten Zeit, um dich vorzustellen. Ist sie? Ah, da. Hervorragend. Gut. So. Okay. Dann legen wir mal los. Liebe Freundinnen und Freundinnen, global und lokal gesehen stehen Frauen an den Spitzen im Kampf gegen Klimakrise und Schreck zurück. Seit dem Ausbruch der Pandemie wird einmal mehr deutlich. Die Krise ist nicht geschlechtneutral. Die Krise verstärkt alle existierenden Ungleichheiten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die DNA der Grüne ist die Klimakrise. Aber die Frauenfrage, die Gleichberechtigung aller Geschlechter, dafür hier müssen wir mal nicht eine zweite Reihe. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen, ja, und dabei die zentrale Fragen der sozialen Gerechtigkeit mitbeantworten. Das wird eine Herausforderung, aber dieser Anspruch wird an uns gestellt. Denn wir sind längst nicht mehr eine Klimapartei. Wir stehen für eine Chance der Gleichheit, es bescheren alle Geschlechter, für die Rechte von LGBTIQ, für den Antirassismus. Diesen Anspruch, liebe Parteifreundinnen und Freunde, möchte ich gerecht werden. Existenzielle Sorgen, Quarantäne und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit führen zu einem deutlicher Einstieg von häuslicher Gewalt. Die Leidtreibenden sind immer und fast immer Frauen. Die Auswirkungen von den Corona-Krisen ziehen auch in die Frauenberatung und in die Frauenhäuser. Daher bleibt dann auch viel zu tun. Denn während wir als Gesellschaft schaffen, die Kriminalität statistisch zu senken, bleiben die Zahlen bei häuslicher Gewalt gleich bleiben hoch. Wir sind gefordert, nach Lösungen zu suchen, denn Gewalt gegen Frauen findet weiter. Und überall und jeden Tag, liebe Parteifreundinnen und Freunde, sie hat viele Gesichter und beginnt nicht erst mit täglichen Angriffen. Das Recht auf ein Leben ohne Gewalt ist ein Menschenrecht. Jede Frau, unabhängig von Herkunft, Wohnort, ihren sozialen Status oder Aufenthalt, braucht Zugang zu Hilfe und zum Schutz. Wenn sie von Gewalt betroffen ist, dann verlangt die Istanbul-Konvention, dass wir uns verpflichten, sie zu schützen. Es sind Frauen, es sind alleinstehende Frauen, es sind Frauen, Verkäuferinnen, Pflegekräfte, alle diese Frauen, liebe Parteifreunde, tragen heute die Klima, Entschuldigung, tragen heute die Krise und halten unsere Land am Bleiben. Deshalb brauchen wir einmal, liebe Parteifreunde und Freunde, aus Bundesebene eine Auswertung der Sorgeberufe und einen verbindlichen Tarifvertrag. Auch bei dem Thema Parität müssen wir mal uns nicht zurücktreten. Ob im Bund, in Ländern, in den Kommunen, Frauen sind immer noch weiter unterrepräsentiert. Betrachte man an die Repräsentation von schwarzen Frauen, Frauen aus Color, Frauen mit einer Migration-Biografie wie ich, da haben wir mal noch viel zu tun. Die Ursachen liegen nicht, weil wir Frauen nicht wollen, sondern an die strukturellen Barrieren, an die Geschlechtsstereotypen. Wir brauchen eine verbindliche Quote. Die Hälfte der Vorstandssichs in Großunternehmen sollen eine neue Besexung an eine Frau gehen. Und dort, wo sie die Frauen unterrepräsentieren, müssen wir mal sich weiter gefordert. Gleichzeitig brauchen wir mal auch gleichwertige Bezahlung, denn die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern liegt weiter noch 18%. Wir brauchen dringend wirksame gesellschaftliche Regelungen, denn ohne geschlechte Parität bleibt die Demokratie unvollendet. Liebe Parteifreunde und Freunde, konsequent gegen Rassismus und für eine starke Demokratie. Es vergeht kaum einen Tag an den Judinnen, Juden, schwarze Frauen, schwarze Menschen, Geflüchtete, Menschen mit einer Migration-Bürofie wie ich, angegriffen werden. Rassismus und Antisemitismus sind Realität. Rassismus ist ein Trauma, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Demokratie. Und solange Rassismus in unserer Gesellschaft allunfähig ist, ist die Demokratie noch bedroht. Solange Rassismus in unsere eigenen Denkmuster gibt, dürfen wir mal nicht tatenlos bleiben. Neutralität, liebe Parteifreunde und Freunde, ist keine Antwort auf Rassismus. Wir entscheiden jeden Tag bewusst und unbewusst in unserem Handel wie in unserem Nichthandel, wo wir stehen und ganz Besonderen, auf welcher Seite wir stehen. Unsere Verfassung hält schon in ersten Paragraphen fest, dass die Wurde eines jedes Menschen untastbar ist. Dieses Bekämpnis, liebe Parteifreunde und Freunde, bildet das Fundament unserer Demokratie und spiegelt unsere humanistischen Grundwerte wieder. Liebe Parteifreunde und Freunde, wir müssen Rassismus und strukturelle Diskriminierung bekämpfen. Wir brauchen dafür eine bundesweite Strategie gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus. Wir müssen die Zivilgesellschaft weiter befordern. Dafür brauchen wir mal ein Demokratieforderungsgesetz. Wir müssen dafür sorgen, dass Attentate mit rechtsextremem oder rassistischem Hintergrund wie in Halle, wie in Hanau, wie in Kassel nach wie vor, liebe Parteifreunde und Freunde, vollständig aufgearbeitet werden. Kein Mensch ist illegal, liebe Parteifreunde. Lesbos und die Situation von Geflüchteten an Europas Außengrenzen ist ein Malmal. Für das scheitern europäische Asylpolitik. Schon seit 25 Jahren werden Fluchtwege selektiv abgeschnitten und die Migration somit stark eingeschränkt. Die humanitäre Versorgung über die Grenzen der Europäischen Union hinaus ist Bestandteil unserer Verantwortung. Ohne Wenn und ohne Aber. Liebe Parteifreunde und Freunde, seit 2019 bin ich Mitglied bei den Grünen. Von Anfang an war ich aktiv. Ich war Stadtratkandidatin in Leipzig für die Kommunalwahl 2019. Aktuell bin ich auch als Co-Sprecherin in der AG Frauen und Gleichstellung. Ich bin aktiver Mitglied in der LAG Geschlechter und Delegierte für die BAG Frauen. Seit 2020 Mitglied in den Landesparteirat. Liebe Parteifreunde und Freunde, ich bin überzeugt davon, dass es für unsere Demokratie, für die Menschen und unsere Umwelt ist gut, wenn wir mal Grünen gestalten. Diese Überzeugung, liebe Parteifreunde und Freunde, motiviert mich, Tag für Tag mit euch zu schreiten. Auf uns kommt es an, liebe Parteifreunde, wir Grüne sind und waren schon immer eine Partei des Wandels. Wir haben die richtigen Konzepte und den sozio-ökologischen Wandel voranzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Carina. Sind denn Fragen eingegangen? Das schauen wir mal fix nach. Nein, es gibt keine Fragen an dich, Carina. Wenn du möchtest, kannst du die drei Minuten jetzt nutzen, um noch was zu sagen. Ja, ich habe meine Rede schnell gekurzt und gesagt, dass ich auch gerne ein Augenmerk haben möchte bei den LGBT-Augü-Rechten. Heutzutage werden Lesbe, Schwule, Inter-, Trans- und Quermenschen auf der Straße gewalttätig angegriffen. 60% laut einer Studie werden werden sie in den letzten zwei Jahren hochgestiegen. Unser zuständiger Minister für Ersiegerheit hat wie heute noch nie eine umundranfällige Gewalt offentliche verurteilt, auch nicht nach dem Todunstelicht in Dresden. Das ist beschämend. Und ein klare Auftrag auf die Politik. Und wir Grünen wollen diese Diskriminierung beenden. Lesben, Schwule, wie sexuelle, trans- und inter- und quere Menschen sollen selbstbestimmt und diskriminierung frei leben können. Dafür und gegen gesellschaftliche Diskriminierung und fährder Sektanz, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt werde ich nicht, liebe Parteifreunden und Freunden im Bundestag einsetzen. Liebe Parteifreunden und Freunden, ob Patchwork, Steve oder Regenbogenfamilien oder Alleinstehende Familien mit Kind, so wie ich, Familien sind vielfältig und diese Vielfalt muss ein modernes Familienrecht auch abbilden. Es ist an die Zeit, das Familienrecht zu modernisieren. Und es war so, dass es zu den tatsächlichen Bedürfnissen von modernen, vielfältigen Familien passt. Denn ohne volle Gleichberechtigung bleibt jedes Reden über Toleranz und Vielfalt einfach heiße los. Danke schön, Carina. Und damit kommen wir zur Vorstellung von Carola. Ach, da ist sie schon. Carola, du hast auch sieben Minuten Zeit. Liebe Freundinnen, die Schwere dieser Pandemie hat ja an dieser Form kaum jemand voraussehen können. In den letzten Jahren nicht zu übersehen waren indes die Intensivpatienten- Pflegepolitik, die gelähmte Digitalisierung und die im Sterben liegende Natur. Als Grüne in der nächsten Bundesregierung müssen wir die immense Klimaherausforderung annehmen. Und wir müssen das soziale Klima, die Fragen des Miteinanders und die Digitalisierung aktiv gestalten und nicht weniger ambitioniert müssen wir die Herausforderungen in der Pflege angehen. Ich heiße Carola Köpferl, bin 30 Jahre jung und Direktkandidatin des KV Chemnitz. Als Sozialpädagogin und Pflegemanagerin zieht sich beruflich an den Schnittstellen barrierefreies Wohnen, ambulante Versorgung und Digitalisierung in der Pflege. Und genau dieser digitale Wandel verändert alle Lebensbereiche, ab Arbeit, Wirtschaft oder Bildung. Die Förderung des freien Netzzugangs ist dazu elementar. Es gilt, den gleichen Netzzugang für alle zu sichern. Schnelles Internet mit mindestens 100 Mbit muss in den ländlichen Regionen Sachsens und darüber hinaus endlich umgesetzt werden. Und ebenso Geschwindigkeit muss die digitale Barrierefreiheit aufnehmen. Die politische Gestaltung dieses digitalen Umbruchs, zum Beispiel in Schulen und Behörden, lahmt seit Jahren und Deutschland verliert den Anschluss. Gleichzeitig stehen mühsam erkämpfte BürgerInnen und Freiheitsrechte unter Druck. Die Frage, wie wir digitalisieren, ist also eine der Zukunftsfragen schlechthin. Es beginnt mit der Herausforderung, Internetkonzerne in Deutschland endlich vernünftig zu besteuern. Es geht weiter mit dem Recht auf Repair, das heißt die Möglichkeit, gerade in Rechnern und Smartphones Komponenten statt ganze Geräte tauschen zu können. Und es gipfelt mit der Frage, was ist denn unsere KI-Strategie? Wie kann intelligente Technik auch im Bereichen der Pflege und im Umweltschutz gewinnbringend eingesetzt werden? Ich habe als Imkerin zum Beispiel meine Bienenbeuten mit vielen Sensoren verkabelt und liefere Daten für die Wissenschaft. Denn was in den Beuten zum Bienensterben führt, da ist man sich noch unsicher. Was aber zum Insektenschwund und zum Artensterben in diesem bedrohlich großen Maße führt, das ist ja kein Geheimnis mehr, weil täglich 60 Fußballfelder für Straßen, Häuser und Lkw-Parkblitte drauf gehen, das heißt versiegelt werden, weil Bäume und Wälder in der Trockenheit kaputt gehen und weil artenfreundliche Landwirtschaft ohne Saatgutmonopole immer noch in der Minderheit sind. Doch von diesen Bienen und der Bestäubungsleistung von Insekten hängt unser aller Essen ab. Diese Bienen brachten mich persönlich zum Naturschutz und heute betreue ich Naturschutz und Gartenprojekte und mache auch mit bei solidarischen Landwirtschaftssachen. Die nationale Biodiversitätsstrategie und das Bundeskonzept grüne Infrastruktur kann und will ich mit Wissen und Erfahrung voranbringen. Seit Jahren betreue ich meine pflegebedürftige Oma und weiß daher, was viele auch pflegende Angehörige leisten. Wir machen drei Viertel der häuslichen Pflege aus und die Folgen sind bekannt. Geringes eigenes Einkommen und der Burnout für den Körper und für die Psyche. Durch meinen täglichen Kontakt zum Pflegedienst und meine frühere Tätigkeit in der stationären Altenpflege ist mir klar, wie stark das aktuelle System krankt. Und eins haben wir in dieser Pandemie ja gelernt, eine gute Gesundheitsversorgung und eine gute Pflege retten unser Leben. Fünfeinhalb Millionen Menschen, meistens Frauen, arbeiten in der Pflege und im Gesundheitswesen. Deutlich mehr als ein Zehntel unseres Bruttosozialproduktes werden hier erwirtschaftet. Doch Pflege gehört nicht länger allein dem Kapitalismus und dem Kreto, der Markt regelt das ausgeliefert. Denn in ländlichen Räumen Sachsens fehlen nicht nur die Fachärztinnen, die Hausärztinnen, sondern zunehmend auch die ambulanten Dienste. Es lohnt sich nicht. Und da läuft ein Exodus. Lasst uns zusammen den professionellen Pflegeberuf für ArbeitgeberInnen und für die Pflegeprofis selbst, aber auch für die ganzen sozialen Dienste, PhysiotherapeutInnen etc. wieder lohnenswert machen. Die Bürgerversicherung ist ein Baustein, ein Baustein in der sozialen Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, ein gutes Stichwort, ein Punkt zu mir. Aktuell erleben wir das ja alle. Ein Leben ohne Verreisen, ohne Essen gehen, ohne Kino und Kultur. Dazu Auflagen, Vorschriften, Druck und Angst um die Zukunft. Aber so bin ich aufgewachsen. Als eins von vier Kindern einer alleinerziehenden Mutter im sogenannten Hartz-IV-System. Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit habe ich nicht erfahren. Mein Abitur habe ich später an der Berufsschule gemacht. Dank eines Stipendiums konnte ich mich aber im Studium ausprobieren, in verschiedensten Richtungen. Und ja, und mit 21 stand ich auch mal für die CDU in Chemnitz am Wahlkampfstand und drehte Zuckerwatte. Später im Masterstudium sammelte ich wochenlang Unterschriften, zum Beispiel für die Abschaltung des Kohlekraftwerks Nord und für das Vorverfahren Rettet die Bienen in Bayern. Durch eine Autoimmunerkrankung bin ich schwerbehindert. Diskriminierung erlebe ich auch ohne Rollstuhl regelmäßig. Das führte mich in den Behindertenbeirat und heute bin ich zum Beispiel Teil einer bundesweiten Gruppe der WissenschaftlerInnen mit Behinderung. Inklusionspolitik in allen Lebensbereichen gilt es von denen umzusetzen, die es auch betrifft. Und genau diese unterschiedlichen Erfahrungen, die ich geschildert habe, zeichnen mich schlussendlich aus, haben mich politisiert und zu einer überzeugten Grünen gemacht. Heute stehe ich vor euch als eine Macherin und eine mutige Kämpferin. Von einem kleinen Dorf aus einfachen Verhältnissen habe ich mich durch Umwege hergekämpft und ich will, dass das für andere einfacher wird. Ich will, dass wir soziale Gerechtigkeit voranbringen und ich will, dass wir auch noch übermorgen auf diesem Planeten leben können. Und dazu braucht es einen mutigen Aufbruch. Für diesen grünen Aufbruch will ich mich mit aller Kraft einsetzen und bitte euch um eure Unterstützung für Platz 5 der Sächsischen Landesliste. Vielen Dank. Vielen Dank, Carola. Ganz kleinen Moment bitte. Also nicht irritieren lassen, Carola. Wir haben zwei Fragen und noch eine dritte. Da steht aber der Name nicht dabei. Vielleicht kann, ja, hier ist das so ein kleiner, süßer Zettel. Die Frage ist, was sind politische Maßnahmen gegen Elektroschrott vorzugehen? Kann denn die Person, die die gestellt hat, sich vielleicht mal kurz zu erkennen geben? Weil wir ja eigentlich immer da sagen, wer es ist. Ach, das ist der Kassem. Gut. Also, der Kassem fragt dich, was sind politische Maßnahmen gegen Elektroschrott vorzugehen? Das ist eine sehr spannende Frage. Also da ein... Carola, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Es sind insgesamt drei Fragen. Die zweite kommt von Bridionen aus dem KV Dresden. Wie stehst du zur Cannabis-Legalisierung? Und die dritte Frage kommt von Stefanie Gruner aus dem KV Leipzig. Warst du für die CDU nur am Stand oder dort Mitglied? So, und jetzt hast du drei Minuten Zeit. Ich kläre die CDU-Frage. Ich war mit 21 Mal bei der CDU Mitglied. Genau, also mache ich jetzt auch kein Geheimnis draus. Das ist jetzt allerdings auch schon zehn Jahre her. Legalisierung Cannabis. Bin ich extrem dafür, das zu entkriminalisieren. Weil Gegenfrage ist ja, wer Cannabis verbietet, müsste auch Alkohol verbieten. Ich glaube, da gibt es keine Mehrheiten. Und ich sehe es halt ein Stück weit auch. Also ich sehe das halt einfach auf, dass mir die Polizistinnen damit auch unnötig beschäftigen. Also gerade ist das ein Riesenthema. Das heißt aber nicht, dass ich Cannabis als ich sozusagen als jeden Tag ein Stück Schokolade ansehe. Das sollte aber auch jeder frei entscheiden können. Wo ich es besonders auch interessant finde, wenn man die Prohibition aufhebt in dem medizinischen Bereich, weil man dann ohne riesige Auflagen das auch weiter einsetzen kann. Und da gibt es zum Beispiel gerade Anästhesistinnen, die sich ja da zum Beispiel sehr dafür aussprechen. Dann möchte ich noch die Elektroschrottfrage anschließen. Also wie kann man vorgehen? Das geht mit dem Rechtsanspruch auf Reparatur. Also heute kann ich Sachen zwar zurückgeben, wir sind in einer Garantie, aber ich habe vor kurzem erst eine Gartenschere eingereicht. Die wird nicht repariert, die wird weggeschmissen, holen Sie sich eine neue. Fand ich nicht so gut. Und das heißt aber auch, dass längere Gewährleistungsfristen, also dann Garantie, das was wir vielleicht im Volksmund als Garantie verstehen, also gesetzliche Gewährleistungsfristen für Elektrogeräte gelten. Also nicht nur die zwei Jahre, sondern gerade bei einer Waschmaschine, die hat ja auch mittlerweile recht viel Rechentechnik drin, kann man sich da schon mal so Richtung fünf Jahre bewegen, weil das auch den Anspruch erhöht. Und natürlich sozusagen Qualitätsprodukte auch im Markt herausstellt. Also durch eine gesetzliche sozusagen Untergrenze, was ich nicht darf, kann ich auch Qualität erhöhen. Und da bin ich sehr dafür. Es geht weiter mit dem verpflichtenden Gerätepfand, zum Beispiel das Handypfand, ist ja schon auch mal durchgerechnet worden, hat also gerade im Bereich zum Beispiel Akku. Und das Handy hat ja unglaublich, das ist ja ein wahrer Schatz an Rohstoffen, der da drin ist. Und diese Rohstoffe werden ja aktuell auch nicht besonders fair geschürft. Also das heißt, es ist gut, dass wir die im Kreislauf behalten. Und dazu schließt sich auch die Idee halt an mit der lückenlosen Sammlung eben von Handys. Also aktuell ist es so, ich gebe meinen Elektroschrott ab und dann, glaube ich, verfolge uns die wenigen von euch, wo es hingeht. Da müssen wir auf jeden Fall festhalten, innerhalb auch der EU, sehe ich tatsächlich auch eine EU-Ebene an, aber da kann ich mich sicherlich auch mit Anna gut verständigen dazu, also hochwertiges Recycling von Altgeräten innerhalb der EU zu ermöglichen. Bis jetzt landet es ja doch relativ häufig zum Beispiel auch vor der Küste Westafrikas und das kann ich tatsächlich nicht vertreten. Jetzt habe ich noch 20 Sekunden. Aber die möchte ich nicht ausschöpfen und bedanke mich. Vielen Dank. Dankeschön, Carola. Gut, dann treten wir nun in das Wahlverfahren ein, genauer gesagt in den ersten Wahlgang. Es stehen zur Wahl Karin, Carina und Carola und Annett. Nochmal zur Erinnerung, im ersten Wahlgang ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Sollte das keiner der vier Kandidatinnen gelingen, treten wir in einen zweiten Wahlgang ein. Euch wird jetzt angezeigt, wie ihr stimmen könnt. Wenn ihr auf eurem elektronischen Fernbedienungsgerät die Nummer 1 wählt, dann stimmt ihr mit Enthaltung, mit der Nummer 2 stimmt ihr mit Nein, die 3 ist für Karin Bese, die Nummer 4 für Carina Flores, die Nummer 5 für Annett Jaguila und die Nummer 6 für Carola Köpfer. Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich eröffne den Wahlgang. Da gibt es schon technische Probleme. Könnte da vielleicht jemand mal nachschauen? Da hinten rechts, genau. Ja, so lange warten wir noch. Zeigen sich noch bei irgendwem anders technische Probleme? Das ist schon mal gut. Hat geklappt? Gut. Konnte jemand seine Stimme noch nicht abgeben? Nein, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Wahlgang und wir warten auf das Ergebnis. Hallo, ich bin Ferdinand Dürr von Adopt a Revolution. Hallo, ich bin Arua Azuz von der Campaign Syria Not Safe. Als vor 10 Jahren in Syrien Zehntausende friedlich gegen die Assad-Diktatur demonstrierten, wollten wir dem Aufstand zum Durchbruch verhelfen. Bis heute stärken wir die aktive syrische Zivilgesellschaft für Freiheit und Gerechtigkeit, wo immer wir können. Aber auch hierzulande sind wir aktiv. Wegen den Ersatzkrieg leben 800.000 Zuharinnen und Zuharinnen in Deutschland, fast ein Prozent der Bevölkerung. Wir können nicht zurück, solange das Assad-Regime an der Macht ist. Deshalb bringen wir uns hier politisch ein, zum Beispiel mit der Campaign Syria Not Safe. Gegen die Aufhebung des Abschiebestopps im vergangenen Dezember haben wir lautstark demonstriert. Und ihr habt damals Sachsens Innenminister Böller konfrontiert. Danke dafür. Jetzt gilt es, Abschiebungen in Folterstaaten auf Bundesebene zu verhindern. Auch dabei zählen wir auf euch. Streitet mit uns dafür, vor und nach der Bundestagswahl, dass es keine Abschiebepartnerschaft mit dem Assad-Regime geben wird. Danke. Uns liegt ein Ergebnis vor für den Listenplatz 5. Es wurden insgesamt 110 Stimmen abgegeben. Damit liegt das Quorum bei 56. Zwei Delegierte haben sich enthalten. Vier Delegierte haben mit Nein gestimmt. Auf Karin Bese entfielen 20 Stimmen. Auf Karina Flores 10. Auf Annette Jaguila 36. Und auf Carola Köpferl 38 Stimmen. Damit hat im ersten Wahlgang keine der Kandidatinnen das Quorum erreicht. Und wir treten in einen zweiten Wahlgang ein. Im zweiten Wahlgang können die Kandidatinnen noch mal antreten, die im ersten Wahlgang mindestens 15 Prozent der Stimmen hatten. Das heißt Karin, Annette und Carola. Und ich frage mal, möchte eine von euch dreien zurückziehen oder tretet ihr alle noch mal an? Da scheint mir jetzt nicht so zu sein, dass irgendwer nicht noch mal antreten möchte. Das heißt, wir haben einen zweiten Wahlgang, in dem Karin, Annette und Carola antreten. So, ihr könnt jetzt wie folgt stimmen. Mit der 1 enthaltet ihr euch wieder. Mit der 2 stimmt ihr für Nein. Mit der 3 könnt ihr für Karin stimmen. Mit der 4 für Annette. Und mit der 5 für Carola. Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann eröffne ich den Wahlgang. Sind irgendwo technische Probleme aufgetaucht? Nein. Muss noch jemand seine Stimme abgeben? Das ist auch nicht der Fall. Sehr gut. Dann schließe ich den Wahlgang. Und wir warten auf das Ergebnis. Für zweite Wahlgänge haben wir keine Videos, die in der Pause eingespielt werden. Ich sage nur, falls die Versammlung es unbedingt will, würde ich auch einen Witz erzählen. Aber das reicht leider nicht an Zustimmung. Wir haben erneut ein Ergebnis. Es wurden 108 Stimmen abgegeben. Das Quorum liegt damit bei 55. Es haben sich 0 Delegierte enthalten. 3 haben mit Nein gestimmt. Auf Karin entfielen 14 Stimmen. Auf Annette 49. Und auf Carola 42. Damit hat auch im zweiten Wahlgang keine der Kandidatinnen die erforderliche Hälfte der Stimme erreicht. Und wir gehen in einen dritten Wahlgang. Im dritten Wahlgang können antreten die Kandidatinnen, die im zweiten Wahlgang mindestens 30% der Stimmen erhalten haben. Das sind im vorliegenden Fall Annette und Carola. Ich möchte eine von euch beiden aus dem Rennen ausscheiden. Ich denke, das wird nicht der Fall sein. Und damit gehen wir in einen dritten Wahlgang, in dem ihr mit Enthaltung Nein, Annette oder Carola stimmen könnt. Da wird es euch auch nochmal angezeigt. Eins Enthaltung, zwei Nein, mit der Nummer drei für Annette und mit der Nummer vier für Carola. Gibt es denn Fragen dazu? Das ist nicht der Fall, dann eröffne ich den Wahlgang. Das ist nicht der Fall, dann eröffne ich den Wahlgang. Gibt es irgendwo technische Probleme? Muss noch jemand seine Stimme abgeben, der das noch nicht tun konnte? Nein? Dann ist der Wahlgang hiermit geschlossen und wir warten aufs Ergebnis. Was habe ich getan? Okay, also mein Lieblingswitz ist leider ein bisschen zu lang für die Auszählpause. Was ist unsichtbar und riecht nach Karotte? Ein Hasenpups. Bessere Witze gibt es später. Im dritten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhalten hat, jedoch mehr als Nein-Stimmen. Es wurden 109 Stimmen abgegeben, das Quorum liegt somit bei 55 Stimmen. Es hat sich eine delegierte Person enthalten. Es gab drei Nein-Stimmen. Auf Annette entfielen 60 Stimmen und auf Carola 45. Damit ist Annette gewählt. Annette, nimmst du die Wahl an? Ja, Annette nimmt die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch, Annette. Damit vollführen wir einen kleinen Präsidiumswechsel. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank. Juliane, dein Abstimmungsgerät. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, gut. Ich sehe Nicken von Norman. Ferner frage ich Dennis Korn und ferner frage ich Carola. Carola, ich kann dich nicht sehen, um ehrlich zu sein. Ich stelle fest, dass Carola Köpferl keine Bekundung für diesen Platz nunmehr abgegeben hat. Dann treten wir nun in das Bewerbungsverfahren von all denjenigen, die sich noch nicht vorgestellt haben in alphabetischer Reihenfolge und beginnen mit Olaf. Olaf, wir bitten dich nach vorne zu kommen und dann hast du die Möglichkeit für sieben Minuten dich vorzustellen. In der Zwischenzeit bitte ich, dass alle Menschen, die Fragen an Olaf haben, die nun in die jeweiligen Boxen einwerfen. Olaf, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Olaf Hohbeck. Ich bin Tischlermeister und betreibe eine Bau- und Möbeltischlerei zusammen mit fünf Mitarbeiterinnen und dabei ist auch eine Auszubildende. Ich lebe und arbeite in Wildenau, einem beschaulichen Dorf im Vogtland. Hier bin ich aufgewachsen, habe eine Familie gegründet, ein Haus gebaut, den Familienbetrieb übernommen, habe viele Jahre im Dorfverein Fußball gespielt, bin heute Sponsor und aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Bei uns gibt es neben Natur und Wohnen auch noch mittelständische Wirtschaft, Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft. Vor ein paar Jahren habe ich eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Gestalter im Handwerk in Dresden absolviert. In dieser Zeit habe ich das Leben in einer großen Stadt kennengelernt, besonders die Dresdner Neustadt. Mit ihrem kreativen Potenzial, den Möglichkeiten, die sich hier bieten im Bereich Kultur und Subkultur, Begegnung, offene Gesellschaft, Vielfalt, Gastronomie, Mobilität. Ich habe hier Menschen getroffen, weltoffen, kreativ, Künstlerinnen und Künstler, hochprofessionell und dennoch bescheiden. Und ich habe Freundschaften geschlossen, die mein Leben bis heute bereichern. Das zeigte mir, wie unterschiedlich doch die Lebenswelten sind und auch die jeweilige Selbstwahrnehmung ist. Welche Bedürfnisse die Menschen in den Vordergrund stellen und wie unterschiedlich es doch um die Umsetzungsmöglichkeiten bestellt ist. Diese Unterschiede sollten wir bei unseren Botschaften an die Wählerinnen und Wähler im Blick behalten. Seit zehn Jahren bin ich Mitglied bei Bündnis 90 die Grünen. Aber meine ersten politischen Aktivitäten reichen zurück in den Herbst 1989, den Massenprotesten gegen das DDR-Regime, in Auerbach, in Plauen und einmal sogar in Leipzig, der Nachgründung einer Bürgerinitiative in meinem Heimatort und die Organisation der ersten Freien Wahlen. Erfahrungen, die mich bis heute geprägt haben, weil sie mir gezeigt haben, dass man mit Mut, Ausdauer, Wissen, Anstand und Überzeugungskraft und gemeinsam mit vielen anderen Menschen die Zukunft positiv gestalten kann. Deshalb habe ich mich auch weiter politisch engagiert. Ich war Gemeinderat, bin Kreisrat, Mitglied im Landesparteirat und engagiere mich in der LAG Tierschutz. Ich bin für eine konsequente Agrarwende und für nachhaltige Lebensmittelproduktion. Vor allem für das Ende der industriellen Massentierproduktion. Weil damit gleichzeitig mehrere Ziele erreicht werden können. Weniger Flächenverbrauch, für mehr Biodiversität, bessere Haltungsbedingungen für Tiere, weniger Tiertransporte, regionale Wertschöpfung, kürzere Lieferwege, Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz. Stichwort Zoonosen, Antibiotikaresistenzen und so weiter. Und weniger Treibhausgasemissionen und damit Klimaschutz. Und Klimaschutz ist für mich auch die Energiewende im ländlichen Raum, um Wertschöpfung vor Ort zu generieren und damit auch Akzeptanz bei den Menschen zu erreichen. Ein weiterer Punkt ist für mich die stärkere Wertschätzung des Handwerks und der Kreativwirtschaft. Die wichtige Beiträge zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten und für regionale Wertschöpfung sorgen. Besonders die Interessen, Werte und Fähigkeiten des Handwerks lassen sich vielfältig mit unserer grünen Agenda verbinden. Das müssen wir erkennen und zeigen. Es gibt noch viele andere, mindestens genauso wichtige Themen, die alle möglichst gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Nach meiner Wahrnehmung sind wir die Einzigen, die erkannt haben, wie wichtig es ist, den absehbaren Problemen der Zukunft vorausschauend zu begegnen und schon jetzt dafür Sorge zu tragen, sie zu bewältigen. Wir Bundesgrüne haben dafür schlüssige Konzepte, die von engagierten und kompetenten Menschen auch in unseren Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaften entwickelt wurden. Wir haben ein modernes Grundsatzprogramm und bald auch ein sehr ambitioniertes Wahlprogramm. Und wir haben das mit Abstand beste Führungsteam aller Parteien in Deutschland. Und das gilt es den Menschen im Wahlkampf zu vermitteln. Dazu gehört eine offensive und breite Kommunikation. Und das bedeutet für mich, dass wir die Fixierung auf die eigenen Milieus überwinden müssen. Die Gesellschaft ist fragmentierter geworden. Abgrenzungen und Zuordnungen funktionieren nicht mehr wie früher. Überschneidungen werden größer. Und wir sind und werden immer mehr eine vielfältigere Gesellschaft. Und gerade hier können wir als Bündnispartei die meisten Anknüpfungspunkte herstellen. Um progressive Politik für Ökologie, Klimaschutz und Gerechtigkeit nachhaltig zu etablieren, brauchen wir breite gesellschaftliche Akzeptanz und stabile Mehrheiten. Als selbstständiger Handwerksmeister sehe ich mich als Mittler für diese Politik im ländlichen Raum. Vor allem hier in Sachsen, auch beim Handwerk und beim Mittelstand. Besonders hier werden sich neue Chancen bieten. Denn Klimaschutz heißt nachhaltige Gebäudesanierung, Umstellung der Wärmeerzeugung, Ausbau der Energienetze, Umstellung von Transport, Verkehr und Mobilität. Und geht weiter und beginnt mit der dezentralen, CO2-neutralen Energiegewinnung bei der Wertschöpfung, bei der die Wertschöpfung auch vor Ort bleibt. Überall werden qualifizierte Fachkräfte gebraucht. Und das Handwerk kann mehr als aller anderen Branchen diese Fachkräfte ausbilden. Das sind alles große Aufgaben. Und es wird sehr viele Veränderungen, auch Verunsicherungen und auch einige Zumutungen mit sich bringen. Aber die Chancen, die damit verbunden sind, werden überwiegen. Es wird eine unserer wichtigsten Aufgaben sein, dafür Vertrauen bei den Menschen zu erreichen. Vertrauen in uns und unsere bündnisgrüne Politik. Und auch wieder mehr Vertrauen in den Staat. Den Menschen zu zeigen, dass wir die Kompetenz haben, den Staat so zu organisieren, dass er den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird und gleichzeitig die sozialen und ethischen Aspekte sowie die globalen Grenzen im Blick hat. Wenn wir diese Chancen richtig nutzen, dann können wir eine sichere und positive Perspektive für Deutschland schaffen und damit auch dazu beitragen, die notwendigen Veränderungen in Europa und weltweit zu unterstützen. Deshalb bewerbe ich mich für unsere Landesliste zur Bundestagswahl und meinen Beitrag für unsere Partei im Bundestag zu leisten. Vielen Dank. Vielen Dank. Olaf, ich möchte noch mal daran erinnern, dass es notwendig ist und fair, dass Gespräche bitte auf ein Minimum zu reduzieren sind und falls sie unablässlich sein sollten, dann zumindest nicht in diesem Saal zu führen sind. Es gibt zwei Fragen an dich, Olaf. Und zwar von... Und zwar von Mario Hertig aus dem KV Görlitz. Wie hast du die Zustimmung des Einsatzes der Bundeswehr im Kosovo erlebt? Und Frage zwei von Ulrike Liebscher, KV Vogtland. In den ländlichen Gebieten haben wir Grüne oft wenig Zustimmung. Wie willst du das ändern? Das sind die zwei Fragen und für kommende Fragen, ich kann nur an die Lesbarkeit der FragenstellerInnen darum bitten. Olaf, für diese zwei Fragen hast du jetzt noch mal drei Minuten Zeit. Ich verstehe die erste Frage dahingehend, dass es darum geht, wie ich die Zustimmung der Grünen zum Einsatz erlebt habe. Es geht jetzt nicht um meine Einstellung dazu. Ich habe diese Zustimmung dahingehend erlebt, dass es eine sehr schwierige Entscheidung war und keiner von denen, die das damals dafür entschieden haben, hat sich das leicht gemacht und es ist eine Katastrophe, dass sowas überhaupt passiert. Und die Menschen, die das damals entschieden haben, haben aus meiner Sicht in Verantwortung gehandelt und haben nach ihrem Gewissen entschieden. Und das muss man akzeptieren. Und ich bin der Meinung, dass wir Grüne uns, ich kenne diese Debatten, dass immer uns vorgewirfen wird, wir wären eine Kriegstreiberpartei. Es wird immer wieder kolportiert, weil man kann sich aber in dieser Welt auch nicht einfach so herausnehmen und einfach nur mit Behauptung, Frieden zu wollen, wäre alles gelöst. Und wie wir die Zustimmung im ländlichen Raum für uns Grüne bekommen können, ja, das ist natürlich eine Frage, die den ländlichen Raum an sich betrifft, wie wir Grüne den ländlichen Raum sehen. Mit welchem Blick wir Grüne auch unsere Führungsebenen den ländlichen Raum betrachten. Und da ist hier ein ganz wichtiger Punkt die Wertschätzung der Leistungen der Menschen auf dem Land. Denn die haben genauso gearbeitet und gekämpft und haben sich etwas aufgebaut. Und der Grund dafür, dass im ländlichen Raum die Zustimmung zu den Grünen so niedrig ist und in den Städten so hoch ist, liegt nicht daran, dass die Menschen auf dem Land dümmer sind oder nicht gebildet sind. Es liegt einfach daran, dass sie nicht im Fokus sind und dass sie für ihre Leistungen, die sie erbracht haben, sie sehen ihre Lebensleistungen nicht gesichert. Wir haben große Umbrüche vor uns und die Menschen haben Angst, dass ihnen irgendwas dort verloren geht. Und da müssen wir als Grüne hart daran arbeiten, dass die Menschen darauf vertrauen können, dass wir sie im Blick haben, dass wir ihre Perspektiven im Blick haben. Das heißt Arbeitsplätze, das heißt Wirtschaft, das heißt Kultur, das heißt Infrastruktur. Das müssen wir dahingehend funktionieren, dass sie auch so verstanden werden. Und dann werden auch die Menschen nicht mehr so anfällig für irgendwelche Fähigbehauptungen. Und das müssen wir den Menschen signalisieren. Danke, Olaf. Dann würden wir jetzt nach einer kurzen Desinfektion zu Dennis Korn kommen. Lieber Dennis, auch du hast die Möglichkeit, dich sieben Minuten vorzustellen und alle Menschen, die Fragen an Dennis stellen wollen, die sollten dann demnächst ihre Fragen einwerfen. Dennis, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Dennis Korn und ich möchte mit euch die Zukunft verändern. Als Sohn einer Familie, die seit fünf Generationen einen Dachdeckerbetrieb führte, lernte ich diesen interessanten und anspruchsvollen Beruf. Seitdem sehe ich das Handwerk als einen wichtigen Baustein für Sachsen an. Als Dachdeckermeister werde ich um das Vertrauen der Handwerkerinnen werben. Zusammen mit meiner Frau habe ich drei Kinder. Dadurch habe ich einen guten Einblick in die Lebensrealität von Eltern. Mit 44 Jahren bringe ich viel menschliche Erfahrung mit ein. Gleichzeitig habe ich die Kraft, Veränderungen anzupacken und bin immer bereit, dazuzulernen. Bereits im Alter von 15 Jahren wurde ich durch die Liebe zur Musik DJ. Durch unzählige Veranstaltungen kenne ich in ganz Sachsen sehr viele Menschen und diese mich. Mein Schritt in die Selbstständigkeit mit dem DJ-Laden im Jahr 2001 galt damals als sehr mutig. Aus Mut wurde Kraft und entstand das größte Musikhaus Sachsens in Mitvilian in Dresden, Leipzig, Halle und in Stammsitz in Uschatz. Die über 50 Mitarbeiterinnen der Kurnecker sind ein super Team und arbeiten jetzt schon drei Monate völlig eigenständig. Warum lege ich mein Unternehmen in die Hände meiner Mitarbeiterinnen und engagiere mich in der Politik? Weil sich in Deutschland etwas ändern muss. Dazu brauchen wir Kandidierende, die mit Herz und Kraft für die Bürgerinnen unserer Landkreise kämpfen. Wir brauchen Kandidierende, die die Sorgen und Probleme der Menschen vor Ort hören und verstehen. Wir brauchen Kandidierende, die bereit sind, ihre Stimme in Berlin für alle Bürgerinnen Sachsens zu erheben. Aus diesen Gründen stehe ich heute hier vor euch und bitte euch um eure Stimme. Ich bin kein erfahrener Politiker, aber ich stehe für Aufbruch und für Wechsel. Bei der letzten Bundestagswahl wählten in meinem Wahlkreis nur 2,6 Prozent Bündnis 90 die Grünen. Das wird diesmal definitiv anders. Ich habe mir das persönliche Ziel gesetzt, die Stimmen von 30.000 Nordsächsinnen und Nordsachsen zu erhalten. Ich kämpfe um das Direktmandat und um jede Stimme. Durch meine frühzeitige Nominierung im November 2020 konnte ich zunächst viel Aufbauarbeit im Kreisverband leisten und auch Außenstehende für grüne Positionen begeistern. Unser Wahlkampfteam zählt jetzt schon 32 aktive Menschen. Nach der Übergabe aller verbleibenden Aufgaben in meiner Firma konnte ich am 1. Februar offiziell in den Vollzeitwahlkampf einsteigen. Mit dem neuen grünen Büro in der Innenstadt von Oschatz werden wir erstmals in der Geschichte unseres Kreisverbandes richtig sichtbar. Mit der Aktion Nistkasten starteten wir die erste Stufe unseres Wahlkampfes. Das nähere Kennenlernen der Naturfreundinnen und Gartenbesitzerinnen war das Ziel. Über 1.000 bestellte Exemplare verteilte ich in ganz Nordsachsen. Neben vielen persönlichen Gesprächen bei der Übergabe bekamen wir über 250 Bilder von gestalteten Nistkästen zurück. Eine bekannte Künstlerin gestaltete zwei Unikate für Annalena und für Robert. Heute habe ich fünf Nistkästen im Gepäck. Einer steht noch hier, der ist für Annette, die ist leider weggerannt. Warum, werdet ihr sicherlich fragen. Weil ich glaube, dass wir mit der guten Zusammenarbeit von Stadtverbänden und Kreisverbänden gemeinsam einen starken Wahlkampf führen können und dann fünf Menschen nach Berlin schicken können. davon bin ich überzeugt. Aktuell verteilt unser Wahlkampfteam fleißig Einwohnerinnenbriefe an jeden Haushalt im Landkreis Nordsachsen. Das ist die zweite Stufe unseres Wahlkampfes. Viele weitere Aktionen sind geplant. Zum Beispiel der Einsatz eines grünen Banshee-Trampolins und einer grünen Touchwahl. Mit meiner Nordsachsen-Tour werde ich mit dem Fahrrad alle 343 Orte im Wahlkreis Nordsachsen besuchen und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Auf meiner Agenda stehen Firmen, Verbände, Vereine und Bürgermeisterinnen. Ich sehe persönliche Gespräche und die Gewinnung von Multiplikatorinnen als einen wichtigen Schlüssel zum Erfolg. Meine Herzensthemen sind die Landwirtschaft, unser Klima, die Energiewende und die Wirtschaft. Weiterhin kenne ich mich durch meine Erfahrungen in den Themenbereichen Digitalisierung, Kultur und Sport aus. Der weitere Aufbau des Kreisverbandes der Bündnis 90 Grünen in Nordsachsen und die Bundestagskandidatur ist mein viertes großes Lebensprodukt. Äh, Projekt, Entschuldigung. Nach Dachdeckermeister, Unternehmer und Familienvater möchte ich den gesellschaftlichen Wandel aktiv mitgestalten. Wir müssen die Landwirtschaft ökologischer Ausrechten, den Flächenverbrauch durch kluge Konzepte stärker reduzieren und Kerosin besteuern. Dabei ist das Klimaziel von 1,5 Grad unbedingt einzuhalten. Ich setze mich aktiv für die Integration, Pluralismus und für ein erweitertes Bleiberecht ein. In meiner Firma macht Gafur Baschardorst, ein junger Afghane, seine Ausbildung. Dadurch konnten wir seine Abschiebung verhindern und ein Teil meiner Mitarbeiterinnen zeigen, dass ihre Vorbehalte gegenüber geflüchteten Menschen unbegründet sind. So funktioniert Integration. Alle Menschen müssen die gleichen Rechte haben. Sie müssen gleiche Chancen bekommen und müssen vor Diskriminierung geschützt werden. Wir müssen die Beurteilung und Benachteiligung nach Geschlecht, Herkunft und sexueller Orientierung überwinden. Wir brauchen eine bunte, vielfältige Gesellschaft, die die Unterschiede der Menschen zu einem Vorteil für alle macht. Der Rechtsextremismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir sind als Grüne, aber auch als Demokratinnen und vor allem als Menschen gefordert, alles in unserer Macht Stehende zu unternehmen, um ihn zu bekämpfen. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, geboren wurde ich in Sachsen. Hier bin ich aufgewachsen. Ich möchte einer der Menschen sein, die die Interessen davon in Berlin vertritt. Meine Zeit läuft leider ab, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich danke schon mal meinem Kreisverband, vor allen Dingen, weil die mich gut unterstützt haben. Vielen Dank. Danke, Dennis. Wir werden jetzt die Redebeiträge, die Fragen vielmehr. Es gibt offenbar genügend Fragen. Erste Frage von Barbara Scheller, KV Notsachsen. Wie stehst du zur Erweiterung des Flughafens? Was tust du dazu, die Bürger von Schkeuditz zu ermutigen, Grün zu wählen? Zweite Frage von Lydia Engelmann am Sächsische Schweiz aus Erzgebirge. Wie würdest du die Menschen aus der LGBTIQ Plus Community in den ländlichen Räumen stärken? Dritte Frage von Nino Haustein, KV Sächsische Schweiz aus Erzgebirge. Wie willst du queere Menschen in den ländlichen Regionen stärken? Und letzte Frage von, ja, jetzt weiß ich nicht vor Nachname, auf jeden Fall von Felix Friedrich. Okay, danke Felix. Aus dem KV Görlitz. Inwiefern willst du dich für die LGBTIQ Community in Nordsachsen einsetzen? Dennis, du hast dafür drei Minuten Zeit. Ja, vielen, vielen Dank für die tollen Fragen. Die, glaube ich, zweite und vierte Frage geht da so ziemlich in dieselbe Richtung und ich freue mich immer über die kritischen Fragen zu diesem Thema. Das sind sehr wichtige Themen und ihr wisst, ich bin da noch nicht 100 Prozent fit, habe aber hoffentlich nächste Woche eine sehr intensive Videokonferenz mit der Grünen Jugend und hoffe da so weit fit gemacht zu werden, dass ich mit dem Thema dann vollumfänglich mich richtig positionieren kann. Also wie gesagt, in dem Bereich bin ich leider nicht 100 Prozent fit. Das liegt halt daran, dass ich da ja noch nicht genügend Zeit hatte, mich in dieses Thema einzuarbeiten. Bitte ich zu entschuldigen. Zum Thema Flughafen bin ich 100 Prozent fit. Hier ist meine ganz klare Haltung, wir müssen diesen Ausbau unbedingt verhindern. Hier ist eine schon so extrem große Lärmbelästigung da, dass ich auch ziemlich, oder ich mir ziemlich sicher bin, dass wir im Wahlkampf in diesem ganzen Bereich sehr, sehr viele Stimmen einsammeln können. Also gerade in der Region Schkeuditz und Taura, Rostitz, in Verlängerung sogar bis Eilenburg gibt es enorm viele Menschen, die von sehr, sehr betroffen sind. Und ich glaube, auch im Wahlprogramm steht das Nachtflugverbot, wenn wir das auf Leipzig schaffen auszubauen, das würde uns so viel Stimmen bringen, wenn wir uns da ganz klar als Grüne hier positionieren. Das ist ein Punkt, wo ich denke, da können wir unheimlich viel Stimmen holen. Und ja, wie will ich den ländlichen Raum stärken? Ja, die Frage, ich weiß jetzt nicht, ob die sich bezieht mehr auf die, auf den ländlichen Raum als solches oder ob es mehr um die Grünen an sich geht. Also ich sehe das so, wir müssen erst mal als Grüne uns dort richtig präsentmäßig zeigen. Momentan tue ich das ja, ich bin einer der wenigen, der schon jetzt frühzeitig mit dem Wahlkampf anfangen konnte und damit sind wir natürlich im ländlichen Raum präsent, was wir vorher null waren. Also gerade in Nordsachsen ist da leider in der Vergangenheit so gut wie nichts passiert. Was an sich die Stärkung des ländlichen Raums im Gesamten angeht, müssen wir halt wirklich schauen, dass wir die Infrastruktur entwickeln. Also ich bin jetzt zum Beispiel diese Woche sehr intensiv in der Arzberger Region unterwegs gewesen und wir reden hier über ganz tolle Verkehrsprojekte wie Milau, die hier quer durch die Landschaft gebaut werden sollen, die zum Teil auch berechtigt und sinnvoll sind, aber dort gibt es Straßen, das ist noch richtig klassisches Kopfsteinpflaster und wenn wir dort solche Leute oder Menschen in dem Sinn dort haben, die dort wohnen, die fühlen sich nicht nur abgehangen, die sind abgehangen. Das ist einfach die Realität und es wäre einfach schön, wenn wir da von der ganzen Infrastruktur das so hinkriegen, dass die ländlichen Regionen da gestärkt werden, besonders auch in den nächsten Jahren, das ist gerade in der Arzberger Region ein Riesenproblem, die müssen ihre ganzen Trinkwasserleitungen erneuern und haben das Problem, dass sie dort mit knapp 2000 Einwohnern in einer Riesenfläche einen Riesenmillionenberg Geld aufbringen müssen, um diese Trinkwasserleitungen zu bauen und das werden die an Einwohnerbeiträgen gar nicht bezahlen können. Das muss man einfach realistisch sehen. Vielen Dank. Danke, Dennis. Norman hat sich vorhin bereits vorgestellt. Ich stelle nunmehr noch eine Sache fest und zwar, dass die Bekundung zu einer Bewerbung via Zettel in den jeweiligen Frageboxen nicht ausreichend ist. Lieber Cornelius, wir können deine Bewerbung für diesen Platz jetzt nicht berücksichtigen, weil du dich nicht gemeldet hast, als dieser Platz aufgerufen wurde. Du hast die Gelegenheit, dann wieder bei 8 einzusteigen. Wir treten nun in den ersten Wahlgang ein. Ihr seht eingeblendet die Möglichkeiten. Ihr könnt für Listenplatz 6 euch mit der 1 enthalten, mit der 2 für Nein-Stimmen, die 3 für Olaf Holbeck, die 4 für Dennis Korn und die 5 für Norman Volker. Ich eröffne den Wahlgang. Gibt es technische Probleme irgendwo? Es gibt technische Probleme hier vorn. Gibt es sonst noch irgendwo technische Probleme? Warten wir noch einige Momente. Konnten nunmehr alle ihre Stimme abgeben? Das scheint der Fall zu sein. Dann schließe ich hiermit den Wahlgang und ich glaube, wir bekommen ein Video. Die Bürgerinitiative Pro Pödelwitz grüßt die Landesdelegierendenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen. Eine zielführende Politik für notwendigen Klimaschutz wird es nur mit eurer Beteiligung geben. Wir Einwohnerinnen und Einwohner von Pödelwitz durften das nach der Regierungsbildung mit eurer Beteiligung in Sachsen genau so erfahren. Auf diesem Weg nochmal vielen Dank für den Erhalt unseres Heimatdorfes Pödelwitz. Auch auf Bundesebene wird es eine zukunftsfähige Politik nur mit der Beteiligung von Bündnis 90 Die Grünen geben. Aus diesem Grund wünschen wir allen Kandidatinnen und Kandidaten viel Erfolg für den Bundestagswahlkampf 2021. Wir drücken euch die Daumen und grüßen euch aus Pödelwitz. Applaus Uns liegt ein Ergebnis vor. Wie ihr wisst, ist im ersten Wahlgang gewählt, wer die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Es gab 107 abgegebene Stimmen. Daher liegt das Quorum bei 54. Drei Personen haben sich enthalten. Ebenso drei Personen haben mit Nein gestimmt. Auf Olaf empfehlen 14 Stimmen. Auf Dennis 7 und auf Norman 80. Ich stelle fest, dass Norman gewählt wurde. Norman, nimmst du die Wahl an? Ich sehe freudiges Nicken. Dann ist Norman gewählt und wir kommen zu Platz 7. Für Platz 7 liegt uns die Bewerbung von Marie Müser vor. Ich frage aus vorhergehenden Wahlen, ob Karin erneut antritt. War das ein Nein? War das ein Ja? Gut, danke. Carina und Carola. Gut, dann Marie, hast du jetzt sieben Minuten Zeit, dich vorzustellen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen vor multiplen Krisen. Der Klimakrise, der Krise der Artenvielfalt, der Krise der internationalen Ordnung. Die Corona-Pandemie hat die soziale Krise, die Krise der sozialen Gerechtigkeit nicht nur schonungslos offengelegt, sondern auch noch verschärft. Während Menschen im globalen Süden unter den Folgen des Klimawandels leiden, nimmt der exzessive Ressourcenverbrauch in den westlichen Industrienationen weiter zu. Unsere Wirtschaftsordnung beruht nach wie vor auf einer Wirtschaftsweise, die dem Weltklima massiv schadet und bestehende politische und soziale Ungleichheiten verschärft. Die nächste Bundesregierung steht vor der Herausforderung, die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft endlich einzuleiten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe für eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik. Die Corona-Pandemie wird uns ökonomisch noch einige Jahre beschäftigen. Wir müssen viel Geld in die Hand nehmen, um unsere Wirtschaft auf einen qualitativen Wachstumspfad zu bringen. Doch so wie wir aktuell wirtschaften, so wie aktuell wirtschafts- und finanzpolitische Entscheidungen getroffen werden, kann es nicht weitergehen. Warum stecken wir Milliarden in Unternehmen, die nicht klimafreundlich, nicht nachhaltig wirtschaften? Warum fahren wir unsere Infrastruktur derart auf Verschleiß? Warum schieben wir notwendige Investitionen in Klimaschutz, in Bildung, in digitale Infrastruktur, auf die lange Bank? Und warum verschärfen politische Entscheidungen die sozialen Ungerechtigkeiten, statt sie aufzuheben? Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammendenken. Wir müssen endlich die wichtigen Investitionen tätigen, um die sozial-ökologische Transformation einzuleiten. Wir müssen dem Dogma schwarzen Null den Rücken kehren, weil ein zerstörter Planet und eine kaputtgesparte Infrastruktur, die nachfolgenden Generationen viel stärker belastet als Staatsschulden. Und wir müssen die fossilen Subventionen, die den Bundeshaushalt immer noch in Milliardenhöhe belasten, endlich abschaffen. Für mich, liebe Freundinnen und Freunde, ist dabei aber eine Sache ganz zentral. Wir nehmen Menschen nur dann mit, wenn wir eine konsequente, gerechte Sozialpolitik machen. Eine Politik, die Menschen heute und im Alter wirksam vor Armut schützt. Und ja, dazu müssen wir auch über Steuern diskutieren, die unverteillend wirken. Eine echte Erbschaftssteuer, eine Finanztransaktionssteuer oder auch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Und wir müssen das stigmatisierende System Hartz IV abschaffen und durch eine tatsächlich existenzsichernde Grundsicherung ersetzen. Und auch die großen Konzerne, die großen Digitalkonzerne, die transnationale Gewinne erwirtschaften und in der Krise noch profitiert haben, müssen einen angemessenen Teil zur Finanzierung des Gemeinwohls beitragen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir erreichen Menschen auch nur dann, wenn wir für die Angleichung von Lebensverhältnissen sorgen, zwischen Ost und West, aber auch zwischen Stadt und Land. Und Michael Kellner hat es heute früh ausgeführt. Nach 30 Jahren Einheit haben wir noch immer mit ungleichen Löhnen und Renten, unterschiedlicher Produktivität und mangelnder Repräsentation von Ostdeutschen zu kämpfen. Doch wenn wir von der Angleichung von Lebensverhältnissen sprechen, darf es uns nicht ausschließlich um monetäres Wachstum gehen. Denn das klassische Wachstumsmodell hat angesichts dieser multiplen Krisen ausgedient. Es darf auch nicht nur darum gehen, nur ein paar große Konzernzentralen in den neuen Bundesländern anzusiedeln. Es muss uns vielmehr darum gehen, die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen mit klimafreundlichen, nachhaltigen Produkten weltmarktfähig zu machen und dadurch, liebe Freundinnen und Freunde, können Sachsen, können die neuen Bundesländer einen ganz konkreten Beitrag zu unserem neuen Wirtschafts- und Wachstumsmodell leisten. Sachsen ist leider noch immer Niedriglohnland. Und auch im direkten Vergleich müssen wir feststellen, dass die Menschen in den neuen Bundesländern im Schnitt noch deutlich weniger verdienen als die Menschen in den alten Bundesländern. Wir brauchen nicht nur einen höheren Mindestlohn, sondern insbesondere eine deutlich stärkere Tarifbindung, um die Angleichung von Lebensverhältnissen tatsächlich voranzubringen. Denn gute Löhne und faire Arbeitsbedingungen sind ganz zentral im Prozess der sozial-ökologischen Transformation. Ich bin Marie, 23 Jahre alt und in Leipzig geboren. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich mich über das antifaschistische Engagement auf der Straße politisiert habe. Ich stand damals noch während meiner Schulzeit auf der Straße, um gegen Pegida und Legida zu demonstrieren. Und ich muss sagen, dieses rassistische und fremdenfeindliche Gedankengut beschämt mich bis heute. Ich habe die Zeit nach dem Abitur dann im Leipziger Land verbracht, um geflüchtete Mädchen und junge Frauen bei ihrem Weg in Arbeitsmarkt und Gesellschaft zu unterstützen. Und ich musste da tatsächlich auch schmerzlich feststellen, wie schwer es geflüchtete Menschen in Deutschland haben, wie schlecht es auch um Beratungs- und Unterstützungsangebote vor Ort stand. Und genau dieses Engagement hat mich zur Parteipolitik gebracht. Ich war erst bei der Grünen Jugend Leipzig, dann auch bei den Grünen Leipzig und heute auch im Landesparteirat der Grünen Sachsen. Ich habe mich bei den Grünen Leipzig aktiv in verschiedene Wahlkämpfe eingebracht. Den Kommunalwahlkampf, den Oberbürgermeisterinnenwahlkampf, den Landtagswahlkampf und auch den Europawahlkampf. Und ich hatte das große Glück, im letzten Jahr unsere sächsische EU-Abgeordnete Anna Cavazzini auch im EU-Parlament begleiten zu dürfen und unterstützen zu dürfen. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, Politik ist für mich nicht nur Parteipolitik. Für mich bleibt das antifaschistische Engagement auf der Straße ganz zentral. Denn genau dieses vielfältige Engagement hält unsere plurale Demokratie lebendig. Und gerade in Zeiten des Wiedererstarken, des Populismus, des Rechtsextremismus, des Antisemitismus, gilt es immer wieder, unsere plurale Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen. Und der Feind, liebe Freundinnen und Freunde, der Feind steht rechts. Ich bin Marie Müser, ich stehe für eine klare wirtschaftspolitische Agenda und den Kampf für unsere plurale Demokratie. Ich bin Votenträgerin der Grünen Leipzig und freue mich über eure Unterstützung auf Platz 7 der Landesliste. Vielen Dank. Danke, Herr Marie. Wir werden jetzt Fragen losen. Es sind Fragen eingeworfen worden. Wir haben vier Fragen gelost. Erste Frage von Ulrike Liebscher, KV Fruchtland. Die Demokratie wird besonders in Sachsen von einigen Gruppierungen lächerlich gemacht und vorgeführt. Wie gefährlich ist das deiner Meinung nach? Zweite Frage von Nino Haustein, KV 60 Schweiz Ost-Erzgebirge. Ja, bei Abkürzungen, das ist so eine Sache. KMU? Kleiner und mittelständisch. Ich konnte es jetzt nicht verstehen. Kleiner und mittelständisch. Ach so, alles klar. Wie willst du kleiner und mittelständisch unternehmen, aber dann auch richtig abkürzen, Investitionen in soziale und ökologische Nachhaltigkeit schmackhaft machen? Dritte Frage von Felix Friedrich, KV Görlitz. Denkst du, dass die sozial-ökologische Transformation in einer Ampelkoalition möglich ist? Und letzte Frage von Michael Gilbert, KV Meißen. Welche Rolle wird in deinem Wahlkampf das Thema Wahlalter ab 16 Jahren spielen? Ich will nochmal daran appellieren, dass es extra für die Fragen Zettel gibt. Also ihr müsst gar keine anderen Zettel zerreißen oder tolle Beschlüsse dazu verwenden. Marie, du hast drei Minuten Zeit. Vielen Dank, Ulrike, vorab für die Frage. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich sehe das als eine der elementarsten Bedrohungen, wenn nicht die größte Bedrohung für unsere plurale Demokratie. Deswegen setze ich mich auch vielfältig antifaschistisch ein. Ich möchte für diesen Kampf viele Menschen mitnehmen, gerade auch in den ländlichen Regionen, die Menschen dort unterstützen. Es ist tatsächlich die größte Demokratie, politische Bedrohung, die es aktuell gibt. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen, genau, also Wirtschaftspolitik für Sachsen, für die neuen Bundesländer, ist ja vor allem Politik für den Mittelstand, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das Problem ist, dass die GründerInnen-Netzwerke, die GründerInnen-Strukturen vor Ort häufig noch fehlen. Und wir müssen die Unternehmen unterstützen dadurch, dass wir einfach eine Infrastruktur schaffen, sowohl die verkehrstechnische Anbindung, als auch eine ganz, ganz gezielte Investitions- und Innovationsförderung. Man kann auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen über Steuererleichterungen nachdenken. Das ist auch ein Instrument, was diesen Unternehmen zugutekommen sollte. Während wir hingegen die größeren, wie ich schon gesagt habe, transnational agierenden Unternehmen eher stärker besteuern müssen. Aber ich finde, da kann man eine ganz, ganz klare Abstufung auch vornehmen. Und ja, es gibt eine Reihe an Dingen zu tun. Wichtig ist, dass es Cluster-Strukturen vor Ort gibt. Zur sozial-ökologischen Transformation mit der Ampel. Also mein größtes Problem habe ich natürlich, und das kann man sich vielleicht denken, mit der FDP. Die FDP war in klima- und umweltpolitischen Fragen häufig noch rückständiger als die CDU. Obwohl sie das Thema ja häufig betonen. Ich glaube, mit der FDP wird es wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Weil ich nicht glaube, dass es ausschließlich über Marktinstrumente funktioniert. Ich glaube, man kann sich gewisse marktwirtschaftliche Mittel zunutze nehmen und zunutze machen und auch zu eigen machen. Aber die Markthörigkeit in klima- und umweltpolitischen Fragen, an die glaube ich aktuell nicht. Insofern präferiere ich eine Koalition ohne die FDP. Zum Thema Wahlalter. Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sehen durch Fridays for Future, wir sehen eine neue politisierte Generation. Und wir sehen, dass Menschen bereit sind, Verantwortung zu nehmen, eigenständig zu denken. Und ich finde, es ist ganz, ganz zentral, auch für unsere Demokratie, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, zu partizipieren. Und auch an der Politik. Und wir wissen, dass die junge Generation gerade viele progressive Anliegen mit in den politischen Diskurs bringt. Und wir haben gesehen, dass man der jungen Generation was zutrauen kann. Deswegen ist das auf jeden Fall etwas, wofür ich mich einsetzen würde und vehement verstreiten würde. Vielen Dank. Applaus Applaus Dann treten wir nun in das Wahlverfahren, also in den ersten Wahlgang ein. Ihr habt die Möglichkeit, bei Listenplatz 7 euch zu enthalten, mit der 1, mit Nein zu stimmen, mit der 2, mit der 3, Carola Köpferl zu wählen oder mit der 4, Marie Müser. Dazu scheint es keine Fragen zu geben, daher eröffne ich den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Kann ich nicht erkennen. Gibt es Menschen, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben? Ja, wir warten kurz. Braucht ihr Hilfe? Bitte? Okay, dann brauchen wir technische Hilfe in der Mitte des Saals. Probleme geklärt? Gut. Ich sehe keine Menschen, die ihre Stimme noch nicht abgeben konnten, daher schließe ich den Wahlgang und wir sehen ein Video. Liebe Frauen, Männer und Aktive von Bündnis 90 Die Grünen, der Landesfamilienverband GIA e.V. selbstbestimmte Handlungsstrategien und Initiativen für Alleinerziehende grüßt Sie recht herzlich und wünscht Ihnen für heute kreative, zielführende Diskussionen um den Grünenkampf für Klima und Ökologie, wie für eine ressourcenorientierte Wirtschaft einen nachhaltigen Sinn zu verleihen, braucht es eine gerechte Finanz- und Wirtschaftspolitik, aber auch und insbesondere eine kluge Familien- und Sozialpolitik, welche die Bedarfe unserer Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und älteren Menschen berücksichtigt. Familien sind wie Ökosysteme, deren Lebensgrundlagen durch politische Entscheidungen zerstört, aber auch unterstützt werden können. Schaffen wir es nicht, diese zeitnah, zielgenau, bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und zu evaluieren. Zerstören wir unsere menschliche Gemeinschaft und unsere Zukunft und die unserer Kinder. Deshalb unser heutiger Impuls an Sie. Die Lebensrealitäten der unterschiedlichen Familienkonstellationen weiter wie bewährt in Ihre landes- wie bundespolitischen Entscheidungen einzubinden. Sie wirken zurück in unsere Familien und unterstützen die sächsischen Grünen in ihrem familienpolitischen Einsatz. Alle Politik muss sich orientieren an den sozioökonomisch benachteiligsten. Kostenfreie Bildung, Gesundheitsvorsorge, Mobilität, Freizeit, die Öffnung von Kunst und Kultur für Kinder und Eltern sollten möglich werden. Und das Geniale ist, wir alle profitieren davon. In diesem Sinne unser heutiger Dank an Sie und jetzt wünschen wir gute Entscheidungsfindung für das wertvollste, die Kinder in unseren Familien. Viel Erfolg wünschen Brunel Fischer und das gesamte Team des Landesfamilienverbandes Schia e.V. Uns liegt für Listenplatz 7 ein Ergebnis vor. Es haben 107 Personen ihre Stimme abgegeben. Damit liegt das Quorum bei 54. Eine Person hat sich enthalten. Drei Personen haben mit Nein gestimmt. Auf Carola empfehlen 49 Stimmen. Auf Marie 54. Damit ist das Quorum erreicht und Marie ist gewählt. Ich frage nunmehr Marie, ob sie die Wahl annimmt. Marie nimmt die Wahl an. Vielen Dank. Damit kommen wir zu Listenplatz 8. Uns liegt die schriftliche Bewerbung von Sebastian Walter vor. Die ist korrekt ab diesem Listenplatz? Ja. Ich sehe die Bekundung von Lukas Musler. Außerdem die schriftliche Bewerbung von Cornelius Michael Oethe. Ich frage Olaf. Olaf tritt noch einmal an und Dennis auch. Dann Carina. Ah ja, Entschuldigung, das war Carina ebenso. Und Carola auch. Dann haben wir eine Reihe von Personen, die sich schon nicht vorgestellt haben. Wir haben als erstes, erhält das Wort Lukas, sieben Minuten danach, Cornelius und dann Sebastian. Ich bitte jetzt alle Menschen, die Lukas Fragen stellen möchten, das in den nächsten Minuten in die jeweiligen Boxen zu werfen. Lukas, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, mit uns für die Zukunft, unser Motto für dieses Wochenende. Und ich finde dieses Motto absolut passend und trifft voll und ganz auf uns Bündnisgrüne zu. In unserem Alles ist drin Entwurf bieten wir den Bürgern unsere Visionen, Ideen und Vorschläge für die so dringend und notwendigen Veränderungen an. Sei es zu den Themen Natur und Umwelt, ein besseres Leben für Tiere, Digitalisierung, nachhaltiger und fairer Handel, Geschlechtergerechtigkeit und die Stärkung der Ausbildung. Im Jahr 2013 habe ich in der Gemeinde Elsterheide, ganz im Norden vom Landkreis Bautzen, den Beruf Industriekaufmann erlernt. Zu meinem Ausbildungsstart nach der Realschule war ich gerade einmal 16 Jahre jung. Meine Ausbildungsstätte, sieben Kilometer von meinem Wohnort entfernt und die Berufsschule in Hörswerda, dort wo ich lebe. Sieben Kilometer bis zur Ausbildungsstätte, das klingt erstmal ganz charmant. Leider waren es nur die ersten sechs. Der letzte Kilometer zum Gewerbegebiet ist eine Straße, wo bis vor kurzer Zeit noch 100 kmh gefahren werden durfte. Kein Fußweg dorthin, geschweige eine Bushaltestelle im Gewerbegebiet. Unsere Vision muss greifen, entlang an jeder Straße ein lückenloses Fahrradwegenetz, denn das Fahrrad hat auch für die Mobilitätswende ein enormes Potenzial. Meine Vorstellung, jede Ausbildungsstätte muss problemlos und sicher mit dem Fahrrad und ÖPNV erreichbar sein. Diskriminierung und Ausgrenzung sind in einigen Ausbildungsunternehmen leider noch gängig. Und das fängt für mich bei vermeintlichen Späßen an. Die Azubis fassen meist nicht den Mut, diese Messstände offen bei ihren AusbilderInnen anzusprechen. Gerade kleinere Betriebe haben keine Betriebsräte. Leider ist ein bestehender Betriebsrat eine der Voraussetzungen für die Gründung von Jugend- und Auszubildendenvertretungen im Unternehmen. Wir müssen die Hürden für die Gründung von Jugend- und Auszubildendenvertretungen senken und den jungen Auszubildenden und jungen Angestellten mehr Mitspracherecht gewähren. Azubis und weitere junge Angestellte sollen den Mut fassen, im Unternehmen gehört zu werden. Ebenfalls müssen Stellen an Schulen und in Kammern geschaffen und kommuniziert werden, die sie sich mit solchen Thematiken sensibel auseinandersetzen. Ich hatte das Glück, meinen Wunsch Ausbildungsberuf vor Ort erlernen zu dürfen. Es muss uns gelingen, innovative Unternehmen und Start-ups auch in der Fläche anzusiedeln, die zukunftsfähige Ausbildungsberufe anbieten. Gerade kämpfen viele Handwerksunternehmen ums Überleben. Nicht, weil die Auftragsbücher leer sind, sondern weil schlichtweg der Nachwuchs fehlt. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen jetzt in die berufliche Qualifizierung aller interessierten BürgerInnen investieren. Mehr Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung muss unser Ziel sein. Das Handwerk trägt auch zum Klimaschutz bei. Sei es beispielsweise die Fertigung und Erneuerung von Heizungsstationen bzw. Wärmepumpen in den Häusern. Leider müssen wir immer noch über Lohnungerechtigkeit sprechen zwischen Frau oder Mann und den Ungerechtigkeiten zwischen den jeweiligen Bundesländern. Die Löhne und Gehälter müssen unabhängig vom Geschlecht und der Region leicht sein. Eine konsequente Einhaltung des Mindestlohns muss gewährleistet werden und Schlupflöcher gehören aufgedeckt. Branchen-spezifische Mindestvergütungen und Tarifverträge tragen ebenfalls zur Einkommensgerechtigkeit bei. Liebe Freundinnen und Freunde, die Ansiedlung von zukunftsfähigen Instituten und innovativen Unternehmen gerade in der Fläche treiben den Prozess Strukturwandel aktiv voran. Nur wenn wir die Menschen und Räte vor Ort aktiv in die Findungs- und Entscheidungsprozesse einbinden, schaffen wir die nötige Akzeptanz. Wir müssen den Menschen jetzt Perspektiven für ein Leben danach aufzeigen. Die Lausitz und Nordsachsen müssen Energieregionen bleiben. Die Braunkohle ist nicht nur klimaschädlich, sondern auch absolut unwirtschaftlich. Wir müssen jetzt den Ausbau von erneuerbaren Energien wirklich vorantreiben. Solar gehört nicht nur auf die Dächer, sondern auch in die Fläche. Entlang an Autobahnen, Schienen, aber eventuell auch in den ein oder anderen noch nicht gefluteten Tagebau. Der große Tourismusstandort Lausitzer Seenland ist noch in weiter Entfernung. Schilder betreten verboten, Lebensgefahr oder Gefahr Straßeneinbruch tragen nicht zum Sicherheitsgefühl und zur Attraktivitätssteigerung dieser sonst so schönen Region bei. Nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen Räumen ist für die Menschen die Mobilität von hoher Bedeutung. Wir müssen jetzt finanzielle Mittel bereitstellen, um den Ausbau des Schienennetzes aktiv voranzutreiben und alte Strecken reaktivieren. Des Weiteren ist unsere Devise, Straßenerhalt vor Straßenneubau. Der Supermarkt vor Ort, der kurze Weg zum Arzt oder der sichere Weg in die Kitas bzw. zur Schule. Die lokale Daseinsvorsorge, Mobilität und die Digitalisierung in den ländlichen Räumen sollte uns ein Herzensanliegen sein. Gerade in der Corona-Pandemie ist mir der Bereich Kultur ein sehr wichtiges Herzensthema geworden. Die Pandemie hat uns gezeigt, welche Gruppen nicht genügend wertgeschätzt werden. Neben den Ekerberufen, die schon vor der Pandemie nicht ausreichend wertgeschätzt worden sind, wurden auch AkteurInnen in der Kultur vernachlässigt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich spiele in einer Skarpunkband Bosaune. Und zu einem gelungenen Konzert gehören nicht nur wir, die MusikerInnen, ohne TechnikerInnen, CateringInhaberInnen von Konzerthallen und vielen weiteren, wäre ein gelungenes Konzert undenkbar. Für diese Menschen war 2020 ein schwieriges Jahr. Zu viel Bürokratie, um Hilfen zu beantragen. Die Hilfen wurden dann auch noch zu spät ausgezahlt. Wir müssen alles daran setzen, dass Konzerthallen, Museen, Clubs, Kinos, Theater und Kneipen wieder problemlos nach der Pandemie öffnen können. Ich habe so richtig Lust auf ein Live-Konzert und ich hoffe ja auch. Vielen Dank. Danke, Lukas. Wir werden jetzt Fragen losen. Wir haben vier Fragen gelost. Erste Frage von Lydia Engelmann, KV Sächsische Schweiz aus Erzgebirge. Wie kann berufliche Bildung in den ländlichen Räumen attraktiver gemacht werden? Zweite Frage von Nino Haustein, selber KV. Wie willst du den Kampf gegen rechts in ländlichen Räumen stärken? Dritte Frage von Karl Niklas Lempert, KV Dresden. Wie willst du Menschen aktiv in den Strukturwandelprozess einbinden? Und letzte Frage von Cornelius Oethe, KV Leipzig. Was hältst du von 365 Euro, 1 Euro Tagesticket für Azubis und Co.? Was ist für dich Verkehrswende, was Ausbildungswende? Was ist für Verkehrswende? Oder Ausbildungswende? Ah, okay. Dann hast du für diese Fragen jetzt drei Minuten Zeit. Ich würde mal anfangen mit dem Thema berufliche Bildung im ländlichen Raum attraktiver zu gestalten. Mir fällt da persönlich immer wieder eine Geschichte ein. Also eigentlich müsste man dieses Thema viel, viel eher denken, schon mit dem Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss. Als ich damals die vierte Klasse beendet habe, war ich einer der wenigen, der dann auf die Realschule gewechselt ist. Und da kam immer schon, ja, ein Teil von den alten Klassenkameradinnen, also die Eltern, dann zu meiner Mutti an und sagen, gesagt, Kerstin, wie kannst du denn Lukas auf die Realschule schicken? Was machst du denn da? Und ich glaube, da ist einfach wirklich schon dieses Thema, die Akzeptanz weiter zu stärken von Realschulabschlüssen und Hauptschulabschlüssen. Weil das sind wirklich die Personen, die dann halt auch mal eine Ausbildung anfangen. Und dann kann ich auch gleich wieder auf das nächste Thema darauf hinweisen. Dieses 365-Euro-Ticket ist wunderschön, wenn es funktioniert. Aber wir haben halt immer noch Unternehmen, die halt mal überhaupt nicht angebunden sind. Wie ich es gerade eben kurz genannt habe, Katja, du warst ja mal bei mir im Unternehmen gewesen, da fährt kein Bus dahin, da ist nichts, geschweige ein sicherer Fahrradweg. Also wir können darüber reden, gar keine Frage. Aber wir sollten erst mal die Voraussetzung schaffen, dass halt wirklich auch die Auszubildenden dort hinkommen. Weil die sind einfach nach ihrem Realschulabschluss nur 16 Jahre alt und haben keine andere Chance, dort hinzukommen. Rechtsextremismus. Ja, wir haben letztes Jahr in Hoyerswerda einen Oberbürgermeisterwahlkampf gehabt. Und da hat Hoyerswerda, glaube ich, ein gutes Signal gesendet, hat gesagt, okay, ihr seid zwar die stärkste Fraktion im Stadtrat, aber den Oberbürgermeister stellt er nicht. Und das aber mit einem richtigen Ausrufezeichen. Und wir haben, in diesem Zuge hatte ja dann die Identitäre Bewegung ihre Sommertour geplant und war so ein bisschen im ländlichen Raum unterwegs gewesen und wollte da ein paar Leute akquirieren. Und ich habe es da geschafft, gemeinsam mit anderen Akteuren von anderen Parteien, von die Partei und von Solid, dort einen Gegenprotest zu organisieren, wo wir es einfach geschafft haben, 120 BürgerInnen von Hoyerswerda zu aktivieren, sich aktiv gegen die IB zu stellen. Und das ist einfach das Thema. Da müssen wir wirklich die Leute alle ranholen und es aktiv vorantreiben. Strukturwandel, die Leute aktiv mit einbringen, jetzt haben wir 15 Sekunden. Wirklich auf die Leute vor Ort hören, wirklich mit die mal mitnehmen, rein ins Boot. Was stellt ihr euch vor, was sind eure Wünsche, was kann danach besser werden vielleicht für euch? Punkt. Danke, Lukas. Gerne. Dann kommen wir jetzt zur Bewerbung von Cornelius Michael Oethe. Cornelius, du hast gleich für sieben Minuten das Wort und diejenigen, die Fragen an Cornelius stellen möchten, bitte ich das demnächst zu tun. Cornelius, du darfst loslegen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben eine historische Situation, dass wirklich die Grüne Partei die größte Umfrageergebnisse bekommen hat in dieser Woche. Wir wollen diese Situation für uns nutzen und zwar für das Klima und für den Artenschutz und für das Leben auf der Erde. Wir haben so viele Stimmen wie nie und das geht über das Stammklientel der Grünen Partei hinaus und es ist wirklich Innovation, wir wollen hier in der Lausitz, wir wollen hier in Sachsen danach schauen, dass wir auf andere Weise Energie gewinnen. Das ist viel mit Solar und Windkraft, das ist aber auch, dass wir die Leute, die dort arbeiten in den Bergwerken anders einbinden, dass wir denen eine Perspektive bieten, dass wir zum Beispiel die Leute umschulen für Windräder, Installation auf dem ganzen Land und da auch offshore. Wir wollen die Szenen, die entstehen nutzen, weil das ein großes Standbein sein kann, Tourismus ins Land zu holen und Geld ins Land zu holen. Wir wollen weiter viel mehr sozialen Zusammenhalt in ganz Deutschland, das heißt einerseits Zahlungen von reicheren Ländern an ärmere Länder, der Landesfinanzausgleich, aber auch, dass wir bewusst eine Kampagne starten, dass mehr darauf geachtet wird, staatliche Einkäufe und private Einkäufe dort zu tun, wo es mehr Wert schafft, wo es nötig ist. Wir wollen uns daran orientieren, dass jetzt viel zu tun ist mit viel Bürgerbeteiligung. Wir wollen schauen, dass wir, also eine Initiative von mir ist, eine Webcam einzurichten oder ein Radio, das die Sitzungen des Bundestages überträgt zu den Leuten, die zu Hause kochen, waschen, putzen oder auf dem Bau arbeiten oder auf dem Bauernhof arbeiten und so politisiert werden können. Wir wollen ein, also meine zweite Initiative ist ein Amtsplätzle, das ist mein stäbischer Ausdruck, aber ein Amtsplatz von dem Bund für alle Haushalte, dass wir gehört werden, dass auch eine Kultur des Gesprächs entsteht. So, und wir wollen dazu noch, ja, also von der Politik des Gehörtwerdens zur Politik des Gesprächs übergehen, noch weiter denken, auch in großen Linien. Vielleicht so weit, ich finde wichtig, dass wir alle Regenbogenfarben, die ganzen Farben des Prismas, des weißen Lichtes, nehmen und dann wirklich schauen, dass wir allen Bevölkerungsschichten und allen Berufsgruppen etwas zu bieten haben und dass wir auf besten Wege dorthin sind. Danke, Cornelius. Es gibt Fragen an dich. Eine. Und die ist von Karl-Niklas Lempert, KV Dresden. Wie kommt es, dass du dich bereits in Brandenburg auf der Landesliste beworben hast und das hier wieder tust? Danke für die Frage. Ich will mich sehr gerne einbringen, politisch. Ich möchte mich hier vorstellen, in Sachsen, in Leipzig, weil ich hier durch meine Freundin seit einem Jahr viel aufhalte und ja, weil ich denke, dass ich wirklich was zu geben habe mit vielen kreativen Ideen und ja, danke. Danke, Cornelius. Dann erhält nunmehr der letzte Kandidat, der noch nicht gesprochen hat, das Wort. Das ist Sebastian Walter. Lieber Sebastian, du hast gleich die Möglichkeit, dich sieben Minuten vorzustellen und alle Menschen, die Fragen an Sebastian stellen wollen, bitte ich, dass diese nun eingeworfen werden. Sebastian, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, dieses Land steht in diesem Herbst vor einer Schicksalswahl. Wir erleben diesen Tagen, wie wir als Gesellschaft mehrere Krisen zugleich bewältigen müssen. Gesundheitskrise infolge der Corona-Pandemie legt schonungslos die Defizite offen in diesem Land, die in den letzten 16 Jahren CDU-geführter Bundesregierung entstanden sind, die in 16 langen Jahren zögern und zaudern entstanden sind. Und die Corona-Pandemie zeigt auch, wie erschöpft und ausgelaugt die Große Koalition ist. Gleichzeitig erleben wir, wie sich die Klimakrise Jahr für Jahr weiter drastisch verschärft. Die letzten fünf Jahre waren weltweit die heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Im Erzgebirge, wo ich als Direktkandidat vor Ort antrete, stehen die Fichten unter Stress wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Fast alle anderen Baumarten wohl auch so sehr wie noch nie seit Beginn der Forstwirtschaft. In Nordsachsen erleben wir regelmäßig Dürresommer und wir sehen, wie die Elbe im Sommer regelmäßig austrocknet. Aber wir erleben auch die weltweiten Auswirkungen der Klimakrise, Wassermangel, Hunger, Konflikte und die Destabilisierung von Staaten. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann wird es noch viel, viel schlimmer. Und wenn wir jetzt nichts unternehmen, werden in den nächsten 30 Jahren weit über 100 Millionen Menschen auf die Flucht sich begeben müssen. Und ich finde es die politische Aufgabe meiner Generation, die Klimakrise endlich in den Griff zu bekommen. Und dafür möchte ich kämpfen. Liebe Freundinnen und Freunde, seit meiner ersten Klimademo 2009 zur Klimakonferenz in Kopenhagen ist mir klar geworden, dass wir selbst etwas unternehmen müssen, um die Klimakrise aufzuhalten. Wir selbst müssen endlich raus aus der Braunkohle im Leipziger Südraum, in der Lausitz. Aber wir müssen auch alles unternehmen, damit wir endlich die Photovoltaik auf die Dächer bekommen, damit wir endlich die Windenergie zum Fliegen bringen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass die wachsende Klimabewegung rund um den Erdball jetzt Druck auf die Parlamente ausübt. Und wir Grüne müssen die politische Kraft sein, die eine 1,5 Grad Politik endlich voranbringt. Eine Politik, die das Pariser Klimaabkommen eben nicht nur als abstraktes Vertragswerk sieht, sondern eben auch mit einem Bundesklimaschutzgesetz auf 1,5 Grad Fahrt endlich in die Umsetzung bringt. Und das ist aus meiner Sicht unsere grüne Aufgabe in der nächsten Bundesregierung. Das ist unser grüner Auftrag, liebe Freundinnen und Freunde. Und wer Klimaschutz wirklich umsetzen möchte, der kommt auch an einer Verkehrswende nicht vorbei. Denn nach der Industrie und der Energiewirtschaft ist der Verkehrssektor der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen. Tendenz steigend. Es wird höchste Zeit, die Politik des CSU-geführten Bundesverkehrsministeriums als Geldumschlagplatz für bayerische Autobahnen zu beenden. Denn Mobilität ist eben nicht die Freiheit des männlichen Autofahrers auf der Autobahn. Was wir gerade im ländlichen Raum brauchen, ist eine Mobilitätsgarantie. Die Alternativen schafft zum eigenen Auto. Moderne Busse und Bahnen, angefangen vom Ortsbus über die Schiene bis hin zu einem Fernverkehr in allen Regionen Sachsens. Denn ich kann mich nicht länger damit abfinden, dass in Städten wie Chemnitz, Wien-Zwickau, in Blauen, in Bautzen, Görlitz der Fernzug nur aus dem Geschichtsbuch bekannt ist oder gar nur in der Eisenbahnromantik fährt. Und ich möchte mit anpacken eine energische Klimaschutzpolitik mit einer Verkehrswende verknüpfen und vorantreiben. Eine Verkehrswende vorantreiben, die auch ihren Namen verdient. Denn wir brauchen endlich eine Politik, die nachhaltig denkt und handelt. Eine Politik, die nicht mehr das Primat der Wirtschaft zum Maßstab nimmt, sondern immer auch die ökologischen, die sozialen und die ökonomischen Bedürfnisse der Menschen im Blick behält. Hier im Land, aber auch mit weitem Blick auf die eine, unsere eine Welt. Und es braucht eine Politik, die sich nicht in testosterongesteuerten Machtspielchen verliert, sondern eine Politik, die die Probleme endlich entschlossen anfängt. Deswegen bewerbe ich mich bei euch hier um nächsten Platz 8 auf der Landesliste. Ich bin Sebastian Walde, 31 Jahre und seit 2008 Mitglied unserer wachsenden Grünpartei. Ich bin vor sieben Jahren als jüngstes Mitglied in den Kreistag gewählt worden. Und mit dieser kommunalpolitischen Ehrtung habe ich begonnen, Politik als das Ringen um die besten Argumente zu erfahren. Und diesen Stil möchte ich gern in den Wahlkampf und auch nach der Bundestagswahl nach Berlin tragen. Seit über zehn Jahren bin ich regelmäßig als Delegierter zur Bundesarbeitsgemeinschaft Mobilität und Verkehr ehrendamtlich aktiv. Seitdem treibe ich auch die verkehrspolitischen Debatten mit voran und ich bin froh, dass wir die Debatte um eine Mobilitätsgarantie aus Sachsen jetzt erfolgreich ins Bundestagswahlprogramm gebracht haben. Als Sprecher eines ländlichen Kreisverbandes und der LAG Mobilität und Verkehr weise ich auch um die Problemstellungen und Aufgaben im ländlichen Raum. Gerade wir Grünen stehen, glaube ich, auch mit unserer gewachsenen Stärke in der politischen Verantwortung, in der Fläche stärker zu wirken. Und noch mehr als in der Vergangenheit politische Verantwortung für Stadt und Land gemeinsam mit Antworten zu entwickeln. Und schon jetzt zeigen wir in elf Bundesländern, wie wir die Zukunft aktiv gestalten, wie wir Veränderungen hin zu mehr Klimagerechtigkeit für die Energiewende, für die Agrarwende, für die Verkehrswende anstoßen. Und nach den Bundesländern steht jetzt die Bundesregierung an. Denn wir sind jetzt als Grüne an einem Punkt, dass wir zum ersten Mal laut anklopfen können und sagen können, wir wollen politisch nicht mehr nur kleine Brötchen backen. Wir wollen die ganze Bäckerei. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich auf einen grünen Herbst, in dem eine gestandene Frau nach 16 Jahren die Schlüssel übergibt an eine taffe, jüngere Frau. Ich freue mich auf einen grünen Herbst, in dem Robert einen Armin Laschet alt aussehen lässt. Und ich würde sagen, mit uns für die Zukunft, das ist nicht nur ein passendes Motto für eine Landesversammlung. Ich finde, dieses Motto drückt auch in aller Deutlichkeit aus, wie dringend wir Grüne für Veränderung und frischen Wind in diesem Land gebraucht werden. Und wie es sagte Annalena diese Woche, für den Status quo stehen andere. Lasst uns also gemeinsam für Klimagerechtigkeit, für die Verkehrswende, für ökologische, soziale und ökonomische Veränderung streiten. Dafür trete ich an, dafür werbe ich um eure Unterstützung. Lasst uns alle miteinander über uns hinaus wachsen und stärker werden denn je zuvor. Vielen Dank, Sebastian. Es sind Fragen für dich eingeworfen worden. Wir würden jetzt die Fragen losen. Ein Stift wird gereicht. Eine Frage ist eingeworfen worden von Lydia Engelmann, KV Sächsische Schweiz aus der Erzgebirge. Wer ist dein Wunsch-Koalitionspartner? Für diese einfache, aber nicht simple Frage hast du drei Minuten Zeit. Wenn ich mir eine Wunsch-Koalition aussuchen könnte, die auch nach menschlichem Ermessens bei dieser Bundestagswahl auch erreichbar wäre und wo wir trotzdem dafür kämpfen müssen, ist Grün-Rot-Rot. Und wenn die Grünen die Chance haben, das Amt der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zu stellen, dann sollten sie diese Chance ergreifen. Danke. Dann treten wir nun in das Wahlverfahren, in den ersten Wahlgang ein. Ihr habt in diesem Wahlgang zu Listenplatz 8 nur eine Stimme, aber viel Wahlmöglichkeit. Ihr könnt euch mit der 1 enthalten, mit der 2 Nein-Stimmen, mit der 3 Carina Flores wählen, mit der 4 Olaf Hallbeck, mit der 5 Dennis Korn, mit der 6 Carola Köpferl, mit der 7 Lukas Mosler, mit der 8 Cornelius Michael Oethe. Und oder, vielmehr oder mit der 9 Sebastian Walter. Ihr habt eine Stimme und gewählt ist, wer die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält in dem ersten Wahlgang. Die Wahl ist eröffnet. Gibt es technische Probleme? Kann ich nicht erkennen? Gibt es Personen im Saal, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben oder abgeben konnten? Scheint mir auch nicht so. Dann schließe ich hiermit den Wahlgang. Liebe Mitgrüne, ich grüße euch recht herzlich heute in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des BUND Sachsen. Wir haben ja die internationalen rechtsverbindlichen Ziele im Klima- und Biodiversitätsschutz, die 1,5 Grad Grenze, den gebotenen Stopp des Biodiversitätsverlusts. Und dieses Jahr wird es massiv darauf ankommen, ob wir diese Ziele einhalten. Da wird Deutschland eine wesentliche Rolle bei spielen. Da haben wir große Hoffnung auf euch, dass wir vorankommen mit dem Ziel, null fossile Brennstoffe, eine stark reduzierte Tierhaltung und einen stark reduzierten Pestizideinsatz deutschlandweit hinzubekommen. Und was noch viel wichtiger ist, wir hoffen auf eine intensivere Rolle Deutschlands auf EU-Ebene. Da darf Deutschland nicht länger der Bremser sein, weil letzten Endes kann man zum Beispiel die komplette Defossilisierung nur transnational erreichen. Wir müssen weg von rein deutschen Diskussionen über CO2-Preise und ähnliches für Nullemissionen bis 2035, die nötig sind für die Klima, aber auch für die Biodiversitätsziele, müssen wir auf EU-Ebene der von der Leihenkommission massiv Druck machen. Das werden wir vom BUND aus auch von den Grünen und allen anderen erwarten, dass ihr da erfolgreich seid. Und wir wünschen euch dafür alles Gute. Wir haben ein Ergebnis. In diesem Wahlgang wurden 104 Stimmen abgegeben. Damit lag das Quorum bei 53. Es hat sich keine Person Enthaltung, eine Person hat mit Nein gestimmt. Es entfielen auf Carina vier Stimmen, auf Olaf neun, auf Dennis sieben, auf Carola 18, auf Lukas 38, auf Cornelius eine Stimme, auf Sebastian 26. Ich stelle fest, dass keine Person das nötige Quorum erreicht hat. Wir treten daher in einen zweiten Wahlgang ein. Wir sehen nichts. Wir suchen nach einer Quelle. Das Ergebnis wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Jetzt könnt ihr es sehen. Wir können es sehen. Jetzt könnt ihr es sehen. Schön. Wunderbar. Dann könnt ihr nachprüfen, dass ich keinen Unsinn erzählt habe. Wir treten somit in einen zweiten Wahlgang ein. Für diesen Wahlgang sind alle BewerberInnen zugelassen, die beim ersten Wahlgang mehr als 15 Prozent der Stimmen erhalten haben. Ich stelle fest, dass das drei Personen sind. Carola, Lukas und Sebastian, tritt eine der genannten Personen nicht erneut an. Kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir nun zum zweiten Wahlgang. In diesem Wahlgang ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Ihr könnt also im zweiten Wahlgang für Listenplatz 8 euch entscheiden zwischen Enthaltung mit der 1, Nein mit 2, Carola mit der 3, Lukas mit der 4 oder Sebastian mit der 5. Ich vernehme keine Fragen und deswegen eröffne ich den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Bei Eva gibt es technische Probleme? Es eilen Menschen noch zu Wahlgeräten, das warten wir noch ab. Gibt es Menschen, die ihre Stimme noch nicht abgeben konnten? Kann ich nicht erkennen. Damit schließe ich den Wahlgang. Dankeschön. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Amen. Es liegt ein Ergebnis vor. Es wurden 108 Stimmen abgegeben im zweiten Wahlgang für Listenplatz 8. Damit liegt das Quorum bei 55. Es hat sich keine Person enthalten. Es gab drei Nein-Stimmen auf Carola, entfielen 27 Stimmen auf Lukas 47 Stimmen, auf Sebastian 31. Ich stelle fest, dass keine Person das nötige Quorum erreicht hat. Wir brauchen einen dritten Wahlgang. In diesem Wahlgang sind alle Personen zugelassen, die mindestens 30 Prozent der abgegebenen Stimmen des vorhergehenden Wahlgangs erreicht haben. Ich stelle damit fest, dass nur Lukas den nächsten Wahlgang erreicht hat. Wir treten also in den dritten Wahlgang. Ich korrigiere mich. Entschuldigung dafür. Es sind 30 Prozent der abgegebenen Stimmen, jedoch mindestens zwei Personen. Also die zwei Bestplatzierten. Also nehmen wir einen dritten Wahlgang vor mit Lukas, der 30 Prozent erreicht hat und mit Sebastian, der das zweitbeste Ergebnis in diesem Wahlgang erreicht hat. Wir gehen also in den dritten Wahlgang zu Listenplatz 8. Ihr habt die Möglichkeit, euch zu enthalten mit der 1, Nein zu stimmen mit der 2, Lukas mit der 3 zu wählen oder Sebastian mit der 4. Gibt es hierzu Fragen? Kann ich nicht erkennen. Damit eröffne ich den Wahlgang. Gibt es technische Probleme bei irgendjemandem? Kann ich auch nicht erkennen. Konnten alle Personen ihre Stimme abgeben? Das scheint mir so. Dann schließe ich hiermit den Wahlgang. Uns liegt ein Ergebnis vor. Im dritten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, jedoch mehr als Nein-Stimmen. Es wurden 105 Stimmen abgegeben. Damit liegt das Gogen bei 53. Es gab keine Enthaltung. Es haben vier Personen mit Nein gestimmt. Auf Lukas empfehlen 53 Stimmen und auf Sebastian 48. Da Lukas die meisten Stimmen erhielt, ist er in diesem Wahlgang gewählt. Lukas, nimmst du die Wahl an? Er nickt. Dann haben wir einen Listenplatz oder einen Vorschlag für Listenplatz 8. Und wir kommen nun zu Listenplatz 9. Dort liegt uns die schriftliche Bewerbung von Lea Frenzle vor. Das ist richtig. Dann würde ich jetzt noch einmal durchgehen. Könnt ihr euch bitte wieder auf eure Plätze setzen und ganz später umanarmen und gratulieren. Das betrifft alle. Oder den Raum verlassen. Danke. Gut, dann kommen wir nun zu Listenplatz 9. Die schriftliche Bewerbung von Lea habe ich schon erwähnt. Aus den vorgehenden Wahlgängen Carola. Carola tritt nicht erneut wieder an. Dann aus diesem Wahlgang Carina. Carina tritt erneut an. Und damit habe ich niemanden übersehen. Gibt es weitere Bewerbungen? Carin, Entschuldige. Ist das ein? Carin tritt erneut an. Dann gibt es keine weiteren Bewerbungen außer diese drei. Dann ist dem so. Carina und Carin haben sich bereits vorgestellt. Dann erhält nunmehr Lea das Wort für sieben Minuten. Für alle, die Fragen an Lea haben, bitte ich, diese jetzt in den folgenden Minuten einzuwerfen. Lea, du hast das Wort. Gerd. Darf ich? Liebe Freundinnen, liebe Freunde. Es heißt, nichts sei so mächtig, wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und es ist vielleicht die Aufgabe für PolitikerInnen schlechthin, den richtigen Ideen zur richtigen Zeit den Raum zu geben. Für mich heißt das, Wissenschaft als Taktgeberin der Politik ernst zu nehmen. Denn aus den aktuellen Debatten in Forschung und Wissenschaft zeigt sich, wo die Probleme liegen und zumindest oft genug auch Ansätze für deren Lösungen. Das gilt für die Klimakrise genauso wie für die Corona-Pandemie. Und diese Lösungsansätze, die müssen wir dann politisch umsetzen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, den Menschen vor Ort zuzuhören. Es geht eben nicht darum, dass sich die BürgerInnen bequem zurücklehnen können, weil die Politik die Dinge ja schon regeln wird. So funktioniert Demokratie zumindest in meinem Verständnis nicht. Hier ist Unterstützung angesagt, aus der Berufspolitik, aus dem Bundestag, aus dem Landtag, für die Menschen, die sich vor Ort ganz konkret engagieren. Für sie und von ihnen werden wir gewählt. Denn ansonsten überlassen wir den FeindInnen unserer freiheitlichen Demokratie das Feld. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das kann es doch nun wirklich nicht sein. Aber gesellschaftlicher Wandel, Transformationsprozesse, Veränderungen, all das macht vielen Menschen Angst. Weil Verbesserungen für viele eben oft genug auch mit Verschlechterungen für einige einhergehen. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass wir das klar kommunizieren. Aber als fast fertig studierte Umweltingenieurin habe ich nun mal einfach ein Herz für den Wandel. Es geht mir hier um die Kreislaufwirtschaft. Die Natur macht es uns vor. Da haben wir die geschlossenen Kohlenstoffkreisläufe, die geschlossenen Nitratkreisläufe, die wir weltweit so dringend auch in der Industrie bräuchten. Und ehrlich gesagt kann es doch auch irgendwie nicht sein, dass wir es noch nicht mal schaffen, die europäischen Vorgaben zur Recycling vernünftig in nationales Recht zu gießen. Es will mir nicht in den Sinn, warum wir es nicht schaffen, beispielsweise Kunststoffe so zu normen, dass wir sie hinterher auch vernünftig wieder separieren können und recyceln können. Technisch ist das kein Problem. Nötig ist es auch. Aber machen muss man es eben. Und dazu brauchen wir politisch andere Rahmenbedingungen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir sind die Partei, die die Notwendigkeit zum Wandel sieht und die nicht als Gefahr, sondern als Chance begreift. Ich bin Kommunaler, ich bin Kreisrätin. Mir ist die Strukturentwicklung gerade im ländlichen Raum wichtig. Und als angehende Ingenieurin habe ich eine Leidenschaft für Technologie. Die werde ich mir nebenbei gesagt auch nicht von dem Sexismus nehmen lassen, den ich als junge Frau auf der Baustelle regelmäßig erleben muss. Und schon gar nicht werde ich mir die nehmen lassen von den, sorry, alten weißen Männern, deren immer gleiche Kämpfe gegen die Windkraft ich immer und immer wieder erleben muss. Ich kämpfe vor Ort für Windräder gegen Windmühlen. Es ist ein riesiges Projekt, eine riesige Aufgabe im Sinne des Klimaschutzes. Die Solarenergie in Freiberg und Umgebung, ich kandidiere ja in Mittelsachsen, und Bernhard und Wolfram haben es bereits angesprochen, ist leider keine reine Erfolgsgeschichte. Im Bild gesprochen, in den letzten Jahren herrschte Dunkelflaute und wir hängen den nötigen Ausbauzielen für das 1,5-Grad-Ziel meilenweit hinterher. Aber es gibt den Aufbruch, es gibt den nächsten Versuch und in Freiberg und Umgebung entstehen jetzt wieder hochwertige Solarmodule und in anderen Bereichen Sachsens die nötigen Zulieferwaren. Und wenn wir da mit geeigneten Förderinstrumenten auch von Bundesebene eingreifen und unterstützen, dann bleiben und werden das Leipziger Umland, die Oberlausitz und auch Mittelsachsen wieder zu Energieregionen und zwar zu Erneuerbaren. Das heißt aber auch, dass wir dieses, das haben wir doch schon immer so gemacht, überwinden müssen. Das ist der Stil der Union, das ist das, was uns die Klimakrise beschert hat und das hatten wir 16 Jahre lang eindeutig genug in diesem Land. Wenn es nicht anders wird, kann es nicht besser werden. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, Annalena hat es gesagt, Franziska hat es gestern unterstrichen, es geht um einen anderen, einen neuen Stil von Politik. Ein Stil, wo nicht die eigene Person und auch nicht die eigene Partei im Mittelpunkt steht, sondern die Sache und die Werte, die man darin vertritt. In Mittelsachsen sind die aussichtsreichsten Kandidatinnen, eine Werteunionlerin, die den menschengemachten Klimawandel leugnet und seine Effekte feiert. Stichwort Ananas anbau in Sachsen. Die andere ist von der AfD. Das sind die Personen, mit denen ich es in Mittelsachsen zu tun bekommen werde. Es geht da nicht um ein Mandat für mich. Es geht darum, diesem Populismus Wissenschaftlichkeit, Sachlichkeit und eine klare menschliche Haltung entgegenzusetzen. Und darum, liebe Freundinnen und Freunde, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu die Unterstützung und den Schwung aus dem Landesverband mitgebt. Ich verspreche euch, dass ich mich genauso mit allem, was ich habe, allem, was ich kann, in den Wahlkampf für Sachsen zu stürzen. Und bitte euch mit dem Votum meines Kreisverbandes um eure Stimme für Platz 9. Vielen Dank. Danke, Lea. Wir schauen, es gibt eine Frage von Paul Löser aus dem KV Sächsische Schweiz aus Erzgebirge. Wie können wir die Menschen in den ländlichen Regionen für die Energiewende begeistern? Für diese Beantwortung hast du drei Minuten Zeit. Vielen Dank. Wichtige Frage. Ich glaube, neben der Angst vor Veränderungsprozessen spielt da auch ganz oft so ein Nimbismus die Rolle, not in my backyard, wenn es um Windkraft geht, wenn es um Solar geht. Und das ändert sich erfahrungsgemäß sehr schnell, wenn die BürgerInnen vor Ort an den Gewinnen, die sich damit erwirtschaften lassen, beteiligt werden. Das ist das eine. Deswegen brauchen wir auch gute Möglichkeiten, brauchen wir Förderungen für BürgerInnen, Energiekooperativen, Entschuldigung, schwieriges Wort. Und das andere ist eine klare Kommunikation von Anfang an in der Projektentwicklung, ist auch Sicherheit, beispielsweise was die Windkraftvorranggebiete angeht, was die Ausbaupläne angeht, die in den Regionalplänen verankert werden. Sollten in Mittelsachsen zum Beispiel ist die Windkraft gerade rausgelöst. Und last but not least, ich erlebe es immer wieder, dass da totaler wissenschaftlicher, ich kann es nicht anders sagen, Nonsens erzählt wird. Dem muss man sich dann auch einfach mit Wissenschaft, mit Fakten, mit klarer Haltung entgegenstellen. Dann treten wir für den Listenplatz 9 in das Wahlverfahren ein und im ersten Wahlgang habt ihr die Möglichkeit. Hallo Technik. Jetzt habt ihr Möglichkeiten. Für Listenplatz 9 habt ihr die Möglichkeit, eine Stimme abzugeben, entweder euch zu enthalten, mit der 1 mit Nein zu stimmen, mit der 2 für Karin zu stimmen, mit der 3 für Karina zu stimmen, mit der 4 oder für Lea zu votieren, mit der 5. Ich eröffne den Wahlgang. Gibt es hierbei technische Probleme? Kann ich nicht erkennen? Gibt es Personen, die ihre Stimme noch nicht abgeben konnten? Kann ich auch nicht erkennen. Damit schließe ich den Wahlgang und wir sehen ein Video. Liebe sächsische Grüne, Als sächsischer Flüchtlingsrat sind wir Verbündete im Kampf für eine menschenwürdige Asylpolitik. Eine Partei, die sich zu einer menschenrechtsfreundlichen Asylpolitik bekennt, stellen wir auch klare Anforderungen. In Sachsen, auf Bundesebene und an den europäischen Grenzen. Wir sind uns einig, das Dublin-System gehört abgeschafft und die Aufnahmebereitschaft der sicheren Häfen in den deutschen Kommunen muss umgesetzt werden. Eine humanitäre Asylpolitik bedeutet für uns aber mehr. Mehr als derzeit im Entwurf des Wahlprogramms steht. Eine humanitäre Asylpolitik bedeutet keine Lager an den europäischen Außengrenzen, auch keine offenen Lager. Keine Lager in Deutschland, sondern die sofortige dezentrale Unterbringung von Schutzsuchenden. Keine Abschiebung und erst recht keine Abschiebung in Krisengebiete, sowie die Eröffnung langfristiger Bleibeperspektiven statt Kettenduldung. Wir blicken gespannt auf die kommenden Monate. Eurie Schulte spricht in seinem Buch über die Grünen von Bündnis 90 die Weißen. Als Sächsischer Flüchtlingsrat würden wir uns freuen, wenn ihr heute mutige Schritte macht und eine diverse Liste aufstellt, die die reelle Vielfalt unserer Gesellschaft darstellt. Danke und viel Erfolg. Uns liegt ein Ergebnis für den ersten Wahlgang für Listenplatz 9 vor. Es wurden 93 Stimmen abgegeben. Damit lag das Quorum bei 47. Eine Person hat sich enthalten. Es hat niemand mit Nein votiert. Auf Karin Bese entfielen 17 Stimmen, auf Karina Flores 16 Stimmen und auf Lea Frenzle 59 Stimmen. Ich stelle fest, dass Lea das nötige Quorum erreicht hat und gewählt ist. Lea, nimmst du die Wahl an? Lea nimmt die Wahl an. Damit haben wir einen Vorschlag für Listenplatz 9. Wir vollziehen jetzt einen Wechsel im Präsidium. Vielen Dank. So, liebe Freundinnen und Freunde, auch wenn ich eigentlich in der Präsidiumsschicht gerade noch nicht dran wäre, müssen wir noch kurz was miteinander aushandeln beziehungsweise noch einen neuen Beschluss fassen. Merkt, wenn der Versammlungsleiter mit dem einschlägigen Wahlgesetz-Kommentar durch die Gegend läuft, dann muss man kurz mal nachdenken. Folgende Situation hat sich jetzt eingestellt. Die zweite Person zur Versicherung in Eidesstadt, Lisa Stein, hat sich aufgrund persönlicher Gründe von dieser Veranstaltung wegbegeben müssen. Das Bundeswahlgesetz sieht vor, dass die Personen zur Versicherung in Eidesstadt versichern, dass die entsprechenden Wahlen, die wir hier vornehmen, nach dem Bundeswahlgesetz durchgeführt wurden, insbesondere, dass die Wahlen geheim durchgeführt wurden und dass jeden Bewerberinnen und jede Bewerber ausreichend Zeit gegeben wurde, sich vorzustellen. Das ist natürlich nicht möglich, wenn man der Versammlung nicht beiwohnen kann ab einem gewissen Zeitpunkt. Wir haben jetzt auch noch mal nachgeschlagen, der 21.6. Bundeswahlgesetz spricht davon, dass es sich zwei von dieser, also von dieser, von der Versammlung bestimmten Teilnehmer handeln muss. Es ist nicht geregelt, wann sie das bestimmt. Und wir gehen nach dem Grundsatz, dass ein Kreationsorgan bis Fristablauf beziehungsweise bis Ende seiner Tätigkeit als Kreationsorgan jederzeit auch Beschlüsse korrigieren kann, was die Bestellung von Personen angeht. Das haben wir auch noch mal kursorisch geprüft, haben schnell auch noch mal Rücksprache mit dem Bundesverband genommen, der das ähnlich sieht. Und wir würden daher vorschlagen, dass bei den Personen zur Versicherung an Eidesstadt für die heutige Versammlung eine Neubestellung erfolgt. Und zwar, dass der ursprüngliche Vorschlag, dass die eine der beiden Personen, wie ihr das vorhin auch beschlossen habt, Norman Volker, es bestehen bleibt, aber Lisa Stein als Person zur Versicherung an Eidesstadt abgerufen wird und durch Dr. Juliane Hundert ersetzt wird, die bis zum Ende bleibt. Danke, Juliane, dass du das übernimmst, so kurzfristig. Sie war auch seit Beginn der Versammlung da. Ihr habt sie ja hier oben im Präsidium auch gesehen. Ich frage, ob es dagegen gegen das Verfahren Einwände gibt. Das ist nicht der Fall, dann stimme ich das ab und bitte euch zuzustimmen, wenn ihr damit einverstanden seid, dass die Versammlung beschließt, als Person zur Versicherung an Eidesstadt statt Lisa Stein, Dr. Juliane Hundert zu bestimmen. Vielen Dank. Ich bitte um die Gegenstimmen. Vielen Dank und die Stimmenthaltungen. Dann ist das einstimmig so beschlossen. Ich bitte, das zu Protokoll zu nehmen und verabschiede mich hier oben wieder und wünsche weiterhin eine gute Listenausstellung. Vielen Dank. So, liebe Versammlung, wir treten jetzt in das Wahlverfahren für den Listenplatz 10, also ab 10 ein. Wir wählen jetzt am Block, das heißt, wir ändern jetzt das Wahlverfahren. Wir wählen am Block jetzt immer drei Listenplätze. Das heißt, wir wählen als erstes die Listenplätze 10, 12 und 4. Und wenn wir die besetzt haben, wählen wir die Plätze 11, 13 und 15. Das heißt, ich rufe jetzt zunächst die zu besetzenden Listenplätze 10, 12 und 14 auf. Und da habe ich hier vorliegen, die Bewerbung von Horst Grummig. Ist das richtig? Ja, habe ich gehört. Und dann wäre jetzt die Frage an die Versammlung, wer aus den vorhergehenden Wahlgängen nochmal antreten würde. Gibt es da Meldungen? Ich sehe die Meldung von Olaf Hohlbeck. Gibt es weitere? Carina Flores. Also Carina, Olaf, Horst. Ah, Dennis Korn sehe ich noch, ja. Das heißt, die vier Bewerbungen, Entschuldigung, das war ganz weit außen. Das ist die Bewerbung von Cornelius Otto, Entschuldigung, da war ich vorhin draußen, deswegen hatte ich dich jetzt noch nicht gesehen. Genau. Das heißt, gibt es noch weitere Bewerbungen, die ich jetzt übersehen habe? Dann haben wir die fünf Bewerbungen. Und zwar, ich zähle das nochmal auf, das ist die Bewerbung von Horst, von Cornelius, von Carina, von Dennis und von Olaf. Und damit schließe ich die Bewerbungsliste. Im Vorstellungsverfahren hatten wir jetzt nur Horst Grummig noch nicht kennengelernt, deswegen würde ich Horst nach vorne bitten. Auch hier haben wir das gleiche Vorstellungsverfahren wie bei den vorherigen neuen Listenplätzen. Das heißt, es gibt sieben Minuten Redezeit für die Bewerber und im Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auch hier könnt ihr weiterhin die Frageboxen nutzen. Wir lassen wieder vier Fragen zu und dafür gibt es drei Minuten Zeit. Gut. Du hast das Wort. Bitte auch von meiner Seite aus euch allen ein ganz herzliches Hallo. Mein Name ist, wie ihr schon gehört habt, Horst Grummig. Ich gehöre zum Kreisverband Leipzig-Stadt. 1957 geboren, an einem 10.10. bin ich mit Sicherheit oder wahrscheinlich der Oldie hier im Bewerberfeld. Aber wie das so ist, mitunter verbindet sich, und da bin ich ein bisschen jetzt befangen, Geschichte auch mit Gebäuden. Das heißt, keine 200 Meter von hier entfernt habe ich Tatsache die ersten drei Jahre meines Lebens verbracht. Großmutter ist mit mir fast täglich hier hinten in den Zoo gegangen. Vor allem aber steht dieser Saal hier für viele Stunden, herrliche Stunden, tolle Stunden und Erinnerungen meines Lebens. Denn noch bevor der große Musentempel am Augustusplatz, also das neue Gewandhaus, gebaut wurde, gab es hier schon zu DDR-Zeiten neben großen Festlichkeiten unter anderem die legendären Messekonzerte, die Jazzkonzerte mit so manchem Weltstar genau auf dieser Bühne hier. Ich will sagen, meine Sehnsucht nach Weltoffenheit, nach Freiheit, hat trotz oder gerade wegen Diktatur und Mauer hier unter anderem mit seinen Ursprung, weil ich dabei viele persönliche Begegnungen habe, an die ich mich gern und mit Freude erinnere. Viel wichtiger aber für unsere Partei sollte sein, denke ich, die sich auch Bündnis 90 nennt, jeder dritte Wähler in Sachsen ist bereits, wie ich auch, über 60 Jahre alt. Natürlich muss diese doch recht große Alters- oder Wählergruppe, wenn man so will, auch angemessen repräsentiert werden. Auf alle Fälle sage ich aber, Lebenserfahrungen sind generell kein Fehler, weder für den Bundestag noch für die eigene Partei. Und wer mich etwas genauer kennt, der weiß aber auch, dass ich viele Jahre nach der Wende, also zu bundesrepublikanischen Zeiten, als Fußballtrainer aktiv war und damit recht gute Kontakte auch zur jüngeren Generation habe und beileibe nicht nur zu meinem eigenen 25-jährigen Sohn. Das beste Feedback erhalte ich allerdings im Taxi. Das heißt, ich bin hier in Leipzig und im Umland seit fünf Jahren als Taxifahrer unterwegs. Und das ist auf alle Fälle so, dort erhalten wir einen wunderbaren Überblick, was die Menschen wirklich bewegt, worüber sie sich ärgern, woran es ihnen liegt. Und da sage ich mal, Politik spielt bei denen nicht die erste Rolle, sondern sie reden und philosophieren in erster Linie über das ganz reale Leben. Und da wiederum kann ich verraten, ob jung oder alt, ob aus der Stadt oder vom Land, vor allem werden soziale Defizite und Missstände benannt, worüber sich die Leute ärgern, die Politik allerdings dafür verantwortlich ist. Zeitbedingt nenne ich nur mal Obdachlosigkeit oder Rentner, die Flaschen sammeln müssen, damit sie noch ihren Lebensunterhalt verdienen können. Zumindest Ältere wissen, dass es damals das in der DDR nicht gab. Die wollen trotzdem nichts von Diktatur wissen, aber sie hätten trotzdem gerne diese Missstände behoben in so einem reichen Land. Die Jüngeren reden oft vom Hartz IV, von den wachsenden Mieten und dem Armutsrisiko, Kinder zu haben. Man könnte mir jetzt vorwerfen, okay, du filterst jetzt nur Dinge raus, was die Schwächsten betrifft. Aber meine Frage auch an die eigene Partei ist eigentlich die, sind es nicht gerade die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die verantwortliche Politik am nötigsten bräuchten. Und dann denke ich, wir sollten, und das sind die Menschen, mit denen wir arbeiten können, dann sollten wir alle da sehr, sehr froh darüber sein, dass es noch viele Menschen in dieser Gesellschaft gibt, ob jung oder alt, die Empathie für andere haben, obwohl sie selber nicht in dieser Notlage sind. Für die Politik wäre meine Frage, beweist man als Politiker nicht auch gerade dann Verantwortung, wenn man bereit ist, über die eigenen Interessen hinaus zu handeln. Persönlich jedenfalls lege mir in so einem reichen Land daran, an einer, ich sag's mal mit meinen Worten, Renaissance des Sozialstaates, des Gemeinwesens, der Solidarität. Denn wir Grüne wollen grüne Ideen durchsetzen, wir brauchen dafür bitte Mehrheiten. Wir wollen kein Strohfeuer abbrennen, wir brauchen Nachhaltigkeit. Und wir sind, last but not least, auf die Zusammenhalt der Gesellschaft angewiesen. Das ist also ein ganz wichtiges Thema. Und jemand, der neulich bei mir ins Taxi stieg, der sagt, weißt du, energetische Haussanierung, schön und gut, aber verraten wir bitte, ob meine Kinder morgen noch Arbeit haben und die Miete ihrer Wohnung bezahlen können. Da beginnt für mich Politik. Und das darf nicht bei Corona aufhören. Das muss eher für uns alle eine Mahnung sein, aus persönlichen Fehlern, aus politischen Fehlern zu lernen. Lernende Politik ist bekanntlich vorausschauende Politik. Also apropos, schauen wir mal voraus, Klimakrise. Und meine persönliche Notiz dabei ist vor allem, vergesst mir bitte, bitte, ihr seid die Jugend, ihr wollt die Zukunft gestalten, vergesst mir bitte den Tierschutz nicht. Weil, ich sage es euch, 15 Prozent aller Schadstoffemissionen erhalten wir aus dieser industriellen Massentierproduktion. Da ist Transport der Tiere und die Kühlung des Fleisches noch nicht mal eingerechnet. Der eigentliche Krebs schadet aber die Rotung von Regenwäldern. Das ist ein Schaden für Wasser, Boden und Luft. Der ist ganz immens. Darum sprechen viele Klimawissenschaftler heute schon vom womöglichen Klimakiller number one. Ich will mich da aber nicht streiten. Fortschritt, Menschlichkeit, Progressivität kann und will ich einfach nicht damit verbinden, wie wir zum Teil heute noch mit Tieren umgehen. Das ist für mich teilweise schlimmer noch im Mittelalter. Denn manche dieser Tiere sehen in ihrem ganzen Leben nicht ein einziges Mal die Sonne, höchstens auf den Tiertransporten, dann durch ganz Europa. Damit, mit diesem Wahnsinn, müssen wir Schluss machen. Grüne sind für das Leben insgesamt auf dieser Erde da. Und wir alle wissen, wie viel Positives auch gerade für unsere Kinder im Umgang mit Tieren entstehen kann. Und darum bleibe ich dabei, ergreifen wir Grüne auch für Tiere konsequent Partei. Und diese Konsequenz, das sagen wir auch 90 Prozent meiner Fahrgäste im Taxi, diese Konsequenz bezieht sich natürlich auf die Politik. Hier geht es um Vertrauen und Zustimmung. Und da hat die Politik riesen Nachholbedarf. Denn wie kein Spiel ohne Regeln funktioniert, so funktioniert auch die Demokratie nicht. Ich muss als Bürger nicht mit jedem Gesetz einverstanden sein. Aber, und das möchte ich schon, dass Gesetze gelten, und zwar für alle, dass die sich nicht gegenseitig im Weg stehen, dass sie für Problemlösungen sorgen und dem Menschen zugewandt sind und insbesondere durchgesetzt werden. Und da mal ein kurzer Blick noch auf unseren Staat, auf unseren Rechtsstaat. Wie lange reden wir schon über Kriminalitätsbekämpfung, gerade was Bankenkriminalität angeht, Rechtsextremismus, Kindermissbrauch, Gewalt gegen Frauen, der Fall Tönnies, Weyerkopf, Hass im Internet, Munitionsverschwindung, ich komme zum Schluss, letzter Satz, Munitionsverschwindung bei Sicherheitskräften. Wie lange soll ich da noch reden? Annalena, denke ich, hat viel zu tun hier und wir sollten Sie nach Kräften unterstützen. Dankeschön. Okay. Okay, haben wir Fragen vorliegen? Es gibt keine Fragen an Horst Horst, du hättest damit noch mal drei Minuten Redezeit zur Verfügung. Ja, das ist ganz gut. Da kann ich eigentlich hier noch den letzten Absatz, worum es mir hauptsächlich ging. Okay. Also ich, weil ich ja nun schon älter bin, ich habe mir nie vorgestellt in meiner Runde, dass ich der Älteste bin, aber wahrscheinlich ist es so. Also meine Botschaft an euch, gerade die Jugend, das Leben geht schneller vorbei, als ihr denkt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zarkastisch. Aber ich rate euch allen und macht was draus. Macht einfach was draus. Aber bitte denkt daran, und dafür möchte ich eigentlich werben, dass das Leben insgesamt auf unserem Planeten den Wert darstellt, für den wir uns alle, und zwar mit Nachdruck, einsetzen, streiten und engagieren sollten. Das wäre es. Dankeschön. Ach so, und jetzt, ich habe ja noch eine Minute, weil ich wurde draußen gefragt, warum ich alter Kerl denn überhaupt noch hier mir dieses antue. Weil ich sage, okay, also zu Hause, ich ärgere mich über so viele Dinge, ich habe euch die Probleme ja beschrieben, zu Hause dann mit der eigenen Katze zu streiten, das macht wenig Sinn. Darum spreche ich die Dinge an, und ich hoffe, dass die Politik das auch mitnimmt, vor allem hier unsere jungen Kandidaten, die an der Spitze stehen, die ja gute Chancen haben, im Bundestag zu kommen, dass die das eine an der andere mitnehmen und vielleicht mal auch nach den anderen Erfahrungen fragen, dass wir einfach auch insgesamt als, wir tragen ja Mehrheiten insgesamt, als Partei näher rankommen an manche Probleme, dass wir nicht so weit von den Menschen weg sind. Da könnt ihr mich immer gerne fragen, und wie gesagt, ansonsten Dankeschön und noch einen schönen Tag. Danke. Damit können wir das Vorstellungsverfahren für die Plätze 10, 12 und 14 abschließen und in das Wahlverfahren eintreten. Nochmal zur Erläuterung. Ihr habt jetzt hier diese sieben Optionen aufgeführt. Wie bekannt, enthaltet ihr euch mit der 1 und stimmt mit der 2 mit Nein? Mit 3 könnt ihr Carina Flores wählen, mit 4 Horst Grummig, mit 5 Olaf Holbeck, mit 6 Dennis Korn und mit 7 Cornelius Michael Oethe. Ihr habt in diesem Wahlgang, weil wir drei Plätze vergeben, auch entsprechend drei Stimmen, die ihr vergeben könnt. Das heißt, ihr gebt die entsprechende Zahl ein, drückt Eingabe, gebt die nächste Zahl ein, drückt Eingabe und macht das nochmal und habt damit alle drei Stimmen abgegeben. Ihr könnt, glaube ich, auch weniger Stimmen abgeben. Ich sehe ein Nicken von rechts, genau. Wenn ihr euch enthalten wollt oder mit Nein stimmt, dann drückt ihr entsprechend nur einmal die 1 oder die 2 und seid damit fertig. Ansonsten zu dem Verfahren. Die Personen sind gefehlt, die mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten. Wenn wir weniger Bewerberinnen diese Zahl erreichen, als Plätze zur Verfügung stehen, dann gehen wir nochmal in den zweiten Wahlgang und genau die Reihenfolge ist dann entsprechend, wer die meisten Stimmen hat, bekommt Platz 10 und dann wird das runtergestuft. Gibt es zu dem Verfahren, weil es jetzt ein anderes Verfahren ist, weil es in den vorherigen Wahlgängen fragen. Das erkenne ich nicht. Dann eröffne ich den Wahlgang. Falls es technische Probleme gibt, bitte ich euch wieder, euer Stimmgerät in die Höhe zu halten, sodass die Technik das sehen kann. Hier vorne gibt es eine Frage oder ein technisches Problem. Ich habe da hinten aus Chemnitz auch noch ein Arme schwenken gesehen, aber da wird eher getanzt bei Franka. Alles klar. Bewegungspause. Okay. Ja, da steht euch natürlich auch frei, dass ihr euch ein bisschen auf euren Plätzen bewegt. Wir sitzen ja schon lange hier. Das findet auch schon fleißige Nachahmer. Ja, da steht euch noch mal. Vorne wird auch noch ein Stimmgerät hochgehalten. Ganz hinten wird auch noch gewunken. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nur einen Techniker haben, der helfen kann oder ob der, das sieht so aus, dann müssen wir einmal kurz warten. Vielen Dank. Es gibt noch weitere Meldungen für Bedarf für Technik. Okay, Entschuldigung. 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 Vielen Dank. 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 Die zieht zurück, okay. Damit hätten wir dann jetzt für diesen Wahlgang, jetzt habe ich mit den Namen gerade dummerweise nicht notiert, Carolin Renner, Karin Bese und Carola Köpferl. Und Carolin Renner würde sich dann jetzt noch vorstellen, auch bei dir gilt, du hast sieben Minuten Zeit und danach kommt die Fragerunde. Du kannst du ja, gut, du kannst du ja, du kannst du ja, du kannst du ja, du kannst anfangen. Liebe Bündnisgrüne Freundinnen und Freunde, mein Name ist Carolin Renner und ich bewerbe mich heute hiermit auf den Listenplatz ab der Nummer 11. Zwei Sachen vorab. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, mich heute zu bewerben und die Rede, die ich jetzt halten werde, habe ich vor ein paar Stunden erst angefangen. Und zweitens bin ich erst seit ungefähr einem Jahr Mitglied im Kreisverband Görlitz und weiß, dass die meisten mich wahrscheinlich noch nicht kennen. Und wenn Sie mich kennen, dann wahrscheinlich nur von der Kandidierendenrunde letzte Woche im Kreisverband Görlitz, wo ich die Leute in die Breakout-Rooms sortiert habe. Warum ich mich jetzt trotzdem dafür entschieden habe, auf Platz 11 zu gehen, ist, weil ich finde, dass auf unserer Liste Kandidierende aus den ländlichen Räumen nicht in dem Maße zu finden sind, wie sie vertreten sein sollten. Bernhard hat in seiner Rede von der Vielfalt der Region auf unserer Landesliste gesprochen. Ich sehe das anders. Ich sehe Dresden, Chemnitz und Leipzig sehr stark vertreten und für den ländlichen Raum ist da eindeutig noch Luft nach oben. Wie wollen wir Wählerinnen und Wähler in den kleinen und mittleren Städten auf den Dörfern gewinnen, wenn wir ihnen nicht zeigen, dass wir wenigstens den Willen haben, auch sie im Bundestag zu repräsentieren und ihre Interessen zu vertreten? Ich weiß, worum es dabei geht. Seit fünf Jahren lebe ich jetzt schon in Görlitz. Das ist die östlichste und übrigens auch die schönste Stadt Deutschlands. Ich habe dort studiert und mich danach entschieden, jetzt noch ein bisschen länger zu bleiben und mich politisch für eine lebenswertere und bessere Stadt und Oberlausitz zu engagieren, sowohl im Kreis als auch im Ortsvorstand der Bündnisgrünen in Görlitz. Ich finde, es ist bitter nötig, in dieser Region etwas zu tun und das Augenmerk der Politik auf uns und die ländlichen Räume zu lenken. Warum? Weil es bei uns noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Freundinnen von mir, die aus dem Ausland zum Studieren nach Görlitz gekommen sind, werden im Netz angefeindet, in ihren Vereinen diskriminiert und auf offener Straße vor ihrer Haustür aufgrund rassistischer Motive angegriffen. Es gab und gibt, zurzeit auch bedingt durch die Pandemie, zu wenige Arbeitsplätze und noch weniger gut bezahlte Arbeitsplätze in der Region. In den Landkreisen Görlitz und Bautzen gibt es genau eine. Eine Ärztin, die legal Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Die nächste Möglichkeit dafür gibt es knapp eineinhalb Stunden entfernt in Dresden. Ich finde das persönlich unzumutbar. Wir haben zu wenige Schulen, wir haben zu wenige Kindergärten und in den größeren Städten im Kreis Görlitz lernen die Kinder zurzeit in Containern. Das ist ebenfalls unzumutbar. Meine queeren Freundinnen müssen Angst vor dummen Sprüchen und Anfeindungen haben, wenn sie auf offener Straße mit ihren gleichgeschlechtlichen PartnerInnen Händchen halten oder ihre Identität frei ausleben. Es gibt bisher kaum queere Repräsentationen und auch kein CSD bei uns. Jeden Montag laufen unter meinem Fenster die QuerdenkerInnen entlang auf den Postplatz, wo sie dann zwei Stunden lang ihre Parolen zum Besten geben. Mich nervt das persönlich auch und die AfD hat bei der Bundestagswahl 2017 bei uns über 30 Prozent geholt, wurde damit stärkste Kraft in unserem Landkreis und Tino Chrupalla hat als Direktkandidat sogar Kretschmer geschlagen. Das ist beängstigend und es fehlt nach wie vor an Antworten aus der Politik. Das waren jetzt nur ein paar kleine Ausschnitte, aber das ist auch leider nicht erst seit gestern so. Die ersten 17 Jahre meines Lebens habe ich im Spreewald verbracht, in einem Dorf, 100 Kilometer von Berlin, 20 Kilometer von der nächsten Großstadt, das war Cottbus. Da fährt der Bus nur viermal am Wochenende. Der Weg zum Gymnasium dauert im Winter schon mal zwei Stunden, inklusive langer Wartezeit beim Umsteigen im nächsten Dorf oder Schneesturm. Es gibt im Umkreis von zehn Kilometer nur einen Laden, einen Bäcker und einen Haufen Langeweile. Vor allem für junge Menschen, die wie ich bereits zum Aufbruch und zum Ausbruch sind und waren, ist das nicht gut. Wir erreichen keine Anschlüsse, weder telefonisch noch im Internet noch im ÖPNV und es ist uns nicht möglich, einfach mal irgendwo feiern zu gehen, ohne aufs Elterntaxi angewiesen zu sein. Ich persönlich hatte immer eine Perspektive. Ich hatte nämlich Glück. Ich hatte das Glück, politisch engagierte Eltern zu haben, mit guten Jobs, die mit mir diskutieren, die mich zum Nachdenken anregen, die mich schon als Kind auf Demos gegen Tagebauer, Atomkraft und Nazis mitgenommen haben und andere Bündnisgrüne zum Plakatekleben auf unseren Hof eingeladen haben. Sie haben mir eine gute und eine sichere Kindheit geben können. Andere junge Menschen haben dieses Glück nicht. Sie sind Kinder von Eltern, die sich seit der Wende abgehängt fühlen, die ihre Jobs und ihre Identität verloren haben und keine neue finden können und jetzt einen Sündenbock dafür suchen, dass es ihnen finanziell und perspektivisch schlechter als allen anderen geht. Die, anders als meine Eltern, keinen Wert darauf legen, dass ihre Kinder demokratische und antifaschistische Grundwerte lernen, falls sie diese überhaupt selbst anwenden. Die immer weiter nach rechts abrutschen und sich immer weiter radikalisieren. Die denken nur mit dem Hass auf alles andere, ihr gutes Leben zurückbekommen zu können. Sie kennen bisher keine andere Perspektive, als die eben keine Perspektive zu haben. Ich habe in den letzten fünf Jahren mit AfDlerInnen diskutiert, Demos organisiert und bin gegen Nazis auf die Straße gegangen. Gemeinsam mit einem breiten Bündnis haben wir Bündnisgrüne in Görlitz 2019 Sebastian Wippel als ersten AfD-Oberbürgermeister verhindert. Wir haben uns anfeinden lassen, uns beleidigen lassen. Wir wurden bedroht und beschimpft und wir haben trotzdem immer weitergemacht. Ich habe gemeinsam mit Caro und Felix die Neugründung der grünen Jugend Görlitz vorangetrieben. Im letzten halben Jahr haben wir mehrere neue Mitglieder gewonnen, sind heute zu dritt von sechs Leuten aus dem KV Görlitz hier vertreten und haben für dieses Jahr schon einige Projekte in der Pipeline. Wir sind mit FFF auf die Straße gegangen, Görlitz und Zittau, gemeinsam mit Greta und Alex, die ihr vorhin auch schon hier im Video gesehen habt. Und wir hören uns auch immer wieder an, dass wir zu jung seien, um eine Meinung zu haben und uns politisch zu engagieren. Und wir machen trotzdem weiter. Und ich möchte genau diesen Menschen, die sich engagieren, die etwas tun, die machen und sich kümmern und jeden Tag für eine bessere und gerechte Gesellschaft kämpfen, dass wir Bündnisgrüne auch Sie auf unserer Landesliste vertreten. Ich möchte für die jungen Menschen und vor allem für die jungen Frauen im ländlichen Raum als Kandidatin sichtbar sein. Eine bekannte Görlitzer Persönlichkeit sagt immer gern, Görlitz muss jünger und weiblicher werden. Und diesen Part möchte ich für Ostsachsen gerne auf unserer Landesliste übernehmen. Vielen Dank. Dann danke ich dir für die Vorstellung, Caroline. Es sind keine Fragen an dich eingegangen. Du hättest noch die Möglichkeit, weiterzureden, aber du warst jetzt auch ruhig. Ich glaube, es ist alles gesagt. Gut, dann haben wir das Vorstellungsverfahren für die Listenplätze 11, 13 und 15 hiermit beendet und würden jetzt in den Wahlgang eintreten. Ihr seht die Option wieder eingeblendet. Mit der 1 enthaltet ihr euch. Mit der 2 stimmt ihr mit Nein. Mit der 3 stimmt ihr für Karin. Mit der 4 für Carola. Und mit der 5 für Caroline. Ihr habt auch in diesem Wahlgang drei Stimmen. So wie vorhin gibt es zum Verfahren noch Fragen. Dann eröffne ich den Wahlgang. Hier vorne gibt es technische Probleme. Und dann eröffne ich den Wahlgang. und dann eröffne ich den Wahlgang ein. So wie vorhin ist das Problem. Und dann eröffnen wir den Wahlgang. Hat sich das Problem hier vorne gelöst? Ja. Hat jemand die Stimmen noch nicht abgegeben? Jemand auch nicht gewählt? Das erkenne ich nicht. Ich schließe hiermit den Wahlgang und wir warten auf das Ergebnis. Möchte jemand vom Podium einen Witz erzählen? Oh Gott, da haben wir jetzt was losgetreten. Franka, möchtest du Bewegungspausen einleiten? Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön, Franka. Es wurde jetzt schon auf dem Präsidium bedauert, dass die Presse mehrheitlich schon weg ist. Und wir haben ein Ergebnis vorliegen. Es wurden 218 Stimmen abgegeben bei 101 TeilnehmerInnen an der Abstimmung. Das Quorum liegt damit bei 51 Stimmen. Zwei Personen haben sich enthalten. Eine Person hat mit Nein gestimmt. Auf Karin Bese empfehlen 60 Stimmen. Auf Carola Köpferl empfehlen 80 Stimmen. Und auf Carolin Renner empfehlen 75 Stimmen. Damit sind alle drei gewählt. Und zwar in der folgenden Reihenfolge. Carola, du bist auf Listenplatz 11 gewählt. Nimmst du die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. 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 Liebe Kolleginnen und Freunde. Wir stellen damit fest, dass gemäß § 6 Absatz 6 das Aufstellungsverfahren endet, da Listenplatz 15 besetzt wurde, wie in der entsprechenden Wahlordnung, die ihr heute früh am Morgen beschlossen habt, das entsprechend vorgesehen ist. Demnach treten wir jetzt in das Verfahren zur Schlussabstimmung über die zuvor gereihte Liste ein. Dazu, die wird jetzt schriftlich erfolgen, also wirklich mit Papier und Stift und nicht mit elektronischen Abstimmungssystemen, da es sich dann um die wahlrechtlich maßgebliche Schlussabstimmung hierbei handelt. Die Wahlkommission, die ihr bestimmt habt, wird nun die Stimmzettel austeilen. Wie schnell das geht, hängt ein bisschen von der Leistungsfähigkeit des Druckers ab. Bitte behaltet schon mal, oder haltet eure Stimmkarte bereit, die werdet ihr jetzt benötigen. Das dauert jetzt alles einen kleinen Moment. Vielen Dank. 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 Wir bitten, das Präsidium zu berücksichtigen. Zeigt mal bitte an, wo noch keine Stimmzettel eingetroffen sind. Das scheint insbesondere die Blöcke links vorne und rechts hinten von Seiten des Präsidiums zu sein. Bitte nur an Personen austeilen, nicht an Plätze. Tische können nicht wählen. So, nochmal anzeigen, wer noch Bedarf hat. Ja, okay, das ist immer noch der ganze, das kommt von hinten jetzt, die Stimmzettel. Der Drucker druckt. Hoffen, dass er noch genügend Toner hat. Der Stimmzettel sieht schon an der Seite ein bisschen aus, als ob der Toner langsam ausgeht. Aber ich glaube, für die Stimmzettel wird es noch reichen. So, bitte nochmal die Hand aufzeigen. Jetzt kommt hier nämlich für den von mir linken Quadranten vorne die Stimmzettel. Die Stimmzettel. So, gibt es Personen im Saal, die für die Wahlversammlung stimmberechtigt sind, aber noch keinen Stimmzettel erhalten haben. Im Saal, nicht außerhalb des Saals. Gut, es scheinen alle einen Stimmzettel zu haben. Auf diesem Stimmzettel seht ihr den heute gereihten Listenvorschlag für die Landesliste zum 20. Deutschen Bundestag. Ich verlese diesen nochmal zur Sicherheit. Listenplatz 1, Paula Pichotta. Listenplatz 2, Bernhard Herrmann. Listenplatz 3, Merle Spellerberg. Listenplatz 4, Kassem Tahir Saleh. Listenplatz 5, Annette Aguila. Listenplatz 6, Norman Folger. Listenplatz 7, Marie Müser. Listenplatz 8, Lukas Mosler. Listenplatz 9, Lea Frenzle. Listenplatz 10, Horst Grummig. Listenplatz 11, Carola Köpferl. Listenplatz 12, Olaf Hallbeck. Listenplatz 13, Caroline Renner. Listenplatz 14, Carina Flores. Und Listenplatz 15, Karin Bese. Ich frage, ob jemand der Meinung ist, dass es nicht der Vorschlag ist, den wir heute gereiht haben. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ihr könnt nun entweder oberhalb des Trennstriches für die gesamte Landesliste votieren. Die Stimme gilt dann entsprechend für alle unterhalb des Trennstrichs stehenden Kandidatinnen und Kandidaten. Das ist also eine Verfahrensvereinfachung. Das heißt, wenn ihr dort Ja ankreuzt, wählt ihr alle Kandidaten und Kandidaten. Stimmt der Nein, stimmt der für jeden Kandidaten mit Nein oder keine Kandidatin. Und stimmt der oben mit Enthaltung, heißt das, ihr stimmt mit Enthaltung für jeden der unten benannten Kandidatinnen und Kandidaten. Oder ihr könnt unterhalb des Trennstrichs einzeln über jede Bewerberin und jeden Bewerber abstimmen. In der Schlussabstimmung ist es notwendig, dass eine Bewerberin oder ein Bewerber mindestens 50% der abgegebenen Stimmen erhalten haben muss. Andernfalls wird die Person von der Liste gestrichen und nachfolgende Personen rücken nach. Wichtig, der Stimmzettel ist ungültig, wenn entweder weder oberhalb noch unterhalb des Trennstriches Kreuze zu finden sind. Oder wenn sowohl oberhalb als auch unterhalb des Trennstriches Kreuze zu finden sind. Oder wenn ihr euch für die Einzelvotierung unterhalb des Trennstriches entscheidet, seid ihr aber nicht bei allen Bewerberinnen und Bewerbern mit Ja, Nein oder Enthaltung votiert. Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann eröffne ich jetzt den Wahlgang. Bitte haltet eure Stimmkarten bereit. Die Wahlkommission wird dort die Nummer 1 entsprechend abkreuzen. und wir bitten, dass ihr der Wahlkommission bei der Stimme aber so wenig wie möglich nahe kommt aus, ihr wisst schon, Infektionsschutz und so. Ich eröffne den Wahlgang. Ich eröffne den Wahlkommissionen. 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 Verabsch? Sie eröffnen der Wahlkommissionen? Vielen Dank. Vielen Dank. Das gibt es auch noch. Das war die Sieben. Vielen Dank. So, liebe Freundinnen und Freunde, zeigt bitte deutlich an. Wenn ihr eure Stimme noch nicht abgeben konntet, dann kommt die Wahlkommission zügig zu euch. Gibt es noch Personen im Saal, die ihren Stimmzettel noch nicht abgeben konnten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit schließe ich den Wahlgang und bitte die Wahlkommission auszuzählen. So, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben jetzt ein Ergebnis. Ich bitte euch Tatsache, jetzt noch eure Plätze einzunehmen oder den Saal zu verlassen. Das Ergebnis lautet wie folgt. Ich lese die einzelnen Stimmergebnisse vor. Listenplatz 1 Paula Pietschotter, 99 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, entsprechend gewählt. Listenplatz 2 Bernhard Herrmann, 101 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, entsprechend gewählt. Listenplatz 3 Merle Spellerberg, 95 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, entsprechend gewählt. Listenplatz 4 Kasem Tahir Saleh, 96 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, entsprechend gewählt. Listenplatz 5 Annette Aguila, 94 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, entsprechend gewählt. Listenplatz 6 Norman Volker, 96 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, entsprechend gewählt. Listenplatz 7 Marie Müser, 99 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen. Keine Enthaltung, entsprechend gewählt. Lukas Mosler, Listenplatz 8, 100 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, keine Enthaltungen. Listenplatz 9 Lea Frenzle, 103 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, keine Enthaltung, entsprechend gewählt. Listenplatz 10 Horst Grummig, 101 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, 2 Enthaltungen, entsprechend gewählt. Listenplatz 11 Carola Köpfel, 100 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, entsprechend gewählt. Listenplatz 12 Olaf Holberg, 103 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, keine Enthaltung, entsprechend gewählt. Listenplatz 13 Caroline Renner, 101 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, 2 Enthaltungen, entsprechend gewählt. Listenplatz 14 Carina Flores, 95 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, entsprechend gewählt. Und Karin Beser, Listenplatz 15, 95 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen, entsprechend gewählt. Denn es wurden 104 Stimmen abgegeben. Das Kurum lag jeweils bei 53. Dies haben alle Kandidatinnen entsprechend deutlich überschritten und sind somit in der entsprechenden Reihenfolge auf der Landesliste gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Damit haben wir eine Landesliste aufgestellt. Zum Schluss der Versammlung darf und muss ich euch fragen, ob sich gegen den Verlauf der Versammlung oder gegen dieses Ergebnis Widerspruch regt. Schlechte Witze sind kein Beanstandungsgrund. Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass sich auf Nachfragen der Versammlungsleitung kein Widerspruch gegen das Ergebnis oder den Verlauf der Versammlung erhoben hat. Ich schließe damit die Wahlversammlung für die Aufstellung der Landesliste zum 20. Deutschen Bundestag und übergebe dem Landesvorstand für das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mir bleibt zum Schluss dieser Versammlung einfach nochmal Danke zu sagen. Danke an alle Bewerberinnen und Bewerber für den fairen Wettbewerb, dass ihr hier aufgetreten seid, dass ihr den Mut aufgebracht habt. Und ja, letztendlich diese gute Landesliste auch mit vorangebracht habt. Ich danke allen Delegierten, vor allem für eure Disziplin, auch bei der Einhaltung des Hygienekonzepts bis zum Schluss. Und ich danke auch allen Mitgliedern, die von zu Hause aus diese Versammlung verfolgt haben und das auch respektiert haben, dass es eben dieses Mal leider nicht möglich ist, dass wir alle hier zusammenkommen. In dem Zusammenhang auch ein ganz herzlicher Dank an alle, die sich bereit erklärt haben, hier auch heute in den Morgenstunden und gestern Nachmittag die Tests durchzuführen. So wie ein herzlicher... Und ein herzlicher Dank ans Präsidium und alle weiteren Präsidiumsmitglieder. Allen voran herzlichen Dank an Valentin, der auch, das muss man einfach auch immer wieder sagen, mit viel Mühe das hier vorbereitet hat und bei der Choreografie bei allen Fragen rund um Wahlordnung und Geschäftsordnung etc. unterstützt hat. Danke auch dir. Danke an die Mitglieder der Antragskommission, die ja auch einige Arbeit im Vorfeld mit uns bestritten haben. Danke an Jens fürs Protokoll. Danke auch ganz herzlich an mein Team, die mit großem Aufwand und dieses Mal mit besonderem großem Aufwand diese Landesversammlung hier vorbereitet haben. Danke auch... Applaus Ja, ganz wichtig. Danke ans Team der Kongressheiler, die die Technik bereitgestellt hat, uns organisatorisch das auch großartig ermöglicht hat, ans Catering, ans Streamio, Martin und Co. für die Live-Übertragung, für die Fotos. Danke auch für Kirsten, fürs Fotografieren und Dokumentieren und dass wir schöne Bilder auch von dieser LDK hier nach außen bringen können. Danke an Ellerbrock für die Abstimmungsgeräte, die uns einiges erleichtert haben. Und zu guter Letzt natürlich vielen Dank an unsere jetzt Mitglieder oder unsere Kandidatinnen und Kandidaten auf unserer Landesliste, die ich gern zum Abschluss nochmal hier nach vorne bitten würde. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle nochmal zusammenbringen, aber wir versuchen es. Wir würden gern noch ein gemeinsames Foto machen und zwar nebeneinander mit Abstand auf der Bühne in einer Reihe und in einer Reihe davor. Die Kirsten sortiert euch dann zurecht. Ich rufe euch alle nochmal auf. Liebe Paula, wenn du da bist, komm bitte nochmal nach vorne. Lieber Bernhard. Liebe Merle. Und der Kassem. Annett. Annett, kommst du auch? Norman, Norman, wo bist du? Marie. Und Lukas. Ja, es kommen einige. Lea. Und der Horst. Carola. Olaf. Ja, Caroline. Carina und Cari. Und wenn wir jetzt 15 haben, haben wir es komplett. Vielen Dank. Einen guten Nachhauseweg. Und bis bald. Wirklich. Und wir lesen. Musik 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 Musik